so ich habe von dir eine einzige bitte gab du hast drei sachen von mir verlangt ich war ich habe auf alles geantwortet du hast ich habe die eigene bitte gegeben bringen wir das arabische und das konzert bis jetzt noch nicht machen was du hast du mir überhaupt zugehört was gesagt aber du hast du willst mir nicht zu hören du längst und drehst das thema so damit du irgendwo ein thema packen kannst okay abo belgrad bruder ich gebe dir jetzt mal rede recht was habe ich ihnen gesagt weil der kerl hat kein zentimeter zugehört bitte erklären dass na ja flex wie gesagt wie ich schon gesagt hat der punkt von flex war nicht direkt den urtext des arabischen anzugreifen sondern sein punkt war dass die muslime sich für die urquelle schämen und dass sie den text dann dementsprechend verändern es wird immer gesagt die bibel hat fehler die bibel hat updates und so weiter und so fort guck hier update luther bibel 1917 luther bibel 1960 und das war lediglich sein punkt dass der koran genau diese sachen hat dazu haben wir doch viele verschiedene leserarten die die flex auch gerne später zeigen kann wenn er noch mal stream wird es hat er die sehr verständlich gegeben und das mit den fünf gebeten ganz einfach wir wissen ja dass du sagst dass gott oder dass du machen kannst wurde ich aber auf jeder sprache hören wird aber es macht trotzdem keinen sinn wieso muss man diese fünf pflicht gebete auf arabisch machen weil wenn du unbedingt auf arabisch machen musste machst du diese sprache zu deinem gott weil sonst hört ihr an geschämt darum geht es und er soll darauf eingehen aber der versteht gar nicht worauf ich ja keine chance der hat die sprache zu seinen eigenen gott gemacht weil erstens sprechen wir ein gebet egal auf welcher sprache bei gott möchte dass wir sein gebet egal in welcher sprache verstehen er redet hier von meine gebete pflicht gebete das war nicht mal das thema das war nicht mal das thema belgrad oder herz ich weiß echt nicht was wir mit diese menschen machen so ich weiß nicht er wird wieder dich antworten bruder möchtest du mit ihm weiter reden weil sowas ist für mich kopfschmerzen ja ich weiß nicht ob das sinn macht mit dem tatsächlich weil der versteht die punkte fand ich aber wie können ihn noch mal eine chance geben ich hoffe jetzt dass er zugehört ja oder ich gebe dir die möglichkeit rede du mit ihm weil oder das ist ich bin belgrad wie lange wie lange bleibst du hier in deinem bruder ja genau keine ahnung wo da bist du ausmacht oder denn schenke ich dir die bühne weil ich gehe kurz draußen was einkaufen kannst du das übernehmen ja gerne bruder aber was ist wenn der rausgeht und andere teile das evangelium kann man gar kein problem du hast sogar den bruder urban ich will den schon mal hoch und dann seid ihr schon mal zu zweit und dann in der stream ich gehe kurz einkaufen und bin gleich auch wieder zurück muss ein paar kleinigkeiten einkaufen so da mache ich kurz ich beende die show und dann mache ich dich kurz groß und dann kannst du mit ihm reden bruder wenn du willst und wenn er raus ist bruder dann teile einfach das evangelium bruder ich bin gleich wieder da ich beeile mich so hat ihn sich ja man hört dich sehr schön so und noch mal wir sind bei derselben thematik und wir machen da auch weiter wofür sollen wir uns für unsere urschrift schämen wenn doch die übersetzung nicht eine wortwörtliche übersetzung ist sondern eine übersetzung im übertragenen sinne damit man versteht weil wir vorhin schon den punkt erwähnt hatten die übersetzung des wortwörtlichen aus dem arabischen ins deutsche wird nicht möglich sein und es gibt keine sprache die mit der arabischen sprache mithalten könnte um den koran wortwörtlich zu übersetzen das heißt dass du jetzt damit ankommt und sagst ja eure sprache ist schwach oder was auch immer und ihr schämt euch für die urquelle das ist bei allem respekt dass einfach nur heiße luft die einfach dahin gebabbelt wurde der koran wurde als muajiza also als wunder von allah herab gesandt um die damaligen araber die damaligen dichter in den schatten zu stellen weil diese haben muhammad mit einem wunder oder haben ihn um ein wunder gebeten sowie damals die juden auch jesus und mein wunder waren und muhammad abdelallah kam mit dem wunder des korans und er stellte sie alle in den schatten damit denn die eloquenz und die methodik und die metaphorik mit dem der koran geschrieben wurde herab gesandt wurde war auf höchstem niveau kommen hör mal auf jetzt zu predigen das reicht wir haben genug warum fällt es mir ins wort ein woher kommt der lammheit geschichten zu erzählen komm lass mal lass mal zum koran zurückgehen also ich bin doch gerade am reden war was das jetzt bin ich bin doch gerade am reden der typ hatte gerade fünf minuten lass mich doch zu ende reden der koran ist kein sprachliches überhaupt nicht hör auf irgendwelche sachen zu erzählen du hast ja nicht mal mal ein skript auf du dich beziehen kann ich bist ein herz woher kommst du denn jetzt so zahmelschaft bitte lass mich doch zu ende reden mit dir genau über den koran über die fahrze ich will über jeden vers mit dir reden wo sie kopiert sind wo sie herkommen das jüdische rabbiner für euch verse geschrieben haben lass mal komplett ich rede mit dir über jeden vers im koran jetzt kommt der keine ahnung der dritte oder der vierte das thema ändern hey checkt ihr das ich merke überhaupt blamiert bei eurer liebe zu jesus merkt ihr das selber wie euch blamiert es ergibt doch gar keinen sinn mehr ihr seid zum lachen wallah ihr seid zum lachen ich will doch gesagt der koran ist ein sprachliches wunder und ich sage er ist kein wunder weil die von vielen geschichten kopiert sind ganz kurz oben kann ich so sagen das singe ist hier zu viel karl oder irgendwie etwas sowas jetzt folgt eine debatte an mit urbarn bezüglich des korans bevor wir die debatte anfangen ich verlange noch immer die urquelle von euch und das ist das thema die haben gesagt dass der koran verändert wurde dass allah einmal als planer übersetzt wurde und einmal als listen spielt übersetzen wurde jetzt bringe mir das in der arabischen sprache zeige es mir du folgst den koran von utman richtig ich folge den koran den wir jetzt haben das ist genau der ist der koran von utman ich kenne keinen aber ja mach weiter ok osman wie ihr das ausspricht mir doch egal wird ok ihr habt ihr muslime hat kein einzigen kein einziges manuskript das auf die zeit von usman zurückgeht das heißt wir könnten das ja nicht mal prüfen weil ihr nichts habt wie sollen wir etwas prüfen was nicht existiert dann bringen wir ein manuskript von so eine schwache habe ich noch nie gehört du bist der erste und dafür gebe ich dir meinen props ich habe es dir nicht so kompliziert gemacht und ich sage dir bringe mir die arabische urquelle und die arabische urquelle ist der koran den wir heute besitzen unsere imame hör mir zu unsere imame du hast einen koran der 1924 für dich kanonisiert wurde unsere imame haben uns gesagt haltet euch an diesem koran fest und lest so wie die menschen ihn lesen und das ist unsere urquelle dass einmal als listenschmied dargestellt wird und einmal als den besten planer ich verlange noch immer den vers ich weiß nicht worum ihr redet aber wir können ja gar nicht den koran anhand der manuskripte prüfen weil ja natürlich kannst du es wenn wir bringen haben die städte und das bringen wir jetzt ein manuskript und bringen wir jetzt ein bisschen was willst du mit dem ich sage dir die ganze zeit bringen wir aus dem arabischen dass der koran verändert wurde ja aber bitte das kann ich ja nicht ich mache ihn der punkt er versteht es nicht so viel kann du verstehst du verstehst es nicht du möchtest dass wir auf den urtext gehen okay auf den ursprung sie machen und lass ich doch ein bisschen aussehen welcher arabische der von utman richtig den den wir jetzt zwischen unseren händen und welcher ist das dort eine veränderung und welcher ist das das ist der koran an hafs von an hafs anwarsch von utman der zurückzuführen ist an amir und amir und amir talib okay dann gibt uns wenn du so sagst da gibt uns doch mal nur von ali existiert für die das ist der den du zwischen deinen händen hast das ist der koran von ali du weißt dass man ihn umgebracht hat du weißt du weißt du weißt dass ali zu utman gesagt hat du hast das buch gottes verfälscht man hat ihn umgebracht du gehst jetzt auf überlieferung wir reden gerade nicht von überlieferungen jetzt wird sich eng jetzt einfach nur aus mann du hast das buch gottes verändert deswegen hat man auch umgebracht und jetzt sage ich dir bringen mir ein einzigen manuskript dass man zu wer wer hat eigentlich umgebracht werden alle wurde umgebracht von von den war ich oder was auch immer alle hatte streit mit utman und hat man gesagt du hast das buch gottes verfälscht und ich werde nie wieder meine straßenkleidung anziehen bis ich das nicht in ordnung gebracht habe bitte bitte lasst die überlieferung beiseite du bist nicht fähig über die welt zu reden berät einfach darüber kommen bei gott ich verlange nicht du machst dir das leben nur schwer ich sage die wir haben einen arabischen voran nimm einfach den arabischen jetzt habe ich dir nein der du bringen mir ein manuskript von der zeit und ich sag doch zu dir ich gehe so weit nicht mehr mit können nicht ich mache es dir so einfach sieht mit dem voran den wir jetzt haben und zeigen mir dort dass er verändert wurde aber bitte ja aber bitte mach wie soll ich dir aus einem buch zeigen zu können dass wir keinen vergleich haben ach so aber warte warte du kannst okay ich bring dir jetzt meine fernsehnanleitung wie muss man sich nur blamieren können guck mal jetzt ich bringe mein 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 handbuch von meinen fernseher und sagen dass dieses handbuch verändert wurde wenn ich ja kein manuskript habe hier bezieht euch auf den koran das erst 1924 wurde eine frage eine frage stellt seine frage machen wir gleich die machen einen livestream auf ja und sagen zu uns der koran wurde verändert ja der kommt mit mir da kommt mir mit einer deutschen wo ist der stillfass jetzt noch mal zu man hör doch auf die ganze dazwischen zu pappen ich bin doch gerade am reden dann sage ich zu ihm ja die deutsche übersetzung ist nicht marsch da für uns das arabische gilt für uns jetzt kommt einer und er sagte ja wie soll ich dir dann das aus dem arabischen beweisen bringen wir doch die uhr quennt leg ihr habt doch angefangen mit dem deutschland verändern wurde ich habe ich becheckte ich habe mal so viel kann hallo lass mich jetzt darauf antworten weil wir haben damit angefangen wie er es ja gesagt hat du hast den punkt nicht verstanden flex hat hier eine redewendung gebracht da leute sagen die bibel ist verfälscht weil es verschiedene bibelübersetzungen gibt die verschiedene passagen gewiss übersetzen sagt er weil es das gleiche bei euch gibt dass es eine fälschung ist bezüglich einer redewendung jetzt ist der punkt von urban du sagst dann bringt uns das arabische ok sehr wichtig dann bringt uns das arabische aber die frage ist jetzt von was kommt das arabische was ist denn überhaupt der urtext oder habt ihr bezügliche manuskripte zum arabischen um nachzuweisen das ist der echte koran ist das ist seine frage was juckt dich das was manuskripte sind sehr sehr wichtig oder die manuskripte sind doch meine sache ich sage zu dir das deutsche wenn ich an das arabische nehmen warum willst du jetzt unbedingt wissen noch hier kannst du mir dann beweisen warum hast du so heißt darauf mir das unbedingt aus dem 100 prozent bringen wir auch so einfach ist doch ein pluspunkt für dich es ist doch ein pluspunkt für dich wenn du einfach aus dem jetzigen koran mir beweisen kannst dass es nicht so ist weil wenn du doch der meinung bist dass das nicht der richtige koran ist dann wirst du ja doch direkten widerspruchteile empfinden jana bitte schweißt du schweißt vom thema ist bleibt doch ganz leide die ganze zeit doch ganz leise habe ich einen einzigen vers zu bringen du blamierst dich doch gerade lass mich doch ausreden nein du hast mich doch gerade unterbrochen du warst noch nicht was was fertig du hast mir eine frage gestellt und will und will von der aussage und will von der beweispflicht flüchten in dem er sagt ja bringen wir doch eine urquelle und das ist die urquelle harajan habibi das ist die quelle gibt mir aus dem arabischen koran den wir jetzt alle besitzen denn das urteil unserer immer beseh beruht sich darauf dass wir den koran den wir jetzt zwischen unseren händen annehmen müssen und dieser koran ist für uns unsere hodja unsere beweiskraft beweispflicht bringen wir jetzt daraus dass dieser vers verändert wurde bringen wir dort wo allah es heißt in allah ist also sagen der beste planer oder der beste liebenschwitzer bringen wir das bist du fertig darf ich jetzt ausreden lässt mich jetzt auch ausreden wichtig ausreden gelassen habe ich hoffe es wohl so dankeschön du hast das thema verfehlt bzw der punkt der thematik der punkt der thematik war nicht dieser vers direkt sondern dieser vers diesbezüglich des korans das will flex damit sagen flex will nicht damit sagen direkt dieser vers natürlich auch aber der hauptpunkt ist der koran an sich es geht um die authentität des korans nicht direkt um diesen vers weil du gesagt hast aber wäre dieser wäre dieser koran verfälscht dann wäre der vom menschen geschrieben dann müsste der fehler haben hallo mathematik bücher haben auch keine fehler sind jetzt von allah ich bitte dich was ist denn für eine aussage wenn ein buch keine fehler hat muss es nicht direkt göttlich sein wenn aber ein buch über 2000 jahre lang aufgeschrieben wurde von leuten die sich nicht kennen und sie ein einklang darüber sind über die botschaft gottes da muss das eine gottes offenbarung sein nicht wenn leute über 20 jahre lang was aufschreiben und diese leute sich kennen ja das kriege ich auch mit meinen kollegen das ist der punkt hast du es verstanden jetzt ist in den kopf reingekommen ist fertig ich will dich unterbrechen da ist es ja da unterbricht wieder alles gut so wenn wir jetzt dem nachgehen und er möchte ja zeigen und mathe bücher selbst mathe bücher widersprechen sich gegenseitig selbst mathe bücher wurden öfter verändert als was weiß ich jetzt hör mir zu ihr seid womit gekommen mit der und ihr wollt jetzt ein vergleichnis setzen der ebenfalls komplett sinnlos ist das vergleich ist was ihr macht ihr nimmt die deutsche bibel zu 100 prozent an und liebt das als beweiskraft keiner im islam hat behauptet dass die deutsche übersetzung eine hundertprozentige annahme bei den muslimen hat und als beweisführung genutzt wird in irgendwelchen debatten nein wird nicht es werden die übersetzungen gebracht damit nicht aber verstehen was in versen vorhanden oder niedergeschrieben wurde damit man damit argumentieren kann damit sich verstehen weil nicht jeder ist der arabischen sprache mächtig punkt eins punkt zwei sagt ihr ja weil wir aber im christentum dies die bibel im deutschen so annehmen und als beweiskraft nehmen und da jetzt die ganze zeit veränderungen entstanden sind haben wir die muslima auch eine deutsche übersetzung und die deutsche übersetzung ändert sich mal von einer übersetzung zur anderen übersetzung ja oder übersetzung verändern sich von einer person zur anderen person jeder übersetzt das so wie er es verstanden hat übersetzungen sind nie meinungsfrei übersetzungen sind immer mit meinungen enthalten so wie ich das verstanden habe so übersetze ich das auch und noch mal arabisch kannst du nicht eins zu eins übersetzen deshalb fordere ich dich noch immer heraus weil das ist eure angehensweise der vorantworte verändert wenn wir den punkt abgeschlossen haben der koran ist doch nicht verändert können über alles andere weiterreden jetzt sind wir noch immer wobei bei der veränderung des korans und der koran wurde nicht verändert bringen wir den vers weil über diesen vers haben wir gesprochen und es gibt noch andere vers bringen wir den vers den er angesprochen hat im arabischen dass er verändert wurde bringen wir ihn sagt hier hast du ein koran da sagte das und hier hast du einfach an da sagte das und das ist mit dem vers und zwar dass allah der beste planschmiede ist oder dass allah der beste listenschmiede ist diese antwort erwarte ich schon seit keine ahnung wie lange ich hier drin bin 20 halbe stunde und du kommst mir noch immer ja aber im deutschen ja keiner redet vom deutschen wie bei wir nehmen den koran nicht im deutschen als beweiskraft und als religiöses buch an der koran wurde im arabischen herab gesandt jeder nicht aber ließ ihn sogar auf arabisch jeder nicht aber ist verpflichtet in dem gebet auf arabisch zu rezitieren also ist das arabische unsere beweiskraft beweispflichtig muss es durch den arabischen text hervorheben so dankeschön dein erster punkt war die übersetzung also erstmal für uns ist die bibel auch im urtext der maßstab wir haben die septor günther die übersetzung vom alte brechen ins altgriechische vom alten testament von den rabbinern selber beziehungsweise von den juden selber mit jüdischen verständnis darauf berufen sich die heiligen kirchenväter darauf berufen sich wir christen das bedeutet wir berufen uns auch auf den urtext und sagen nicht diese deutsche bibel ist zu 100 prozent von gott das hatte keiner gesagt der erste punkt der zweite punkt mathebücher können fehler enthalten ja aber ich habe gesagt lediglich es kann sehr gut sein dass ein mathebuch keine fehler hat das war mein punkt ein punkt war wenn der koran doch nicht von gott wäre dann dürfte er keine fehler haben es gibt mathebücher es gibt viele bücher sie haben keine fehler haben vielleicht sogar mehr seiten als der koran dritter punkt es geht um den urtext du hast den urtext gebracht es geht um den urtext verstehst du das nicht der punkt war nicht zu sagen von flex dass der islam direkt falsch ist wegen der deutschen übersetzung der punkt war hier eine redewendung die er gebracht hat diesbezüglich dass wir christen immer dafür angemacht werden dass die übersetzung sich verändern so ist es bei euch das war sein punkt und der fünfte punkt beziehungsweise ganz kurz du hast gerade gesagt der koran ist klar und verständlich richtig viel weiter viel weiter ist der koran klar und verständlich wenn man ihn auf arabisch lesen kann kann man ihn verstehen und es gibt dafür auch sowieso erklärungen von den imamen also ist er klar ich frage dich ist der koran klar und verständlich nicht klar für wen für uns heutzutage hat gesagt dass mächtig sind wie der leute damals okay wenn du der arabischen sprache damals mächtig warst ist der heran eindeutig der voran damals war eindeutig okay super aber du hast ja vorhin gesagt dass die die griechische sprache sehr sehr schwach ist weil sie nicht so viele begriffe hat wie die arabische das bedeutet wenn du jetzt sagst dass der koran sein so schwächer als sie ist auf jeden fall stärker als die deutsche sprache das ist zwar nicht mein punkt es geht um arabisch genau das ist der punkt jetzt hast du dich selber widerlegt weil du vorhin gesagt hast ganz kurz lass ich doch ausführen weil du vorhin gesagt hast dass der koran leicht verständlich ist aber dann sagst du auf einmal dass die arabische ganz kurz das hat doch alles selber gesagt oder aber doch gesagt klare botschaft oder der koran ist klar verständlich was verstehst du hast du doch vorhin gesagt dass der koran klar und verständlich oder herabgesagt eine arabische sprache damit jedoch versteht also damit sie verstehen sogar ist ja noch schlimmer für dich damit sie verstehen bedeutet ganz kurz direkt leicht verstehen super noch mal ganz kurz daran erinnerst nochmals reizt du dich daran erinnerst mich doch ausreden ich bitte nein 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 jetzt wenn er jetzt weiß ich finde ich lass mich daraus sehen lass mich daraus reden für noch hat doch keine angst habe doch keine angst du hast ja gesagt damit man sehr gut jetzt achtung leute hat gesagt damit man den koran versteht ist er auf arabisch herabgesandt worden nein habe ich auch nicht gesagt hast du vorhin gesagt ich bitte nicht es haben bestimmt paar leute aufgenommen und die könnte ich dann exposen das bedeutet damit man den koran versteht wurde er achtung auf arabisch herabgesandt ok bedeutet die übersetzung müssen auch eindeutig sein weil er wurde auf arabisch herabgesandt damit man ihn versteht du hast denn selber ein knockout gegeben dankeschön bist du fertig bist du fertig hallo ich bin auch stumm du kannst gerne reden aber du hast dich ja schon bleibt okay nein nein so alter das wird immer lustiger hier noch mal so was habe ich jetzt vorhin gesagt du kommst mir immer wieder mit einer rede wendung rede wendung gut wenn es eine rede wendung war und ihr seid es immer gerne sagt dass ihr euch dafür anpampt dass ihr doch immer eine änderung und ein update in der bibel habt dann macht das doch genau so wie die muslimen machen seid doch einmal so schlau wie die muslime es sind und sagt ja aber diese übersetzung ist keine heute für uns wir nehmen nur das urtestament an das testament was in der ursprache nicht im altgriechischen sondern nein die originale sprache mit der ich habe mir gekommen ist und zwar es seriani wir nehmen nur diese bibel an und nur diese bibel hat für uns die beweiskraft und ich wette mit dir um 30.000 euro dass du nicht mal diese sprache kennst oder beherrscht oder auch nur anderen verstehst so lassen wir mal das beiseite wenn ihr das nicht macht und ihr euch selber mit der deutschen bibel als huzja sprich als beweisgrundführung beweisgrundlage für euch annimmt dann müsst ihr mit diesen konfrontationen umgehen können dann müsst ihr mit dieser kritikpunkte auch damit umgehen können diese erklären können rechtfertigen können wir und jeder muslim und alhamdulillah bekommt von klein auf die arabische sprache in der moschee in der schule gelehrt warum damit sie irgendwann in der fähig sind die arabische sprache zu lesen und auch zu verstehen so das ist eine zweitens habe ich von anfang an seitdem ich hier oben bin gesagt die arabische sprache ist eine tiefgründige sprache der koran wurde herabgesandt als wunder so ich habe nicht gesagt der koran wurde herab gesandt damit kein mensch ihn verstehen kann das ist doch das ergibt doch gar keinen sinn der koran wurde herab gesandt als wundermittel warum und jetzt erkläre ich hier noch ein siebtes mal warum der koran als wundermittel herab gesandt wurde allahs paratale sandte den propheten muhammad zu den arabern die damaligen araber waren das weitgebildete volk und sprich in der sprache sehr eloquent und mächtig sie forderten muhammad ein wunder mitzubringen genauso wie die juden ebenfalls ein wunder von ihm verlangt haben und er dann angefangen hat die toten zu beleben und die blinde wieder sozusagen zum sehen zu bringen und so weiter und so fort alles was er für wunder vollbracht hat muhammad kam mit dem koran als wunder in dem urteile geschichten und so weiter und so fort über propheten und vorgeschichten also geschichten die in der zukunft vielleicht passieren werden erzählt werden und dies in geschichten geschichten gedichts form und das auf einer hohen eloquenten art und weise hohe eloquente art und weise ist nicht jedermann in der lage ist zu verstehen der vers den ich dir vorhin rezitiert habe mit dem arabischen beruht worauf beruht darauf dass allahs paratale diesen vers herab gesandt hat um die leute die den koran weiterhin angefochten haben der damaligen zeit die araber die da noch gesagt haben der koran wurde von einem von einem bloßen dichter geschrieben hat allahs paratale gesagt was wir gesannen euch den koran schon im arabischen damit jedoch versteht dass dies ein wundermittel für euch ist für euch herab gesandt wurde und das verständnis beruht auf damals so das verständnis heißt aber nicht dass heutzutage es nicht möglich ist den koran zu verstehen doch es ist möglich und wir haben ebenfalls als unterstützung dafür die imame die äther die einige der verse und die die meisten der verse einfach gedeutet haben und gezeigt haben was es für eine deutung hat so wir haben auch im koran und das wissen wir auch alle dass dieser und dass jeder einzelne vers im koran und das ist aufgrund des der macht des korans dass jeder einzelne vers von denen mehrere deutungen hat und zwar der koran hat eine offene deutung eine innerliche deutung und eine deutung in der urteilsgebung das sind aber gerade sachen die sind nicht in unserer debatte in unserer debatte steht gerade dass ihr gesagt der koran verändert sich jetzt gehen wir wieder zurück auf das ursprüngliche thema und dass der koran genauso ein update durch macht wie die bibel jedes mal ein update macht und jetzt sage ich dir noch mal bringe mir diesen fest wenn du diesen vers nicht hast und wenn du sagst im arabischen gibt es sowas nicht dann sage ist und dann haben wir ein das thema abgeschlossen da haben wir festgestellt okay davon macht kein update durch so wie die bibel den update durch macht und wir können auch weitere themen weiter reden und diskutieren oder was auch immer du willst bringe mir aber diesen vers bitte in der arabischen form also dankeschön kannst du bitte auch auf stumm gehen nutze sie ja gerne richtig unterbrechen dankeschön also am ende hat er gesagt die bibel hat updates also laut dem koran der koran bestätigt die bibel in suche 5 vers 68 wo gesagt so dass man an taura und in die glauben soll die bibel der koran bestätigt die bibel indem er sagt in suche 757 dass dort bei den schriftkundigen der prophet mohammed aufzufinden ist in welcher bibel in welcher taura und welchen evangelium ja in unserer deuteronomie 1815 ihr seid 42 sagt die immer dankeschön so fünftens ja wunder der koran wurde auf arabische abgesandt weil das ein wunder ist so da stellt sich mir die frage es kommen und propheten wie musa erspaltet das meer daran glaubt ihr auch jesus hat tote auferweckt hat blinde sehend gemacht und da kommt ein prophet da kommt leute hört man alle zu da kommt ein prophet der letzte gesandte der letzte gesandte was tut er macht der blinde sehend nein weg der tote auf nein was macht er bringt ein buch auf eine andere sprache als sie es kannten was was leute ich bitte euch ich bitte euch so wir haben die bibel die bibel ist eindeutig da gibt es keine zwei verschiedene meinung einer sagt das einer sagt das hier hier und so weiter und so fort wir haben hier eine klare botschaft von anfang bis ende wir haben die wunder gottes eine sprache ja kann jeder wozu gibt es denn sprachen wozu gibt es denn überhaupt sprachen wieso macht man die sprache zu seinem gott das ist der absolute wahnsinn so viel gar ich bin schon fertig alles gut jetzt noch eine frage die du mir bitte sofort beantwortet du hast ja gesagt der koran ist ein wunder weil er auf arabisch herabgesandt wurde richtig du kannst kurz einsturm ja oder nein die europäische führung fort ich habe mich ganz kurz ja oder nein ist der koran im wunder weil er auf arabisch herabgesandt wurde ja oder nein der koran ist ein wunder wie er herabgesandt wurde aber du hast gesagt weil er auf arabisch herabgesandt wurde das war das ist die sprache die allah total aus super wäre der koran ein wunder wäre nicht auf arabisch das weiß nur allah da super also kann sich antworten oder was das ist jetzt für eine antwort das weißt du aber aber du stellst mir eine frage und ein prophet nicht sagt das weiß nur gott was soll denn da hat den koran und hat die für die sprache des konanzi arabische sprache aus erwähnt genauso wie er für die sprache der torah die hebräische sprache aus erwählt hat und genauso wie er für die sprache der bibel serie aus erwählt hat erwählte er für den koran die arabische sprache aus das ist die antwort super super das bedeutet du fragst mich was was hat jesai gemacht was hat er gemacht dies und das ich sag das weiß nur gott ja super was ist das denn für eine antwort das weiß nur gott hat er gemacht eine ganz klare frage eine ganz einfache frage eine ganz einfache frage wäre der koran ein wunder wäre er nicht auf arabisch wieder sachen wäre weiß weiß ich sitze ich auf dem hallo das bedeutet wenn super das bedeutet wäre der koran auf altgriechisch wärst du dir nicht sicher ob das ein wunder wäre oder was ist das für ein hallo bleibt doch locker bleibst du das verstehst du deine frage überhaupt hallo guck mal wie sagen du fragst mich was wäre wenn und du fragst mich nach dem vorhaben gottes okay fragt mich die gleiche frage annähernd so hoch wie gott damit ich das vorhaben gottes kenne und fragt mich die gleiche frage wäre die bibel ein wunder wäre sie auf chinesisch fragt mich doch fragt mich das wie sagen sie hallo wäre sie ja natürlich wie sagen hallo wie sagen es geht nicht um die sprache sondern um die botschaft habe ich gesagt es geht um die sprache ich habe gesagt okay er will ja die sprache aus er hat diese sprache ja aber das ist nicht mein punkt das ist nicht mein punkt mein punkt ist auf jeder sprache wäre die botschaft gottes göttlich da sie von gottes hallo 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 lass ich doch ausreden dann wäre die botschaft gottes göttlich achtung egal auf welcher sprache weil die botschaft gottes verändert sich ja nicht mit der sprache weil die sprache hallo 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 lass mich doch ausreden du lässt mich doch gar nicht ausreden hallo da lässt mich doch gar nicht ausreden das ist sehr sehr unhöflich so die botschaft gottes ist immer ein wunder achtung da sie von gott kommt sehr wichtig die botschaft gottes verstanden weiter die botschaft gottes ist nicht ein wunder weil sie auf einer bestimmten sprache herab gesandt wurde jetzt frage ich dich wäre der koran auf altgriechisch wäre der koran auf altgriechisch wäre sie göttlich wenn allahs waren diese sprache auch wenn er sie göttlich nein 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 nicht wäre wäre ich weiß es nicht hört zu hätte als antworten die sprache und du haben aber du antwortest nicht ich frage die schreckte jünger du sagst du darfst der bahnhof ich antworten was du blamierst dich doch gerade kannst du bitte antworten bitte blamier dich nicht und antworte einfach so ist echt peinlich bei der frage ist eindeutig ich hatte die ganze zeit ich war die ganze zeit eloquent mit dir lass mich nicht was heißt denn eloquent weißt du was hast mich nicht was heißt eloquent was heißt eloquent was heißt eloquent du benutzt wörter die du nicht mal gar nicht kennst nach einem arabischen heißt dass man mit einer art und weise spricht mit einer gehobenen sprache reden kann du weißt doch gar nicht mal du weißt doch gar nicht mal was du das sagst du benutzt wörter die kannst du nicht mal verwenden ich bitte dich also benutzt bitte wörter die in deinem wort so jetzt kannst du antworten bitteschön hätte allah eine andere sprache für den koran aus erwählt dann wäre diese sprache die allah total aus erwähnt hätte genauso beweiskräftigend für den koran so wie die arabische sprache ist für den koran heutzutage ist allah total erwählte aber die arabische sprache aus das urteil in dem ihr euch die ganze zeit beruft ist ihm abgeschlossen allah hat was gemacht allah erwählte für den koran die arabische sprache aus erwählte nicht alt griechisch aus er erwählte nicht übrig aus er erwählte nicht irgendetwas anderes aus er erwählte die arabische sprache das ist nicht meine frage und unsere debatte hatte das ist nicht meine frage und aus der bietersufika das ist nicht meine frage was weiß ich überall ja ja bei deinem jesus zu beteiligen so war ja 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 ich bin ich möchte ich aber es ist peinlich ja 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 ich schäme mich jetzt ich habe mich jetzt ich bin ich ja ja ich schäme mich jetzt so jetzt ist die frage ganz klar nein jetzt nicht hallo 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 jetzt hallo bleibt doch lockt aber du hast meine frage nicht beantwortet die frage stellen oder hätte alle meine alle eine andere sprache das ist nicht meine frage ihre der koran dann die beweisführung dafür punkt aus ok super also wäre der koran auf altgriechisch wäre göttlich oder wenn allah es dafür aus erwählte dann wäre es so wäre der koran auf eigentlich wäre er glücklich gottes junge was verstehst du nein nein das sind ganz einfach fragen wie euch das hallo 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 es geht nicht entscheidend nicht über ok warte glaubst du dich so viel marmer herab sendet wollte jeder zweite ist bei uns gott wer hat die erde geschaffen ja aber irgendwas hier ist wie du sagst die glauben mehrere götter kennst du überhaupt die regeln ein einzigen thema ok ok wir sind jetzt beim gottes konzept wird es gottes konzept wechseln können wir gerne anfang an bin ich bei dem thema bringen wir die beweisführung dafür dass davon an sich verändert hat du sprichst von beweisführung aus dem arabischen ins deutsche dann hätte der allah den koran anders auf eine andere sprache wäre es genauso wie es ist doch peinlich aber wir haben wir doch alle selber dass du dich gerade selber blamierst ja das gebet und die pflichte des gebets der allah ist aber erschaffen werden junge das ist doch peinlich bitte hör doch auf damit die blamierst doch nur selbst bringen und ich warte noch immer auf diesen einen einzigen vers der sich an sich widerspricht bringe mir diesen vers und die thematik haben wir abgeschlossen darauf hin können wir mit einer anderen thematik beginnen bringt diesen vers ok so super so interessant also du sagst wie gesellen gott etwas bei aber hallo hallo ganz gut das hast du doch gesagt das hast du doch ausreden dass ich doch ausreden dass ich doch ausreden lasst mich doch ausreden bitte hab doch nicht alles gut du musst nicht zittern das ist doch peinlich du weißt doch gerade bei dem allmächtigen du bist bei jaja bei dem allmächtigen ist der koran der mächtige oder allah ist der koran der mächtige oder allah immer peinlicher oder das arabische weil die ist das arabische das allem jeder einzelne ja ja ich könnte endlich mal verstanden haben ein der typ verlangt seit einer stunde den vers an dem es angeblich widerspricht und keiner von den sechs sieben hier oben waren der eine sogar verlangen seit 1500 jahren die antwort von allah was findet wie verlangen seit 1500 jahren die antwort er sucht er das und der kann es noch mal so viel so viel kann du lässt sich doch nicht mal ausreden so du sagst gerade du wartest seit einer stunde auf eine antwort wir warten seit 1500 jahren vor deinem gott auf eine antwort also also lässt mich nicht ausreden das ist sehr sehr interessant obwohl ich deine fragestellung gegeben habe du kannst dich darauf eingehen die frage ist ganz klar die hinter die frage die wir uns stellen müssen ist wäre der koran göttlich wäre erachtung auf altgriechisch jetzt noch mal die frage ok 450 leute wäre der koran göttlich wenn er achtung auf ein griechisch wäre bitteschön so dieselben 450 die waren zwischendurch auch 550 kannst du antwort eine selbe frage bringe den vers in der du kannst du kannst nicht antworten ok sehr gut wir gehen auf die ferse ein maria maria hatte ein sohn hatte jesus ohne ein gefährten richtig bringen wir den fähler ich bin sie den widerspruch bitte ich bin jetzt hier wieder hoch bringen wir den fährst du hast dann wieder ich bin jetzt ein widerspruch du willst ein widerspruch ich antworte ok der beste planer ist oder in einem anderen gewollt ist ein widerspruch in der verfassung des fers ist wo es heißt allahs der beste du wolltest ein widerspruch ich gebe dir ein widerspruch du wolltest ein widerspruch das hast du vorhin gesagt ich gebe dir ein widerspiel sei so ein das ich doch ausreden mit den fährst ich lasse ich doch ich habe die frage verstanden hallo von anfang an salo lasse ich doch ausreden ist peinlich bei dass ich doch ausreden hallo ich bitte dich ich bitte dich lasse ich ausreden mit dem vers wo es heißt ja wir haben deine frage verstanden wir haben deine frage verstanden so ganz einfach du hast ein widerspruch gefordert ich sage dir ein widerspruch aus dem koran ich habe gesagt bahn und lass dich doch ausreden lass mich doch ausreden ich bitte dich das doch lächerlich das ist doch lächerlich bitte lass mich doch ausreden so bring mir den versen hallo lass mich ausreden es lass mich doch ausreden hallo du siehst doch alle sehen dass du mich unterbrechst alle sehen das warum alle sehen das zittern nicht alles gut dann lass mich jetzt antworten du wolltest ein widerspruch im koran ein fehler ich gebe dir ein so maria konnte ein kind haben ohne gefährten so beziehungsweise ohne gefährten so sehr wichtig wer ist allmächtiger maria oder allah beantwortet diese frage ganz einfach wer ist allmächtiger maria oder allah jetzt noch mal er weg kannst du antworten wer ist allmächtiger maria oder allah du weißt ganz genau womit ich komme jetzt die allmächtigkeit zwischen maria und allah und nein es ist doch ganz einfach ist doch ganz einfach ist doch ganz einfach wer ist allmächtiger mit hallo einen hallo es ist doch eine 1 plus 1 frage für ein muslim für ein gläubigeres frage es ist ein fluch ach so es ist keine 1 plus 1 frage wer allmächtiger ist allah oder maria was leute habt ihr das gehört er weiß nicht mal ob allah allmächtiger ist als maria wahnsinn was du weißt nicht mal ob allah allmächtiger ist als maria nur heiße luft ist sie allmächtiger als allah oder andersrum das war nie die frage das war auch nie die thematik das war die frage deine frage war hallo ja 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 das ist ein thema du willst ein widerspruch ich freute ich frag dich ist maria die sind vers wo das ist maria oder low mal dass alle der beste planer ist und wo es heißt dass anleitung hallo maria oder allah mehr diesen vers wer soll mächtigermar wo bringen wir den verständlich werden aufwürdig eingeblendet ich gebe dir den vers gibt jetzt den fernst es gibt er den vers ist wer ist ein mächtiger maria oder allah bringen wir den vers alle ist der beste listen schmied oder allah ist der beste planer bringen mir den faire okay wer es ein mächtiger maria oder allah es war eine ganz einfache frage eine frage kommt im deutsch ich sag die bringst du dich schämst du dich erschienen sich ja ich schäme ich für den koran ich schäme mich für den koran suche 33 blamme schämlich für den koran der blamiert werden du hast recht ich mich für den koran du bist gerade in siehe du bist ja ja ich bin ein klemmel wurden anderen themen rauskommen werden kann ja so du kannst du dich beantworten ob gott oder maria alle einzelne der bei video ja ja jeder eingegangen ist und die hinterher gerannt ist ich bin nicht so glaube ich nicht so ja ja auch du mich als anstrengend du bist doch nicht auf die spräche genicke von denen die ist versuchen die also bist du bist genicke sehr von denen du bist genicke das wirst leute das gar nicht bricht genicke sag mal sind wir wo sind wir hier sind wir im weltkrieg oder was ich bringe den fernst du blamierst dich wieso wirst du so aggressiv wieso wirst du so aggressiv ich lache doch ganz locker bleibt doch ganz locker bleibt doch ganz locker die frage ist ganz einfach so jetzt ist herausgegangen er ist rausgegangen heute die frage ist ganz einfach wer ist ein mächtiger maria oder anpa er konnte nicht antworten er wollte ein widerspruch er wollte ein widerspruch und ich gebe ihm aber er wollte nicht antworten er wollte nicht antworten leute habt ihr gesehen wie er sich geschämt hat habt ihr das gesehen wie er sich geschämt hat er hat sich geschämt er konnte nicht mal sagen ob gott oder maria allmächtiger ist er konnte nicht mal antworten jeder christ würde sofort sagen wer ist allmächtiger jesus oder maria sofort jesus jeder christ ohne eine millisekunde zu zögern ohne auch nur eine millisekunde zu zögern aber dieser muslim aber dieser muslim hat sich geschämt er hat sich geschämt er hat sich geschämt leute das ist der wahnsinn hiermit sehen wir wieder den achlag der muslime er wollte wieder irgendwelche genicke brechen weil er nicht antworten kann ganz einfach er wollte welche genicke brechen unser punkt war nicht das direkt mit dem listenschmied sondern mit der authentität der sprache er hat den punkt immer noch nicht verstanden deswegen hat er das thema verfehlt deswegen hat er das thema verfehlt keiner wurde gekickt er selber rausgegangen da er weiß er kann nicht darauf antworten ob maria oder allmächtiger ist jetzt würde ich sagen dass wir diese thematik abhaken da er leider rausgegangen ist hätte sehr sehr gerne mit ihm noch gesprochen also eloquent gesprochen er weiß ja nicht mal was eloquent bedeutet aber er benutzt das wort trotzdem das mache ich auch immer ich benutze wörter die ich gar nicht verstehe leute wie tun propheten wunder propheten tun wundern den sie blinde heilen mose spaltet mehr der eine tut das der andere tut das die menschen sehen das ist ein prophet leute mohammed er kam mit einer sprache was er kam mit einer sprache er kam mit einer arabischen sprache leute heftig er hat mich jetzt überzeugt er ist ein prophet ich bitte euch was sind das denn für argumente was sind das denn für argumente es hat doch gar nichts gebracht mit dem sondern gar nichts gebracht so ich würde sagen dass ich für die 425 leute jetzt das evangelium predigen kann ich würde jetzt sagen dass das evangelium predigen kann weil ich kann eh keine leute hoch holen sehr sehr schade aber deswegen predige ich das evangelium leute wir wissen ganz klar dass gott sein wort nicht verfälschen ist das sehen wir indem er die propheten auf gewisser weise schützt wenn sie mit einer schrift kommen beziehungsweise etwas aufschreiben nämlich da die botschaft gottes nicht verändert werden kann den stimmen wir definitiv zu den stimmen die juden zu die muslime würden sagen die torah und das in jill ist verfälscht die botschaft gottes ist verfälscht leute habt ihr schon mal sowas gehört die botschaft gottes wurde verfälscht die botschaft gottes wurde verfälscht wer glaubt daran gottes wort wie allmächtig ist denn gottes wort bei denen ist die arabische sprache mächtiger als gottes wort bei denen ist die arabische sprache mächtiger als gottes wort auf arabisch kann gottes wort nicht verändert werden aber auf hebräisch schon was ist denn das was ist denn das die sprache ist egal es geht um die botschaft die botschaft ist eindeutig wir folgen jesus christus das denken wir uns christus christus heißt übersetzt messius auf altgriechisch weil wir ihm nachfolgen nehmen uns christin wir sind seine nachfolger er sagt selber ich gebe ihnen ewiges leben ich gebe ihnen ewiges leben jesus gibt ewiges leben welcher prophet gibt ewiges leben nicht führt jeder achtung jeder prophet führt zum ewigen leben das sagen wir jeder prophet führt zum ewigen leben aber was ist die quelle des ewigen lebens in 1 johannes 1 bis 4 das wort gottes also jesus christus das bedeutet die quelle des ewigen lebens ist nicht irgendein mensch sondern gott sondern gott und wer ist gott jesus christus ist gott nämlich er ist das leben und er ist die auferstehung und er hat sich selber aus den toten auferweckt weil er allmächtig ist wir haben einen gott der allmächtig ist er kann seine botschaft auch jeder sprache verbreiten unser gott ist allmächtig es geht ihm nicht um die sprache es geht ihm lediglich um die botschaft wir haben propheten wem bezeugen die propheten eigentlich sprechen über hammed nein bei wen sprechen die propheten über wen sprechen die propheten aus dem alten testament jesaja 9 5 jesaja 7 14 die jungfrauengeburt über wen sprechen denn die propheten richtig über dem messias sacher der 12 10 gott sagt achtung gott sagt im alten testament sie werden auf mich blicken den sie durchstochen haben gott sagt im alten testament noch mal sie werden auf mich blicken den sie durchstochen haben in jesus 9 5 ist uns ein kind geboren ein sohn ist uns gegeben und die herrschaft ruht auf seiner schulter und man nennt ihn wunderbare ratgeber starker gott hell und ewig vater wenn man jetzt fragt ist doch der sohn gottes wie kann er unser vater sein wenn jesus sind vergibt dann sagt er mein sohn deine sünden sind dir vergeben zu seinen jüngern sagt er meine kinder da geht es um eine geistliche wie bei den juden damals um geistliche kinder da geht es nicht wortwörtlich um zeugung sondern um geistliche kinder aber laut koran wird das auch abgelehnt laut surah kapitel 5 vers 18 da ist allah nicht der vater das bedeutet er kann nicht der gottes alten testament sein in deuteronomium kapitel 5 vers 14 oder 14 vers 1 steht beides geschrieben dass die israeliten kinder gottes waren kinder gottes wenn man ein kind hat heißt es nicht dass man direkt mit mann und frau geschlechtsverkehr haben muss auf natürlicher weise um das kind zu zeugen schon aber auf geistlicher ebene und das hat allah auch nicht verstanden weil er sagt in suche 6 vers 101 wie soll ich doch ein kind haben wo mir doch keine gefährten zusteht heute ich bitte euch was ist denn für ein gott denn nicht mal die trinität verstanden der hat doch nicht mal die trinität verstanden wie er sagt vater sohn und maria kein christ sagt das kein christ sagt vater sohn und maria kein christ sagt das wir sagen vater sohn und heiliger geist vater sohn und heiliger geist und diese drei sind ein ewiger gott und ein einziger gott schimmer israel adonai elohinu adonai hat deuteronomium 6 4 markus 12 32 höre israel unser herr ist ein einziger herr und ein einziger gott ganz wichtig ganz wichtig wie kommt der jetzt rein ich sehe bei mir kein oben tatsächlich ich sehe bei mir keinen oben tatsächlich sag shahada du käfer ich habe gerade die shahada gesagt laut deuteronomium also ich habe die shahada laut koran gesaugt laut suche 757 laut suche 5 vers 68 soll man an taura glauben so taura sagt deuteronomium 6 4 höre israel unser herr ist ein einziger ein einziger gott ich habe die shahada gesagt laut koran also wenn ihr so zufrieden seid leute das ist der wahnsinn es gibt keine beweise für die bibel verfälschung sie bringen sachen aus dem kodex sinaiticus welche uns aber nicht interessieren nämlich sind wir konsistent beim kodex sinaiticus ist beispielsweise der echte bahnabas brief enthalten und der echte bahnabas brief der wirklich auf bahnabas zurückzuführen ist sagt dass jesus gott ist also ich bitte euch gottes segen oder gottes segen ich weiß nicht wie die leute hochkommen irgendjemand hat hier anscheinend voll mod aber ich nicht dankeschön auch für die geschenke das ist alles nicht nötlich ich zerlegt die auch ohne geld ich brauche das gar nicht ich brauche kein geld um diese leute zu zerlegen aber ich zeige sie nicht um einfach spaß zu machen oder so sondern einfach um die botschaft gottes zu verbreiten weil ihr seht diese leute konnten nicht mehr antworten auf simple fragen wer ist allmächtiger maria oder allah doch ganz einfache fragen ist doch ganz einfache frage so hallo über ja man hört ich super die eine sache was ich nicht zu sagen haben wo du jetzt gerade mit der andere geredet hast ist wenn man nicht deutlich arabische sprache übersetzen kann wie kannst du über die mittel der religion weiter im andere länder also wie kann man die arabisch lernen wenn man nicht richtig kann übersetze auf andere sprache weil so viel bedeutung hat also das heißt dass wir alle leute wohl lernen eigentlich arabisch aus anderen ländern bestehen eigentlich um die 40 prozent die arabische aussprachen aussprachen oder sowas jetzt weiß ich nicht ob das so stimmt aber so habe ich das alles verstanden also wenn man nicht das richtige übersetzen kann wie kann ich dann die wort des gottes auf arabisch richtig lernen der wunder genau das ist ja der wunder des korans ist nicht der koran sondern dass er auf arabisch herabgesandt wird also machen sie die botschaft gottes nicht zu göttlich sondern sie machen die arabische sprache göttlich weil die anderen wurden ja verfälscht aber auf arabisch hamdu lila hamdu lila da geht es nicht weil es auf arabisch ich bitte euch glaubt ihr daran nur durch das also das habe ich aber nicht richtig verstanden weil wie ich von meiner seite das ansehen oder sowas in unserer bibel ist das liebe immer vorausgesagt also mit der liebe mit respektvoll mit anderen menschen umzugehen und alles aber auch durch das probieren zu erklären zu anderen was unsere religion eigentlich ist ich war ich sehe die ganze zeit was du machst was macht die flex babylon und alle die machen das alles gut und richtig aber ich sag's eins von meiner seite bleibe sie einfach nur lieb respekt ich weiß dass es ab und zu ergibt die leute wo sich angerichten gefühlen gefühlt aber von unserer seite wie uns jesus gott und unsere gott gelernt hat mit liebe umzugehen und alles aber das habe ich auch wirklich was die koran angeht eigentlich habe ich das nicht verstanden wie soll ich dann das alles richtig lernen wenn ich nicht richtig die sprache beherrschen kann korrekt absolut korrekt oder sie machen nicht die göttliche botschaft zu von gott eingegeben sondern sie macht die sprache von gott eingegeben er konnte nicht mehr antworten wäre der koran achtung auf altgriechisch ob dieser noch göttlich wäre er war sich unsicher leute er war sich unsicher das ist der wahnsinn das ist der absolute wahnsinn wir können sagen dass die botschaft gottes egal auf welcher sprache wenn sie genug zu verstehen ist absolut göttlich ist aber sie aber sie sagen vielleicht allah alle ich bitte euch ich bitte euch wie allah alle es ist doch die botschaft gottes die botschaft gottes die jedem menschen erreichen soll auf dieser welt wäre sie göttlich wäre sie auf einer anderen sprache ich weiß es nicht leute was soll denn das dann wollte er aufs gottes konzept springen aber da hat er ganz riesige probleme weil er gemerkt hat ich kenne seine schriften bezüglich der zwölf imam in der schöpfung darauf hätten wir gerne detailliert eingehen können sehr sehr gerne sogar aber er ist geflüchtet ja genau ich sag es nur eins wenn jemand unsere religion verbreiten möchten so zu machen und mit anderen zu reden darüber diskutieren machen sie das mit liebe wie das jesus gemacht hat also wirklich gesagt ich weiß dass es ab und zu gibt so missverständnisse oder streit oder sowas aber die leute wenn sie merken die unsere liebe zu gott also zu jesus christ selber auch da werde sie müssen eingehen weil die liebe ist das was die die stärkste ist eigentlich in unserer welt wo wir momentan leben also die liebe die respekt gegenüber gegeneinander liebe zu die unsere feinde und das ist die die stärkste was die unsere religion anbieten kann und ich denke dass es sollte auch so bleiben für immer ich weiß dass sie machen auch richtige job und sie sehr in viele sachen auch respekt und alles ich gucke sehr gerne also die vor allem belgrad weil du kommst vom balkan also von dem her ist das so aber sage ich dir dass die leute müssen verstehen wirklich was unsere religion anbieten kann also das heißt nicht nur an jesus vor allem an jesus zu glauben aber an dieser liebe wo drin steht das ist die wirklich die wirklich alles wichtigste neben die jesus die liebe was wir haben unsere religion absolut korrekt weil die bibel die bibel was lehrt sie was lehrt das neue testament was lehrt christus der mit der gnade es wird gefragt woraus besteht das gesetz und die propheten was antwortet jesus das gesetz und die propheten besteht darin liebe der nächsten wie dich selbst und liebe gott mit allem was du hast würde jede ideologie diese zwei hauptgebote woraus das gesetz und die propheten und jesus besteht verfolgen hätten wir probleme auf dieser welt nein wir hätten keine probleme auf dieser welt aber da deren herzen verstockt sind wie der prophet jesus berichtet hat da deren herzen verstockt sind was hier bei der way auch aus jesus geklaut haben aus dem koran nicht deren augen sind blind sondern deren herzen steht auch in jesus drin weil deren herzen verstockt sind und deren augen auch blind sind deswegen lehnen sie christus als den messias ab weil die muslime tun das auch sie sagen erst der messias aber was ist denn der messias was ist denn der messias der messias ist gott selber er ist nicht ein gesalbter er ist der gesalbte er ist nicht ein prophet er ist der prophet er ist nicht ein allmächtiger er ist der allmächtige und ich meine mit ein allmächtiger einer dieser götter die vollmacht bekommen habe aber er ist der gott der vollmacht gibt so wie es sein jünger gegeben hat deswegen kehrt alle um und glaubt an diesen gott israels nämlich in judas kapitel 1 vers 4 das vorletzte buch aus der gesamten bibel was nur 1 bis 2 kapitel hat wird gesagt dass christus der einzige herrscher ist und ein vers später wird gesagt dass er jesus die israeliten aus ägypten geführt hat jesus hat die israeliten aus ägypten geführt steht in judas kapitel 1 vers 5 in den ältesten manuskripten bitteschön und wer daran glaubt der hat ewiges leben wer war den sohn und den vater nicht bekennt der sieht das leben gar nicht der wird das leben nicht sehen wieso er wandert in der finsternis ohne den herrn ohne jesus den herrn das licht dieser welt johannes 1 ohne das licht wandelst du automatisch in der dunkelheit weil der zweite toch die hölle die hölle ist kein direkter physischer ort sondern was ist die hölle die hölle ist trennung vom herr und das erwartet jeden der nicht an ihn glaubt amen gottes segen flex bruder amen was ist in der zwischenzeit passiert sie erst geflüchtet habe ich habe ihn gefragt ob der koran göttlich war wer auf altgriechisch er konnte nicht antwort hat er hat er danach gesagt ich habe euch widerlegt ja ja klar klar oder dann ich frage ihn wer ist allmächtiger maria oder halla hat auch nicht geantwortet ok was ja gut was anderes was anderes habe ich ja nicht erwartet erst mal an alle die hier drinnen sind mega leid ich war kurz einkaufen ja haben wir kleinigkeiten erledigt und genau ich hoffe euch geht es gut und ja tatsächlich ja wie es aussieht hat abu belgrad den stream komplett übernommen und ich glaube ich lasse den bruder noch ein bisschen reden so noch fünf minuten und dann übernehme ich auch dann kurz und dann machen wir weiter oder ich habe schon gepredigt ich habe schon gibt mir fünf minuten bruder da mache ich weiter alles gut oder okay was die zeit so sehr gut was wir auf jeden fall verstehen müssen was von gesagt habe jesus ist das licht der welt werden ihn glaubt wandelt nicht in der finsternis wieso weil er wahrhaftig an gott glaubt die muslime sagen wir glauben an gott wieso kommen wir auch in die hölle die jude sagen wir glaubt doch an gott die atheisten wenn ihr doch alle an gott glaubt wieso kommt der anderen die hölle leute in jakobu steht geschrieben selbst die dämonen glauben an gott selbst die dämonen glauben an gott aber bringt das was du glaubst an gott aber vollbringst nicht seine werke was bringt das denn gott sagt wer mich liebt hält meine gebote die frage die sie stellt liebst du jesus bzw liebst du gott weil jesus sagt in johannes kapitel 12 wer mich sieht der sieht nicht mich sondern den der mich gesandt hat in johannes 14 finden wir das ähnliche jesus so lange bist du bei uns zeig uns doch den vater was sagt jesus so lange bin ich bei euch und die habt ihr nicht erkannt wisst ihr denn nicht dass ich im vater bin und der vater mir ist wer mich sieht der sieht den vater was meint er damit dass er der vater ist natürlich nicht damit meint er dass er gott perfekt offenbart jeder einzelne von den propheten offenbart gott auf eine gewisse art und weise aber nicht wie jesus wieso jesus ist das ebenbild des unsichtbaren gottes er ist das ebenbild des unsichtbaren gottes wer ihn sieht der sieht gott das sagt er damit wer ihn sieht der sieht gott du hat das ist keine zwischenstufe wie du redest zu jesai und dann redest du zu gott und dann reden die sei zu gott nein redest du mit ihm redest du mit gott das sagt er damit er ist das ebenbild des unsichtbaren gottes nämlich erst der wahrhaftige er ist der wahrhaftige gott und das ewige leben in gebührt dieser titel der wahrhaftige jesus gibt uns perfekte moral anstöße mohammed nicht allah nicht jesus gibt uns diese anstöße die frage stellt sich nicht mohammed und jesus fragezeichen wie es die muslime behaupten sondern mohammed oder jesus weil jesus sagt liebe deine feinde was hat mohammed mit seinen feinden gemacht was hat mohammed mit seinen feinden gemacht nur als beispiel jesus sagt liebe deine feinde es heißt also nicht jesus und mohammed sondern jesus oder mohammed und da ist die antwort eindeutig nicht mehrdeutig da ist die antwort eindeutig für wen entscheidet man sich für einen mit sünde weil mit starken sünden für jemanden der gott nicht dient oder für einen sündenfreien für den der gott perfekt offenbart für den der das ebenbild des unsichtbaren gottes ist für den der die das alte testament erfüllt für den der gekommen ist damit wir den wahrhaftigen erkennen und wer ist der wahrhaftige er selber armen leute alle armen für jesus christus alle armen für jesus christus armen 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 sehr schön gesagt sehr schön gesagt da hat der bruder wirklich einige punkte genannt die wirklich sehr 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 stark sind und der abu belgrat das ist eine maschine darf ich erst mal fragen wir der ewan ist aber bisher hier hochgekommen ich weiß es nicht ich habe und sage gesendet aber kurz vor du gekommen bist bin ich einfach rein gekommen also niemand hat dann du warst nicht da also ihr oder ihr habt ihr hat jemand anders reingelassen oder so keine ahnung nein ich habe in der punkt wo die abu belgrad mit der andere geredet hat und hat er gesagt ja die koran ist sehr wichtig auf arabische sprache dann habe ich gesagt also okay wenn die arabische sprache nicht der eindeutige übersetzung auf andere sprachen hat also dass man nicht so richtig besteht wie auf arabisch also das heißt ich muss erst sage ich mal keine ahnung zehn jahren arabisch lernen oder sogar länger dass ich einfach die glaubwürdige muslime bin also sage ich so das habe ich verstanden also das ist für mich einfach eindeutig klares nein also das heißt nicht dass ich respektiere nicht die leute wo die glaube haben also ich einfach glaube nicht daran dass eine glaube mit sprache in verbindung ist also sage ich so das ist meine meinung ist das haben die muslime würden jetzt sagen ochsen bilder das ist aber die meine die man die größte punkt wo ich niemals verstanden haben also niedermal mit sura oder diverse drin oder hadith oder weiß was ich sondern einfach nur mit dem dass man immer sagt also wohl in lade und deutliche übersetzung also was heißt gar keine klare und deutliche übersetzung wie soll ich aus bosnien oder aus deutschland oder aus amerika oder irgendwo was verstehen wenn keine klare und deutliche übersetzung gibt dann kannst du mich betrügen und lügen und weiß was ich alles dass sich in eine religion kommen darf ja römer katholisch ja römer katholisch okay okay also du glaubst dass jesus gott ist auf jeden fall auf jeden fall okay okay sehr schön das war alles das war das alles was ich haben würde sagen aber und dann bin ich einfach drin geblieben weil die meine landsmann oder balkanmann predigt gehabt hätte und dann bin ich drin geblieben aber das war es alles sie dann bedanke mich bei dir und bei belga dass ich etwas sagen darf und ich wünsche wirklich alles gute gottes segen bleibe sie gesund machen sie weiter so dankeschön 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 gut dein herz vielen vielen dank okay ja leute alle ehre dem herr jesus christus ich war ein bisschen einkaufen und genau ja da hat der abu belgrad ein paar punkte genannt die wirklich sehr sehr ausschlaggebend sind und auch für den glaube das stärkt uns auch noch mal und in johannes 14 6 und so wie der bruder abu belrad gesagt hat lesen wir das jesus spricht zu ihm ich bin der weg und die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater denn durch mich wenn ihr mich erkannt habt so werdet ihr auch meinen vater erkennen ja also es ist ganz ganz klar und deutlich dass jesus gott ist ja und er präsentiert den vater somit damit wir vom vater lernen und ja das ist krass also wenn wir sehen was die bibel also was was die bibel uns zeigt was wir lernen können vom evangelium und dass wir uns diese sachen merken müssen auch das was der vater uns beibringt beispielsweise der herr jesus christus ja kommen mit dem leben natürlich weiter klar wir sind nicht perfekt wir sind wirklich nicht perfekt aber es ist wichtig dass wir die schriften jeden tag studieren also studieren weil ich damit lernen so da der frank geschrieben jesus hs ja möge der liebe herr jesus christus sich in den geraden weg bringen frank genau da werde ich euch gleich mal was ganz schönes zitieren so aber wenn wir haben jemanden der hier hochkommt also der die letztens mal die challenge verloren ich weiß nicht hast du bock mit dem zu schwätzen gerne ich würde mich gern mit leuten über gewisse thematiken austauschen aber abo belgrad du stellst ihnen eine frage er soll auf pause gehen ich grüße euch flexig erst mal geht auf stammst du doch ziemlich klar mann und rückwärter jetzt ist das gut katastrophe kommen gleich rein leute glückwärter gleich dieser angst ich muss sagen warum chill, mama mia, komm runter, mama mia, chill, relax, komm runter, also wow, als keiner rennt weg, alles gut, beruhig dich doch, okay, Abu Belgrad, schieß los, Bruder, gerne, also ich habe mal wirklich eine sehr, sehr interessante Frage an die Muslime gerichtet, in Sura 7, Vers 157, sagt Allah, dass Mohammed im Injil und in der Taurah aufzufinden ist, deswegen versuchen Muslime, den Propheten dort zu finden, ich habe mal so eine Frage, ich weiß nicht, ob ich blind bin oder so, aber ich finde da Mohammed irgendwie nicht, vielleicht kann mir da Oslo Al-Kurdi auf die Sprünge helfen, Oslo, Jesaja 42, ich möchte, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich möchte jetzt nicht da tief reingehen, okay, in Jesaja 42, das liegt nicht komplett auf Mohammed, okay, da wurden Ahmed rausgenommen und Stütze dahin gemacht, okay, ganz kurz, ganz kurz, Belgrad, Belgrad, ganz kurz, ganz kurz, Habibi, ganz kurz, Flex, was ist los mit dir, bist du nicht mann genug, um mit mir zu sprechen, oder was, lass mich doch antworten, du redest doch jetzt mit mir, oder? Nein, nein, ganz kurz, alles gut, Belgrad, nein, nein, ich komme hoch, ich habe, du, da kannst du selber schauen, kannst du selber recherchieren, nein, nein, alles gut, wir können jetzt darüber reden, jetzt sofort, ganz kurz, ganz kurz, hörst du zu, oder bist du wie Flex, Wahnsinn, aber Belgrad, Flex, ich bin, ich komme nur hoch wegen dir, verstehst du, und du hast Angst, hast du, hast du Angst, auf unsere Fragen einzugehen? Flex, letztes Mal bist du geflüchtet, ich komme hier, ich frage an, 20 Mal, ich frage an, ich schreibe dir Kommentare, du nimmst mich auf, was los mit dir, Flex? Geh mal für eine Sekunde auf Stumm, um deine Lügen hier aufzudecken, geh mal auf Stumm für eine Sekunde, okay, ganz kurz, ich gehe jetzt auf Stumm, ganz kurz, lass mich einen Satz, nur einen Satz sagen, dann geh auch Stumm, Flex, also, Oslo, ich fordere dich, Oslo, Oslo, ich fordere dich sogar jetzt, nicht später, jetzt, Oslo, noch mal, Du hast eine Challenge gebracht, wo ich bei Patrick Altendorfer oben war, ich habe Patrick Altendorfer die Verse gegeben, Patrick Altendorfer hat es vorgelesen, Moment, der Bruder Aramea möchte hoch, der Patrick Altendorfer hat die Verse vorgelesen, ich kann mich nicht, sorry, nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich das wiederhole, Oslo, ja, das soll kein Angriff sein, ja, ich kann nicht mit Menschen debattieren, die nicht verstehen wollen, deine Challenge war so schwach, ich habe dich ganz schnell widerlegt, und ich kann nicht mit Menschen ein zweites Mal reden, wenn ich beim ersten Gespräch schon gemerkt habe, dass diese Menschen geistlich eingeschränkt sind, das funktioniert nicht, ich kann mich mit diesen Menschen nicht unterhalten, was denkst du, warum ich dich nicht hochhole, ich hole dich nicht hoch, ganz einfach aus dem Prinzip, die letzte Challenge, die wir gemacht haben, haben wir dir dem Menschensohn erklärt, das wolltest du gar nicht aufnehmen, das ist keine Beleidigung, wirklich, bei allem Respekt, ja, bei allem Respekt, also, warum soll ich meine Zeit verschwenden, um mit jemandem zu debattieren, der sowieso eingeschränkt ist, und das nicht verstehen möchte, da nehme ich mir keine Zeit für dich, ja, guck mal, ihr seid, guck mal, lass mich zu Ende reden, dann kannst du auch reden, guck mal, das gleiche wie Hamdi, Hamdi macht einen Stream, einen Tag später, und versucht sich zu erklären, ja, ich habe nur nach einer Webseite geguckt, jeder hat gesehen, dass der Kerl Schia, äh, 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 Quellen gebracht hat, und sogar noch zitiert hat, nun am Ende, versucht er sich noch rauszureden, jeder hat es gesehen, warum lügt ihr so ununterbrochen, wie kannst du über Gott sprechen, und die ganze Zeit lügen, und zwar durchgehend, wie geht das, sag mal, habt ihr keinen Scham, fürchtet ihr euch nicht vor Gott, euch ständig selber zu belügen, bist du fertig, dann kommt ihr, guck mal, der Bruder Abu Belgrad hat dir eine Frage gestellt, und jetzt gehe ich sogar auch in diese Frage rein, also, jetzt wollen wir sehen, wie weit dein Wissensstand ist, ich habe jetzt meine Bibel vor mir hier, jetzt gehen wir in Jesaja, und ey, lass mich zu Ende reden, bitte, 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 lass mich zu Ende reden, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, du hast jetzt absichtlich gelogen, okay, ich bin nicht, wir Angst hätten, würde ich dich ganz bestimmt nicht hochholen, wenn ich Angst vor Hamdi hätte, hätte ich haben die auch nicht hochgeholt, wenn Hamdi schon kein Gegner ist, dann bist du erst recht kein Gegner, das ist aber auch keine Beleidigung, sondern einfach vom Verständnis her, den Kerl kann man nicht ernst nehmen, haben die hat uns nicht alle hochgenommen, was willst du flex, was lade, ich bin noch nicht fertig, lass mich doch zu Ende reden, lass mich ausreden, aber ich bin noch nicht fertig, lass mich doch zu Ende reden, ja, Abu Belgrad, wir bleiben jetzt bei dieser Frage, wir bleiben jetzt bei dieser Frage, zeig uns im ganzen Jesaja Kapitel, wie du es gesagt hast, dass Mohammed prophezeit wird, wir wechseln das Thema nicht, Abu Belgrad hat dir die Frage gestellt und ich werde dir beweisen, dass das nicht der Fall ist, bitteschön, du hast jetzt die Bühne, Carlos Kurz, du hast jetzt Punkte erwähnt, ich muss auf deine Punkte eingehen und wenn ich es beweise, dass damit Mohammed gemeint ist, wirst du zum Islam konvertieren oder wirst du schon wieder predigen und weiter lügen, mein Challenge, wirst du zum Islam konvertieren, vielleicht, bist du Christ, wenn er es nicht ist, okay, okay, warte, wir gehen auf dein Punkt ein, wenn da drinnen Mohammed nicht vorkommt, ganz kurz, wenn Mohammed, den Jesaja nicht vorkommt, sagst du dann, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, ja oder nein, ich sage niemals, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, also bist du ein Lügner, also bist du ein Lügner, das habe ich nicht gesagt, du hast gesagt, damit ist Mohammed nicht gemeint, ich habe gesagt, wenn ich dir beweise, dass Mohammed gemeint ist, wirst du zum Islam konvertieren oder nicht, Flex, okay, und wenn er nicht da drinnen steht, sagst du Mohammed ist ein falscher Prophet, das steht da drinnen, ganz klar und deutlich, du hast diesen Punkt erwähnt, nicht ich, okay, und ich habe gesagt, ich habe gesagt, wenn er nicht da drinnen steht, sagst du Mohammed ist nicht ein Prophet, okay, Ahmed haben sie rausgenommen, dort haben sie den Stützer gemacht, okay, warte, danach sagst du, ganz laut vor 500 Leuten, Mohammed ist nicht dein Prophet, okay, wenn du verlierst, okay, Mohammed ist mein Prophet, wenn ich tausend Seele habe, okay, wenn ich tausend Seele habe, alle tausend Seele, ey, nimm die Challenge an, nimm die Challenge jetzt an, guck mal, ich fordere dich jetzt heraus, vor 500 Leuten, wenn Mohammed, in Jesaja, du hast mir, du hast mir versprochen, dass ich reden darf, oder nicht, hast du mir das versprochen, oder nicht, Flex, du hast gesagt, wenn du fertig bist, komme ich dran, stimmt, speak, 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 okay, I speak, listen to me, please, yeah, du hast Hamdi erwähnt, okay, Hamdi hat euch alle hochgenommen, Hamdi hat keine Schia-Küller gebracht, Hamdi bringt nie in seinem Leben Schia-Küller, okay, ich bin seine Schüler, ich nehme euch alle auseinander, ihr habt keine Chance gegen Hamdi, keine Chance, keine Chance, okay, keine Chance gegen Hamdi, warum hast du Hilfe geholt, warum bringst du eine David, der sich Hamdi nennt, eine Christ ist, und gibt sich alles Ex-Muslim aus, und lügt und bringt die ganze Zeit Schia-Küllen, warum holst du Abu David, Abu David, der sich Ahmad nennt, der Christ, der arabische Christ, warum holst du ihn zur Hilfe, zu Call-Center, warum, ist dein Livestream ein Call-Center, zur Hilfe oder was, warum bringst du Ahmad, warum, David, der sich Ahmad nennt, der Christ, der sich alles Ex-Muslim ausgibt, der Lügner, warum bringst du ihn in dein Live hoch, da Flex, und, du weißt schon, du weißt schon, du weißt schon, Kerle, Kerle, guck mal, das ist das Problem bei euch, du weißt schon, du weißt schon, die Quelle, die er gebracht hat, das haben wir auf Kamera, guck mal wie du lügst, ganz kurz, lass mich meinen Satz zu Ende bringen, lass mich bis Ende sprechen, okay, und Abu Qasimus unten, bring Abu Qasim hoch, ihr drei Christen gegen zwei Muslime, bring Abu Qasim hoch, Abu Qasimus unten, mein Bruder, bring Abu Qasim hoch, hast du Angst, hast du Angst, hast du Angst, du verteidigst deinen Arsch heute alleine, ganz kurz, Wallahi Billahi Flex, du wirst deinen Arsch heute alleine verteidigen, Wallahi Billahi, sag mir in Jesaja, sag mir in Jesaja, wo Mohammed prophezeit wird, ich schlag jetzt Jesaja auf, zu Ende führen, hallo, lass mich meinen Satz zu Ende führen, ja, mach das, ich hab ein Challenge gemacht, wir werden dich heute schlafen legen, ganz kurz, ganz kurz, Wallahi, ich werde dich dazu bringen, dass du zum Islam konvertierst, heute, ja, ja, schau mal, okay, aber sei ein Mann, kick mich nicht, kick mich nicht, okay, Jesaja, ich hab Jesaja auf, welcher Jesaja, sag mir, hallo, verstehst du kein Deutsch, bist du geistig krank, oder was Flex, lass mich, ich bekomme an zu beleidigen, ich beleidige nicht, aber du lässt mich nicht ausreden, wie immer, du lässt, du lässt Menschen, die sich gut auskennen, wir lassen dich, wir lassen dich jetzt so viel reden, wie du willst, guck jetzt, ich geb dir sogar Zeit, okay, geh auf uns einen Punkt ein, gib mir keine Zeit, so ist gut, so ist gut, rede, du hast fünf Minuten, rede, keine Zeit, Flex, keine Zeit, okay, Flex, wie gesagt, ich hab letztes Mal ein Challenge gemacht, du bist gefluchtet, eine, zwei, sieben, acht, Lügenmissionare waren oben, haben mir 20 Punkte gebracht, 20 Verse, 20 Verse, halbe Stunde, könnt ihr mir nicht meine Frage beantworten, ich hab euch alle herausgefordert, ich hab gesagt, am Anfang war das Wort, und das Wort bei Gott, und das Wort war Gott, dann hab ich gefragt, wer ist mit dem Wort gemeint, ihr habt gesagt, Jesus, ich hab gesagt, ich fordere euch, alle heraus, wo sagt Jesus in der Bibel von sich aus, dass er selber sagt, er ist das Wort, Offenbarung 19, 13, Offenbarung 19, 13, guck mal, ich widerlege dich jetzt, Leute, guck zu, wie ich ihnen jetzt ein Locker aufgebe, guck jetzt, bitteschön, und danach, Jesaja, danach, Jesaja, du springst, gebe ich dir Zeit, nehm abukassem hoch, ihr seid, du hast jetzt drei Hilfe, nein, 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 nimm abukassem hoch, ruhig, ruhig, ich wieder lege dich jetzt ganz schnell, Leute, aufnehmen, ich begrabe ihn jetzt, guckt jetzt Leute, 19, 13, denkst du, denkst du, ich hab keine Ahnung von der Bibel, so, also, und er ist bekleidet mit seinem Gewand, das im Blut getaucht ist, und sein Name heißt, das Wort Gottes, Bumm, Offenbarung 19, 13, Bumm, 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 wer war das Wort, Jesus Christus, nochmal, Offenbarung 19, 13, jetzt habe ich dich widerlegt, was machen wir jetzt, fertig, fertig, was machen wir jetzt, Offenbarung 19, 13, ich hab dich kurz schlafen geschickt, Offenbarung 19, 13, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, Offenbarung 19, 13, Bumm, 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 Patsch, 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 konvertiere jetzt zum Skier, du musst jetzt Skier werden, nicht mehr zum Skier, ja was machen wir jetzt, Hä? Patsch, 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 patsch. Wer war das Wort? Wer war das Wort? Wer war das Wort? Jesus Christus hast du gesagt. So, jetzt bitteschön. Und er ist bekleidet mit seinem Gewand, das im Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach dem weißen Pferden. Boom, go sleep. Und jetzt, wir switchen das Thema nicht um, geh auf den Jesaja ein. Geh auf Jesaja ein. Nichts mehr mit switch, switch, switch. Geh auf Jesaja jetzt ein. Bitteschön. Wir geben dir Zeit, antworte jetzt auf unsere Fragen. Weil heute vernichte ich dich. Alleine, Abu Belgrad muss nicht mal reden, ich vernichte dich heute alleine. Geh darauf ein. Flex, schämst du dich nicht, dass du lügst vor 600 Leuten? Dein Gott wird im Blut gebadet, oder was? Wer spricht da? Wer spricht da? Dieser Vers, den du erwähnt hast, wer spricht? Jesus selber? Spricht Jesus selber, Flex? Komm her damit. Geschwister, alle aufnehmen bitte. Alle aufnehmen, wie der Abu Langamund hier lügt. Wer spricht da? Jesus selber? Komm her damit. Du wurdest gerade widerlegt, verstehst du es nicht? Warum gibst du kein, was war meine Frage? Meine Frage war, wo sagt Jesus selber in der Bibel erst das Wort? Wo sagt er das? Komm, gib mir eine einzige Vers. Du hast deine Antwort bekommen. Wer spricht da? Warum gibst du... Geh auf Jesaja ein, ich wünsche dir das Thema nicht. Wer spricht da, du lügner? Geh auf Jesaja ein, du wurdest widerlegt. Nur ein einziger Mal stummst du mich, ich geh runter. Du wurdest widerlegt, geh auf Jesaja ein. Weil du ein Lügner bist. Keiner spricht nur nicht. Geh auf Jesaja ein, du wurdest widerlegt. Geh auf Jesaja ein. Wer spricht da? Wer spricht da? Wer? Jesus selber? Was war meine Frage? Hast du überhaupt meine Frage verstanden, Flex? Geh auf Jesaja. Wir haben dir eine Frage gestellt. Geh auf Jesaja. Flex, so nochmal von vorne. Okay, okay. Ich gebe dir einen letzten Vers. Einen letzten Vers und widerlege dich zum zweiten Mal nochmal. Okay, lass mich... Lese Johannes, Lese Johannes Kapitel 1, Vers 14. Bitteschön. Lese mal laut vor. Warte, warte, lass mich du rausreden. Noch ein einziges Mal stummst du mich, ich geh runter. Okay? Dann geh runter, weil du wurdest auseinandergenommen heute. Ihr seid vier Stück und ich alleine. Alhamdulillah. Ich rede mit dir alleine. Ich rede mit dir alleine. Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, hat nur Löwen hinterlassen. Löwen. Löwen, die keine Angst vor nichts haben. Okay? Aber du Lügner, ich habe gesagt, ich fordere dich nochmal heraus. Ich fordere euch alle heraus. Alle vier. Okay? Bringt, bring noch drei Stück, noch drei andere. Angst, Hase. Ich rede gerade alleine mit dir und widerlege dich gerade die ganze Zeit. Ganz kurz, ganz kurz. Also, Leute, guck mal, ich vernichte ihn zum zweiten Mal. Ihnen reicht wohl die Offenbarung 19, 13 reicht nicht aus. Leute, bitte nehmt das auf. Ich zerlege ihn jetzt komplett. Wir gehen sogar im ersten Johannes-Evangelium und gehen auf Vers 14, Leute. Okay? Wir lesen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, wer wohnte denn unter uns? Jesus Christus wohnte unter uns. Weißt du, was du bist, Oslo? Du bist ein Hyäne unter Löwen. Ja? Deine Challenge ist ganz schwach. Bring bessere Argumente das nächste Mal, dann habe ich wenigstens wirklich eine Challenge. Weil ihr seid keine Gegner. Ihr seid keine Gegner. Das seid ihr wirklich nicht. Sogar Mensa lacht euch aus. Ja? Wenn Mensa euch schon auslacht, was soll ich denn noch sagen? Ihr seid keine Gegner. Ihr seid Mieze, Mieze, Maus. Mieze, 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 Mieze. Miau. 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 Mohammed hat Löwen hinterlassen. Ja, das sieht man. Miau. Miau, Miau, Miau. Nichts hat er hinterlassen. Er hat lauter Lügner hinterlassen, die nicht mal in der Wahrheit sind, die nicht mal das Evangelium verstanden haben und Steine küssen in der Kabah, während dieses Ereignis beim alten Pharao, wo die Heuschreckenplage war, wiederholt sich ebenfalls dieses Ereignis in der Kabah. Und dann sagst du, er hat Löwen hinterlassen. Boah, wie mächtig dein Allah ist. Maschallah. Maschallah. Du hast einen mächtigen Gott. Der konnte nicht mal deine Kabah beschützen. Und du redest hier vom mächtigen Gott und Löwen. Kerle, bitte, hör auf, Mann. Komm zu den Herrn Jesus Christus. Jesus Christus liebt dich. Oslo, höre auf dein Herz. Was stimmt mit dir nicht, Mann? Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Boom! Zum zweiten Mal. Ich übergebe an Abu Belgrad. Ich bin gleich wieder... Flex, ich weiß nicht, Wallahi, du bist geistig krank. Geistig krank. Du bist geistig krank. Urban, ganz kurz, Abu al-Farraq. Bring einen Vers im Koran, wo Jesus sagt, er ist der Messias. Wieso beleidigst du ihn? Wieso beleidigst du? Guck mal, er sagt, Mohammed hat Löwen hinterlassen. Diese Löwen, diese Löwen haben deine kodische Ohr-Oma auseinandergenommen, damit Kinder wie du rauskommen. Niemand lässt dich ausreden. Wieso beleidigst du ihn? Jetzt hat er eine andere Vers gebracht. Wer spricht da? Da spricht nicht Jesus. Da spricht nicht Jesus. Jesus muss es nicht sagen. Urban, lass ihn, er blamiert sich. Schämt ihr euch nicht, dass er... Okay, warte mal. Kurdi, Kurdi, weil das Jesus nicht von sich sagt, ist das nicht? Weil Jesus von sich selber nicht sagt... Nein, du redest Kamenurin. Habt ihr meine Frage nicht verstanden? Lass mich ausreden. Okay, okay. Wenn Jesus von sich selber nicht behauptet, das Wort zu sein, also ist er nicht das Wort. Ist das dein Argument? Urban, lass mich ausreden. Lass mich ausreden, okay? Der Abu Langamund, er ist gefluchtet, er fluchtet wie immer, okay? Der ist geisteskrank, der Typ. Du bist geisteskrank. Wirklich, bleiben wir sachlich. Warte, wir bleiben sachlich. Ja, Oslo, ich verstehe dein Argument. Oslo, ich verstehe dein Argument. Wer spricht da? Wer? Abu Walgrad, wer spricht da? Oslo, Oslo, ich verstehe dein Argument. Du sagst, es ist schwierig, beziehungsweise nicht nachzuvollziehen, dass Jesus das Wort Gottes ist, weil er selber es nicht sagt, richtig? Du hast meine Frage verstanden. Okay, sehr gut. Also, sehr gut. Ich kenne das, Bruder. Also, wenn Jesus nicht selber sagt, er ist das Wort Gottes, kann er es nicht sein. Tamam. Wo sagt Jesus? Hallo? Wo sagt Jesus? Bitte, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Hallo? Okay, wieso willst du es fordern? Wieso forderst du es? Er hat gerade Kamelorin getrunken, Schluck. Was ist sein Gelogen? Bei dir steht in der Bibel, du musst Kot mit Brot essen, okay? Kot mit Brot. Und du sollst Kamelorin trinken und das ist an die Israeliten gerichtet, nicht an uns. Kot mit Brot. Nicht an uns gerichtet. Nicht an uns gerichtet. Brot, Kot mit Brot. Brot, Kot mit Brot. Brot, Brot. Brot, Brot. Brot, Brot, Brot. Nicht an uns gerichtet. Der Wahnsinn, Mann. Das ist an die Israeliten gerichtet, nicht an uns. Das Kamelorin hat euch gerichtet. Oslo, Oslo. Wie gesagt, die Brüder haben das aufgenommen. Du wurdest zerlegt heute. Deine Challenge, du wurdest zerlegt. Du hast eine biblische Antwort oder eine biblische Frage gestellt und du wurdest zerlegt. Und weißt du was? Wir gehen jetzt nur auf die Bibel. Ich gehe nicht auf den Koran. Ich gebe dir sogar diese Möglichkeit. Und weißt du was? Wir zerlegen dich weiterhin. Wir werden dich weiterhin zerlegen. Beweise uns in Jesaja, weil du gesagt hast, in Jesaja wird Mohammed prophezeit. Ich rede nicht mal über den Koran. Weißt du was? Wir gehen jetzt nur in die Bibel. Ich will nur Bibel jetzt. Weißt du warum? Damit wir weiterhin den machen können. Patsch, 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 patsch. Jetzt, weil du so frech bist, weil du so frech bist und weil du ein Bibelvampir bist, du bist ein richtiger Bibelvampir, werden wir dich jetzt nur biblisch vernichten. Jetzt, sag uns, wo in Jesaja wird Mohammed prophezeit. Guck mal, wir geben dir sogar die Möglichkeit, wir reden nicht mal über den Koran, nur über die Bibel. Okay? Bring uns in der Bibel, wo in Jesaja wird Mohammed prophezeit. Geh darauf ein. Und wenn du es nicht findest, sagst du danach dann, dass was? Dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Geh auf die Challenge ein. Bitte schön. Wir geben dir jetzt die Chance. Flex, du hast meine Frage nicht beantwortet. Erstens. Zweitens, wir gehen auf diesen Vers ein. Nimm Abu Qasim hoch. Okay? Ihr seid vier, ich bin alleine. Nimm Abu Qasim hoch, wenn du ein Mann bist. Hast du Angst? Nimm Abu Qasim hoch. Was ist los mit dir? Abu Qasim, nimmst du ihn hoch, dann zwei gegen vier. Flex, warum haust du schon wieder ab? Subhanallah, wenn ich Abu Qasim sein Name im Mund nehme, du rennst sofort weg. Was ist los mit dir? Komm wieder zurück, Abu Qasim beiß dich nicht. Subhanallah. Subhanallah, er sagt, das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Wer spricht da? Jesus. Beweis mir, dass da Jesus spricht. Wallahi, ich schicke dir fünf Löwen. Fünf Löwen. Du hast seit einer Woche meine Freunde, du konntest seit einer Woche, nimm Abu Qasim hoch, Flex, nimm Abu Qasim hoch. Zwei gegen vier. Nimm Abu Qasim hoch. Ich verspreche es dir, er wird auf deine Fragen eingehen, du kannst ihm Fragen stellen, er kann dir auch Fragen stellen, ich bleibe auch mit ihm, damit das Ganze hier fair bleibt. Abu Belgrat, bitte bestätige mir, dass dieser Kerl nicht geistlich eingeschränkt ist, bitte. Guck mal, sein Punkt ist, also das ist sein Punkt, Jesus ist nicht das Wort Gottes laut Bibel, weil er selber nicht sagt. Oslal Kursi. Okay, wo sagt Jesus im Koran, ich bin der Messias? Ja, Gott sagt, er ist der Messias. Ja, der Vater sagt, Jesus ist Gott. Hebräer 1,8. Thema gegessen. Abu Belgrat, Bruder, hast du die Bibel da? Ja, habe ich, habe ich auch. Leute, er hat gesagt, wo sagt er, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist? Also, Abu Belgrat, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, für Menschen, die, sagen wir mal, beschränkt sind, vom Kopf her. Lies mal Johannes Kapitel 1, Vers 14 ganz laut für die Brüder und die Geschwister bitte vor, weil der ist geistlich. Für jeden, damit die es auch verstehen, ich lese es sogar eindeutig. Alle aufnehmen bitte. Die Challenge hat er schon lang verloren, der reitet immer noch darauf. Bitte lies mal vor, Bruder. Genau. Johannes Kapitel 1, Vers 14 Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Danke. Eindeutig. So, jetzt bitte, Bruder, geh in der Offenbarung, lies mal 19, 13, bitte ganz laut vor. Das ist ausschlaggebender Vers. Das war es eigentlich. Genau. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Kontext Jesus. Aha. Johannes 10, 30 wissen wir auch, Leute. Aber wir geben ihnen einfach die passende Verse, weil sonst würde er am Ende sagen, wo steht aber das Wort Gottes. Oder noch 1. Johannes habe ich, ganz am Anfang. Das steht auch eindeutig. Ich lese mal vor. 1. Johannes ab 1. Also 1. Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens. vom Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Amen. Wer ist denn uns erschienen? Jesus Christus. Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Jeshua, Messie, Hu Akbar. Messie, Hu Akbar. Amen. Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja. Oslo, geh bitte auf diesen Vers ein. Jesaja, wo wird Mohammed prophezeit? Wenn du wieder drumherum redest, okay, wenn du wieder drumherum redest, schmeißen wir dich raus und dann holen wir Abukasim hoch, denn soll Abukasim das beweisen. Okay? Das ist unser Thema heute. Ganz einfach. Geh darauf ein, wenn du nicht drauf eingehen kannst, schmeißen wir dich raus, holen Abukasim und Abukasim soll in Jesaja beweisen, dass Mohammed prophezeit wird. Alles klar. Wir geben dir jetzt noch eine letzte Chance, dass du drauf eingehst. Wenn du nicht drauf eingehst, setzen wir dich runter, weil du bist dein Jahil. Du hast keine Ahnung. Jeder auf ein. Flex, schämst du dich nicht? Ich sage, du sagst, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer spricht da? Jesus, hallo, was ist los mit euch? Versteht ihr mich nicht? Was ist los, Flex? Gehst du auf unsere Frage ein, ja oder nein? Abukasim hoch, warum könnt ihr... Geh auf unsere Frage ein. Ich gehe auf eure Frage ein, erst wenn ihr mir meine Frage beantwortet. Was ist los mit euch? Schmeiß mich nicht raus. Ich habe gesagt, schmeiß mich nicht raus, wenn du einen... Raus. Jetzt holen wir Abukasim hoch. Vielleicht kann er dir helfen. So. So. Also, Abukasim. Unser Thema heute ist Jesaja. Wo wird Mohammed prophezeit? Du bist ja ein Bibelwissenschaftler und du bist ja gleichzeitig ein Bibelvampir. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du uns beweisen kannst, wo Mohammed in Jesaja, weil das ist euer Traum. Ihr wünscht es euch wirklich so sehr, dass Mohammed wirklich da drinnen vorkommt. Und ich wünsche es mir auch vom Herzen. Ja, vielleicht finden wir ja etwas. Ich weiß es nicht. Und dein Nachfolger Mohammedan, der vorhin hier drinnen war, der Oslo, der sich als Löwe bezeichnet hat, der eigentlich in Wirklichkeit eine Miau, Miau, eine Katze war, der nicht mal verstanden hat, was wir gesagt haben. Ich hoffe, dass du diesen Nachfolger helfen kannst. So, die Challenge ist jetzt, wo wird Mohammed prophezeit? In Jesaja. Vielleicht im Alten Testament, 5. Buch Mose, 1818. Ich weiß es nicht. Vielleicht in Jesaja. Sind wir gespannt, wer da prophezeit worden ist. Also, ich weiß es nicht. Aber vielleicht weißt du das, Abu Kasim. Deswegen, Abu Kasim, wir geben dir jetzt die Chance, auf die Fragen einzugehen, weil dein Nachfolger, der vorhin hier drinnen war, der hatte gar keine Ahnung. Deswegen, ich würde mich mega freuen. Vielleicht finden wir wirklich Mohammed da drinnen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden, ob der wirklich da drinnen vorkommt. Also, Abu Kasim, bitteschön. Erstens grüße ich euch, der Abu Langemund, du hast bis wir von mir abgehauen und bitte versprich mir, dass du mich nicht unterbrichst. Heute nochmal deine Karriere beenden, der Abu Langemund, letztes Mal über die Prophezeiung hast du mich rausgeschmissen und die Aufnahme noch poste ich, ja? Und diese Herausforderung, du hast mich gefragt, deine Bibel, erstens, du musst uns beweisen, wer das geschrieben hat. Die Bibel ist täglich, wir machen einen Update, ja? Und, bevor du mir das sagst, und du hast gefragt, über Jesaja Kapitel 42, wir gehen auch dann ran. Das betrifft niemals Jesus, sondern betrifft unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ihr glaubt, dass er für euch ist ein Gott. Und deswegen, hier steht das, Diener Allah, also der Diener Gottes. Jetzt meine Frage an dich, wenn du mir das auch beweist, die Bücher, die verloren gegangen sind, dann beweist ihr sofort. Wir gehen, als das, wenn die Bücher verloren gegangen sind, in Jeremia Kapitel. Geh bitte auf meine Frage ein. Das interessiert mich nicht, was du da warst. Wir haben dir eine Challenge gerade genannt. Gib uns ein Vers, wo Mohammed prophezeit wird, ja? Und hör auf, über verlorene Verse zu sprechen. Das interessiert hier gerade niemand. Das ist nicht die Challenge, Abu Muttah. Ja, das ist nicht die Frage. Bitte, geh auf unsere Frage ein, mein Freund. Hör auf, über irgendwas zu erzählen, was hier niemanden interessiert. Geh bitte darauf ein. Okay? Wir geben dir noch eine Chance. Erzähl uns hier keine Geschichten. Erzähl uns bitte von Jesaja, wo wird Mohammed prophezeit. Das ist die Challenge. Leute, ich möchte, dass ihr aufnehmt, meine Frage oder unsere Frage von mir und Abu Belgrad war klar und deutlich. Er soll darauf eingehen. Mehr nicht. Okay? Lass uns keine Mutter-Ehe machen, sonst muss ich bald einen Vertrag bei euch machen. Lass uns keine Mutter-Ehe machen. Geh auf die Frage ein. Jesaja, wo in Jesaja Mohammedan Rasul Police Bioponim prophezeit. Zeig es uns doch bitte. So. Abu Langimund, warum traust du dich nicht? Ich fordere dich heraus. Trau dich, bitte bleib gerecht. Das ist meine Redezeit. Ich beleidige dich nicht. Lass mich hier. Deine Bibel sagt, sogar wenn ich dich beleide, du musst mich lieben. Matthäus Kapitel 5, Vers 44. Und ich darf dich schlagen, Lukas Kapitel 6, Vers 29. Du musst mich lieben, Herr Kafir. Bleib einfach gerecht. Laut deiner Bibel, wenn du ungerecht, musst du in die Hölle sein. Matthäus Kapitel 5, Vers 20. Bleib gerecht, Herr Kafir. Wenn du ein Mann bist, dann bleib gerecht. Die Frage, die nehme ich dir an, die Herausforderung. Ich nehme an, wenn du ein Mann bist, ich will nur, dass du gerecht bleibst. Die Bibel, die Bibel verloren gegangen. Hier ist Jeremia Kapitel 51, Vers 60 bis 64, die verloren gegangen. Wenn du mir das beweisst, dann beweise ich dir sofort. Jeremia, also Numeri Kapitel 21, Vers 14, diese Bücher sind verloren gegangen. Und Jeschua Kapitel 10, Vers 13, die Bücher, die sind verloren gegangen von dem Alten Testament. Jeschua Kapitel 8, Vers 31, die Bücher sind verloren gegangen. Jeschua Kapitel 23, Vers 6, die Bücher verloren gegangen. Wenn du ein Mann bist, zeig mir das. Jeschua Kapitel 24, Vers 26, auch verloren gegangen. Die Leute schreiben das auf, ihr Kafir. Zweites Mal, Kapitel 1, Vers 18, die Bücher von dem Alten Testament sind verloren gegangen. Die Fakten sind hier. Jetzt geben wir ein Neues Testament, die Bücher verloren gegangen sind. Zum Beispiel, 1. Korinther Kapitel 9, Vers 5, wenn du ein Mann bist, zeig mir das. Galater Kapitel 1, Vers 6, Kolosser Kapitel 4, Vers 6, Offenbarung Kapitel 13, Vers 8, ja, wenn du ein Mann bist, ich gebe die Fakten, die Bücher, die verloren gegangen sind, wenn du ein Mann bist, du lachst. Offenbarung Kapitel 21, Vers 27, die Bücher verloren gegangen. Okay, gehen wir weiter. Und 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1 bis 13, die Bücher sind verloren gegangen. Wenn du ein Mann bist, dann beweist mir das. Jeschua Kapitel 42, dass ich spreche über unser Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, und nicht über deine Zombie-Gott. deswegen, hier steht, dass er Diener-Gott ist. Glaubst du, dass dein Gott Diener von anderer Gott? Glaubst du, dein Gott ist ein Diener von anderer Gott? Antwort bitte. Wallahi, der ist schockiert gerade. Die Bücher, die verloren gegangen sind und die Geschwisse hier, die nehmen das auf. Okay? Ja, Kafir, wenn du ein Mann bist, geh auf meine Frage ein. Dein Gott macht auch Fehler, die auch eher angeblich die Bücher sind und wir finden das in Alten Testament auch nicht. Ja, zum Beispiel Matthäus, Kapitel 2, Vers 23. Oder Matthäus, Kapitel 23, Vers 35. Das ist die Fakten, die Christen, die gucken das nach. Wenn du ein Mann bist, bitte beweis mir, wo das steht. Nochmal gehen, Matthäus, Kapitel 5, Vers 23, auch Jesus gelogen hat. Er hat gesagt, angeblich, dass ich den Alten Testament. Wir finden in Alten Testament nicht. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder dein Jesus hat gelogen, wurde die Verse weggemacht. Also das heißt, verfälscht. Wenn du ein Mann bist, ich zeige mir diese Verse, was ich gesagt habe. Du bist kein Christ, du bätest nur Geld an, deswegen trägst du ein Kreuz. Die Christen wissen selber, aber die Christen, weil das Christentum ist vernichtet, ist vorbei. Deswegen, du siehst überall, die Kirche wurde weiterverkauft oder Neidglub umgewandelt, Disco, ja, Neidglub, Diskothek, umgewandelt, weil gibt kein Steuer mehr, die Kirche. fertig vorbei. Deswegen, das Christentum ist verschwindet, ist einfach langsam, ist kein Christentum mehr. Deswegen, kein Mensch, wir leben 2024, kein Mensch glaubt, dass sein Gott Zombie war, oder Gott durch ein Loch rausgekommen, wie Paulus sagt in Galate Kapitel 4, Vers 4, dein Gott durch ein Loch rausgekommen, oder Lukas Kapitel 2, Vers 7, dass dein Gott durch ein Loch rausgekommen ist. Ich fordere dich heraus, beweis mir, wer die Bibel geschrieben hat. Und ich frage dich nur eine Frage, glaubst du, oder sag mir, ist die Bibel nicht verfälscht? Das ist nur eine Frage. Alten Testament, und ich fordere dich heraus, sag mir, wer ist der Jesaja? Jesaja. Jesaja selber war unbekannt, okay? Und deswegen, eure Bibel ist nicht glaubwürdig. Deswegen, du hast mich gefragt, und ich habe dir gesagt, das geht um unsere Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, weil die Bibel kann man nicht vertrauen. Warum? Weil täglich verändern die Worte, täglich. Und wenn du ein Mann bist, ich habe hier Fakten. Täglich enden die Bibel. Täglich. Beispielsweise, zweites Mal, Kapitel, Kapitel, Kapitel 21, Vers 8. Oder, zweites Mal, Kapitel 21, Kapitel 6, Vers 23. Das ist auch verfehlt. Wo der Bruder letztes Mal bei dir hier war, hat das bewiesen, der Bruder Rami. Und du hast ihn rausgeschmissen, weil er euch auseinandergenommen hat. Und der Durban hier, der rennt von mir, der bewegt sich niemals, sein Arsch ist geklebt, genau wie du. Du gehst von deinem Stream niemals raus. Deswegen fordere ich heraus, ist die Bibel verfehlt oder nicht. Wenn du ein Mann bist, das nur ein Ja nicht verfehlt. Und guck mal, was ich für Fakte bringe. Dass die Bibel nicht nur verfehlt, sondern die Bibel verpasst, wahr und umgekannt. Wenn du ein Mann bist, antworte meine Frage, ist die Bibel verfehlt? Ja oder nein? Sag einfach, die Bibel nicht verfehlt und guck mal, was ich mit dir mache. Oder sag, die Bibel ist verfehlt, dann ist alles vorbei. Kann man solche Buch nicht mehr vertrauen? Danke. Du bist auf Stumm, Flex? Du bist auf Stumm. Täglich! Täglich! Diese Urban. Urban, täglich! Täglich! In Hosea Kapitel 5, Vers 6. Täglich! Das ist schon verfälsch. Nur ich zeige dir, den verfälschst office だ homme. Täglich! Täglich! Urban, diese Urban. Du hast gedacht, er hat verdammt gemacht. Urban kann nichts machen, diese Urban. Täglich! Masha Allah. Masha Allah! du hast rap battle ich glaube bei dinger zwischen christentum rap und dinger islam rap ich glaube was geht also leute ihr habt alle aufgenommen jetzt bleiben wir mal ernst ja ich habe manchmal immer so meine zwei drei minuten wo ich mal meine späße machen so leute ihr habt alle aufgenommen er hat die challenge nicht gemacht ich habe ihnen die frage gestellt wo wird muhammad in jesaja prophezeit das war unsere erste frage die wir ihn gestellt haben leute hat er darauf geantwortet ja oder nein alle mal in den chat ja oder nein wo hat er hat ist er darauf eingegangen ja oder nein alle mal in den chat meine lieben brüder und geschwister alle mal darauf eingehen nein er ist nicht darauf eingegangen kein einziges mal alle aufnehmen ich möchte bitte dass ihr das alles aufnehmen tut wir gehen gerne darauf ein ob es verfälscht ist oder nicht und dann gehen wir in die hebräische manuskripte und schauen uns das an ob sie verfälscht ist oder nicht wir werden dich auseinander nehmen heute ich habe kein problem damit geh auf unsere frage ein und dann gehen wir in die hebräische schrift schriften rein es ist gar kein problem und dann können wir das gerne zusammen übersetzen und schauen uns das an ob es verfälscht ist oder nicht ich sage es ist nicht verfälscht geh auf unsere punkte ein geh auf unsere punkte ein wir haben dir eine frage gestellt gehe darauf ein ich lasse jetzt abu belgrad reden ich glaube der bruder will auch was sagen dann lassen wir urban reden und dann passt das und dann können wir weitermachen soll jetzt aber mehr bruder wir können gerne an abu belgrad gehen der hat sich sogar alles aufgeschrieben und mir alles gut ich lasse abu belgrad reden und dann ok so gottes segen also erstmal ich weiß nicht was hier gerade war also wir haben ihnen eine frage gestellt wie sahel 42 er hat das einzige was er bezüglich dieser thematik gebracht hat war dort steht sie das ist mein knecht das ist mohammed ja ok wieso ist das denn nicht johannes der täufer was ist das denn für ein argument da steht das ist mein knecht ja alle propheten sind seine knechte wieso ist nicht johannes der täufer der erste punkt der zweite punkt du hast gesagt matthäus 5 33 steht das in der schrift versteht und es steht dort nicht drin habibi bitte lesen richtig lesen ihr habt gehört nicht es steht geschrieben dort steht ihr habt gehört nicht es steht geschrieben damit ist die überlieferung gemeint die mündliche der talmud aber nicht die schrift an sich so zu diesen thematiken johannes kapitel 5 vers 1 johannes kapitel blablabla 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 habibi habibi tschüss doch bleibt doch locker bleibt doch locker wir haben die septuaginta die die alte schrift bestätigt Wir haben den byzathetischen Mehrheitstext, was die Schrift bestätigt. Also was ist das für eine Aussage von ihm? Was ist das für eine Aussage von ihm? Bezüglich Jesaja 42 bringe ich mal aber jetzt Argumente, und die du widerlegen musst. Dort steht in Jesaja 42,6, Ich schaffe und mache dich zum Bund, mit dem Volk, zum Licht der Nationen. Jetzt ist meine Frage nicht, bringt Mohammed den neuen Bund, sondern ist Mohammed dein neuer Bund. Dann lesen wir in Jesaja 42,1, Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das Recht. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Was ist bei der Torfe passiert? Der Heilige Geist kam auf ihn herab. Und dort müsste stehen, wenn du jetzt kommst mit Engel Gabriel, Malaka, aber das steht dort nicht. Dort steht Geist, Ruach. Und damit meint man den Heiligen Geist, den Geist Gottes, der auf ihn kam. Und nochmal, du sagst, Jesaja prophezeit Mohammed. Kannst du mir erklären, wieso Jesaja, der Mohammed prophezeit, in Jesaja 63, 64 und 66 sagt, dass Gott unser Vater ist? Dann hast du gesagt, wir wissen nicht mal, wer Jesaja ist, aber Jesaja prophezeit Mohammed, sagst du? Nächster Punkt. Und dann sagst du, ich kann dir beweisen, dass Allah an Jesaja glaubt. In Jesaja zitiert Allah. Allah zitiert aus Jesaja. Allah zitiert aus Jesaja 60 müsste es sein, aus Hadith Qutzi heißt das. Dort zitiert Allah aus Jesaja. Ich kann dir das gleich beweisen. Ich hole das gleich raus, dass dein Gott in Hadith Qutzi 37 aus Jesaja zitiert. So, danke schön, ich bin fertig. Ich hoffe, du zeigst uns, wo Mohammed prophezeit wird. Damit wir zum nächsten Vers springen können und wir dir biblisch eine Antwort geben können. Ein Vers nach dem anderen, okay? Deswegen, der liebe Bruder Abu Belgrad hat sie gerade erklärt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Komm hier nicht mit irgendwelche Verse, geh auf Jesaja ein, wo wird Mohammed prophezeit. Das ist das Thema. Wir lassen kurz mal Urban reden und dann, Bruder Abu Belgrad, willst du noch was sagen? Ja, ich hab ihn schon platt gemacht, das reicht. Okay, alles klar. So, Gottes Segen erst mal, ich spreche mal in seiner Sprache. Abu Langemut, wenn du ein Mann bist, wenn du ein Mann bist, Abu Langemut, bring mir eine Beweise. Hast du gehört, Abu Langemut? Wenn du ein Mann bist, bring mir eine Beweise. Bringe mir ein Manuskript aus Zeit von Uthman bis heute, ein Manuskript. Ich werde heute Hindu ist, wenn du ein Mann bist, Abu Langemut. Also meine Frage ist, bring uns ein Manuskript aus der Zeit von Uthman, ein einzigen. Okay? Das ist meine Challenge an alle Muslimen. Ich wollte ein Manuskript, ein vollständigen Koran aus der Zeit von Uthman. Und kein Koran, der erst 1924 geschrieben wurde. Danke. Eieieiei, Abu Kasim, du hättest keine Anfrage schicken sollen. Eieieiei, die Ziege hat Ferse gefressen und der kommt hier mit, ist die Bibel vollständig? Dein Koran, die Ziege hat Ferse gefressen. Ja, Abu Langemut. Heute sehen wir, ob du ein Abu Langemut hier rauskommst. Ich will sogar, dass du hier drinnen bleibst, Dinger, Abu Kasim. Zeig uns mal bitte, wo Jesaja Mohammed prophezeit. Bitte, wir wollen es wissen. Vielleicht kennen wir die Stelle nicht. Okay? Zeig uns das mal bitte. Abu Kasim, wir geben dir wieder fünf Minuten. Geh bitte auf diesen Punkt ein. Deswegen, Leute, alle aufnehmen. Die Challenge steht immer noch. Abu Belgrad hat es erklärt. Abu Kasim soll es mal in Jesaja bringen, wo Mohammed prophezeit wird. Ja, wir reden nicht mal über den Koran. Guck mal, Leute, wie lieb wir sind. Wir reden nicht mal über den Koran. Fair genug, oder? Also. Ja, ihr Feigling wirklich. Jeder redet, also, verschiedene Sachen gestellt haben. Der Urbane, ja, Kaffir, du rennst von mir, wenn du einmal bist. Markus, Kapitel 16, Vers 17 bis 18, Gift trinken und fremde Sprache. Ich spreche bitte einmal auf Genesisch. Ja, Kaffir, du rennst von mir weg. Jetzt meine Redezeit, Abu Langemut. Du darfst nicht reden, ja, Kaffir. Ja, Nigga. Nicht reden, ja. Laut Jeremia, Kapitel 13, Vers 23. Sei. Ja. Deine große Augen, nicht hast du gemacht, weil dein Gott rassistisch ist. Jetzt lass mich diese Punkte eingehen. Nochmal, Abu Grab, der, ich bin immer noch in Blockliste, der rennt von mir, weil er weiß, was ich mit ihm mache. Kaffir. Er hat nicht beantwortet meine Frage. Er hat gesagt, wurde das, ich habe das jetzt gerade erwischt. Also, erstens hast du mich mit das N-Wort betitelt. Du bist emotional, weil du nicht mehr weiterkommst. Das ist das Problem und deswegen beleidigst du mit das N-Wort. Aber weißt du, ich werde dich trotzdem nicht rausnehmen, einfach nur, weil der Herr wird es uns öffentlich vergelten. Und das wirst du heute beweisen. Ich habe dir die Redezeit gerade nur genommen, weil du mich mit das N-Wort gerade beleidigt hast. Aber guck mal, es ist gar kein Problem, ich lass dich trotzdem reden. Okay? Ist kein Problem, ich lass dich trotzdem reden. So gut bin ich. Ja? Rechte Wange, linke Wange. Okay? Ich lass dich trotzdem, ich lass dich trotzdem reden. Trotzdem, dass du mich beleidigt hast. Aber geh bitte auf Jesaja ein und sag uns, wo es prophezeit wird. Erstens, ja, Abu Langemut, ich hab dich nicht beleidigt. Das steht in der Bibel, Jeremia Kapitel 13, Verse 23. Denn dein Gott hat dich beleidigt. Und das steht auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 1. Ich hab dich nicht beleidigt, der steht in der Bibel. Und ich hab keine Angst vor einem Zombie-Anbieter. Wenn ich Angst habe, warum komm ich hier rein? Ihr so hier und ich hab der Durban oder Kurban oder der Kafir, Abu Sieg, Abu Kalkar. Du hast dann viele kleine Argumente. Diesen Hadith ist erstens daif. Zweitens, sogar wenn das angenommen und sahih ist, wir können den Koran nochmal schreiben, ja? Ich fordere dich heraus, dass Jesus einmal gesagt oder ein Buch geschrieben hat, wo er hat befohlen, die Bibel zu schreiben. Ja, Kafir. Die Frage an dich. Wir haben den Koran Manuskripten und wir haben den Koran auswendig, ja? Ja, Kafir. Du hast keine Ahnung von deiner Bibel. Kein Christ auf dieser Erde kann die Bibel auswendig. Zweitens, der Abu Grab, ich nenne ihn Abu Grab, weil ich hab schon beerdigt, deswegen immer noch blockiert. Er hat mich immer noch hier, überall blockiert. Abu Grab weiß, was ich mit ihm mache. Wenn du ein Mann bist, sei einfach gerecht mit mir eine Debatte über die Verwälschung der Bibel, wenn du ein Mann bist, ja? Verwälschung der Bibel. Zweitens, die Bücher, die ich wiederhole nochmal, die Bücher in den Alten Testament, die verloren gegangen sind, keiner von denen eingegangen. Nochmal, Jeremia Kapitel 51, Verse 60 bis 64. Numerie Kapitel 21, Verse 14, die Bücher verloren gegangen sind. Jeschua Kapitel 10, Verse 13. Jeschua Kapitel 8, Verse 31. Jeschua Kapitel 23, Verse 6. Jeschua Kapitel 24, Verse 26. Zweites Mal Kapitel 1, Verse 18, die Bücher, die verloren gegangen sind von Alten Testament. Jetzt Neu Testament. Neu Testament, Erze Korinther, also berief von Paulus, Erze Korinther Kapitel 9, Vers 4. Ich mache mich, ich mache mich jetzt nochmal klar und deutlich. Wir haben dir eine Frage gestellt. Dass die Muslime hier überhaupt dich feiern, dass du solche hohle Aussagen bringst, das verstehe ich sowieso nicht. Bruder, aber ganz kurz, er hat sich richtig blamiert, Bruder, weißt du wieso? Er meint ja, wo sagt Jesus, ihr sollt Sachen aufschreiben, ne? Offenbarung 21, 5. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibt es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Wer sitzt auf dem Thron der Sohn? Offenbarung 7, 17, Offenbarung 3, 21. Du kannst weitermachen. Ja, ja, der blamiert sich hardcore, Bruder, das wissen wir alle. Das Ding ist, wir lassen ihn halt reden, weil, ja, keine Ahnung, nicht, dass es am Ende hier heißt, so, ja, ihr habt mich nicht hochgeholt. Ganz ehrlich, Abu Qasim, dass die Leute, also deine muslimische Follower, die tun mir mega leid. Da kann einen nur leid tun. Das kann einen nur leid tun. Dass diese Leute dir folgen und, und, und wirklich, dass du so viel Müll, dass sie dir so, dass sie so einen Müll sich anhören müssen. Das tut schon weh. Das ist schon traurig eigentlich. Das ist mega traurig. Dass diese Leute dir folgen und so einen Müll von dir hören müssen. Das ist traurig. Wir haben dir eine Frage gestellt von Anfang an. Gib uns doch einfach eine gescheite Antwort. Wenn du das nicht kannst, geh einfach runter, weil du bist wirklich ein unwissender Bibelvampir. Für mich bist du ein Bibelvampir. Oh, Jeremia 46, Vers 8. Guck mal, rennst du jetzt wie deine Baby? Gut. Kerle, du bist so peinlich. Du bist so peinlich. Du verstehst nicht mal den Kontext dahinter. Du weißt nicht mal, um was es da geht. Kerle, du hast keine Ahnung. Du laberst echt nur Müll. Sorry. Das muss gesagt werden. Also da respektiere ich, haben die zehnmal mehr wie du. Weil haben die labert so einen Müll nicht. Haben die redet zwar wirklich ab und zu mal Müll, aber da respektiere ich, haben die viel mehr wie du. Deutlich viel mehr wie du. Du bist mega peinlich. Du bist mega peinlich. Geh auf unsere Frage ein. Wir haben dir eine Frage von Anfang an gestellt. Geh auf diese Frage ein. Hör auf, von irgendwelchen Bibelfersen zu zitieren. Geh auf die Frage ein. Wir haben dir eine Frage gestellt. Geh auf diese Frage ein. Warum müssen wir uns so oft wiederholen? Wenn du nicht darauf antworten kannst, geh raus. Du wurdest heute so blamiert. Aber dann, wenn ihr fertig mit diesem Livestream hier seid, dann geht ihr zu euch rüber. Oh, guck mal, wie wir Flex widerlegt haben. Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr belügt eure Leute von A bis Z. Und deswegen verlassen sehr viele den Islam. Wenn ich meine Chats, wenn ich meine Privatnachrichten schon lese, wie viele den Islam verlassen wegen eurer Lügen. Denn so viele verlassen den Islam. Das kannst du dir gar nicht mal vorstellen. In Numbers. Nur weil ihr lügend und ihr belügt eure Leute. Seid wenigstens ehrlich. Und sagt den Leuten die Wahrheit. Schäm dich. Schäm dich, dass die Leute so einen Müll hören müssen. Schäm dich. Schäm dich. Du bist nicht in der Wahrheit. Schäm dich. Geh auf unsere Fragen ein. Weil heute blamieren wir dich komplett. Weil der Satan war schon immer von Anfang an ein Lügner. Und deswegen stellen wir dich heute bloß. Geh auf unsere Frage ein. Das ist die Chance, die wir dir jetzt geben. Geh auf unsere Frage ein. Leute, ich küsse eure Herzen. Aber das ist nicht nötig, Leute. Alles gut. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, dass wir uns mit sowas abgeben müssen. Das ist Wahnsinn. Eigentlich, na egal. Wir geben ihnen nochmal die Chance. Warum bist du so feigling? Schau mal deine Kommentare hier. Das ist nächste Liebe haben wir gesehen. Nächsten Gift. Ja, haben wir gesehen. Aber Grab. Aber Grab. Du hast nicht einfach. Ich fordere dich nochmal heraus. Wo Jesus das gesagt hat. Oder ein Buch geschrieben hat. Du hast er gebrügt das von Offenbarung. Ich sage dir sogar Johannes. Sag mir, ich fordere dich heraus. Das Johannes in Sein, das Evangelium von Johannes, hat das nicht geschrieben. Matthäus hat das nicht geschrieben. Lukas hat das nicht geschrieben. Markus hat das nicht geschrieben. Sogar eure Gelehrte, sogar Briefe von Paulus waren nicht echt. Wenn du deswegen, du lügst jetzt gerade. Du hast gesagt, Matthäus, diese Frage, die ich gestellt habe. Der Abulangemund hat bestätigt, dass die Bibel unnötig ist. Ich habe die bewiesene Quelle gegeben, dass die Bibel verloren gegangen ist. Ja, ich weiß. Du gehst nur um Geld. Um Geld. Money, 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 money. Du bist ja nur wegen Geld. Nicht, dass christentum logisch ist. Kein Mensch, der gesunden Verstand hat, glaubt an... Nummer eins. Also ganz ehrlich, ich hätte Besseres zu tun. Hier geht es darum, das Evangelium zu verbreiten. Schaut mal, Leute. Absoluter Atheist. Absoluter Jahil. Ganz kurz. Ich erkläre das jetzt nochmal in Worten, Leute. Ich lasse mal Urban kurz reden, dann bin ich auch gleich wieder da. Kleinen Moment. Ja, Bruder. Ich habe gefragt, bring mir ein Manuskript aus der Zeit von Uthman. Kann er nicht bringen, weil es den nicht gibt. Es gibt Manuskripte ab dem Jahr 1000. Wir haben 400 Jahre, wo es keine Koranmanuskripte gibt. Umar Al-Khattab behauptet in Suyuti, dass sein Koran eine Million Buchstaben hat. Der heutige Koran hat 300.000 Buchstaben. Immer noch. Bring mir einen einzigen Manuskript aus der Zeit von Uthman. Und dann, du Atheist, du Atheist, Mohammed, bring mir eine einzige Überlieferung, wo Mohammed gesagt hat, schreib nach meinem Tod den Koran. Bring mir diesen Hadith, diese Überlieferung. Ihr habt keine einzige Überlieferung, wo Mohammed jemals befohlen hat, einen Koran zu schreiben. Und als nächstes hat, wo Abu Bakr beauftragt wurde, den Koran zu schreiben, steht in Bukhari, hat er gesagt, warum soll ich etwas tun, was der Gesandte Allah nie getan hat. Euer Koran war nie befohlen, nie geplant. Mohammed hat nie gesagt, schreib den Koran. Da sieht man, was du für ein Atheist bist, nur mit atheistischen Argumenten. Also wie gesagt, Abulagimut, Abulagimut, bring mir einen Manuskript aus der Zeit von Uthman mit Namen. Und warum hat Omar Al-Khattab behauptet, dass sein Koran eine Million Buchstaben hat, dein heutiger Koran hat 300.000 Buchstaben. Abulagimut. Ich möchte eine Sache klarstellen, auch für Abu Kasim. Ihr seid neidisch, weil eure islamischen Streams untergehen. Und das kann jeder hier auf jeden Fall bezeugen, dass es so ist. Ihr seid neidisch auf mich, weil eure islamischen Streams in den Keller gehen, aber ganz weit unten, weil eure Lügen aufgedeckt werden. Und deswegen kommt ihr hier rein und sagt, ah Flex, du machst das nur für dies und du machst das nur für dies. Glaub mir, ich hätte Besseres zu tun. Glaub mir, ich könnte die Bibel nehmen und alleine hier sitzen und selber lesen. Und müsste mir diesen Hirngespinst, was ihr hier veranstaltet, mir nicht geben. Aber ich mache das für meine Brüder und Geschwister und ich mache das für den Herrn und nicht nur für mich. Ich mache das auch für den Herrn und für die Geschwister hier drin. Without lies, islam dies. Ihr seid nur am Lügen. Man muss euch aufdecken. Man muss diese Lügen aufdecken. Sorry Leute, aber das muss gesagt werden. Das ist Wahnsinn. Eure islamischen Streams gehen so weit runter. Weißt du warum? Lügen über Lügen über Lügen und die Leute merken das. Deswegen eure Zuschauerzahl der islamischen Streams, bumm, weiter tief unten. Ganz weit unten. Ganz, 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 ganz weit unten. Ihr seid nicht in der Wahrheit. Ihr seid einfach nicht in der Wahrheit. Ihr seid tief gesunken. Ihr seid so tief gesunken. Mittlerweile, die Streams hier, TikTok gehört den Christen. Was habt, wo seid ihr hier groß in TikTok? Die islamischen Streams. Zeigt mir, welchen islamischer Stream groß ist. Zeigt mir mal welches. Abu Belgrad hat euch sogar zerstört, Mann. Mensa nimmt euch komplett, hops, nimmt euch auseinander. Die anderen Brüdern und Geschwistern haben euch alle hops genommen. Weil ihr nicht in der Wahrheit seid. Weil am Ende des Tages, ganz kurz, Urban, am Ende des Tages nur die Wahrheit gewinnt. Der Bruder Abu Belgrad alleine hat euch alle hops genommen. Und dann redet ihr hier von, ja, Islam wächst. Nein, ihr seid richtig am abkacken. Aber richtig. Das kann hier jeder hier drin beweisen. Zeigt mir mal, welcher islamischer Stream bei euch hier drin läuft. Welcher? Ja, also ich kenne keinen. Der Einzige, der euch noch am Leben hält, ist euer Liebe zum Haschisch. Das war's. Eure ganzen Streams, die sind so weit runter. Keiner guckt euch an. Weil ihr seid nicht in der Wahrheit. Ihr lügt. Und die Leute checken das. Ihr seid so am abkacken. Der Einzige, der euch noch am Leben hält, ist Liebe zum Haschisch. Das war's. Liebe zum Haschisch hält euch noch am Leben. Der Rest, für alle unten, weit unten. Flex, dürfte ich mal... So, ganz kurz, ich gebe nochmal Bühne für Urban. Ich wollte was zeigen. Oh, sorry, Aramea, ich lasse dich gleich reden. Ich lasse dich gleich reden. Damit Abulah Gebut sieht. Hier in Bukhari 4986 beschwert sich Omar Al-Khatab, dass bei der Schlacht von Yamama viele Teile des Korans verloren gegangen sind. Ich möchte wissen, welche Teile. Hier sagt Abu Bakr, warum soll ich den Koran schreiben, wenn es der Gesandte Allah nie getan hat? Das heißt, bring mir eine einzige Überlieferung, wo Mohammed befohlen hat, den Koran zu schreiben. Du Atheist. Und zeig mir mal, welche Teile hier verloren gegangen sind, bitte. So, das ist mein Punkt. Und warum muss Omar Abu Bakr überreden, dass sie überhaupt einen Koran schreiben? Ja, sind ich. Ja, sind ich. Ja, Bukhari 4986. Ich habe noch hunderte andere Quellen. Und dann... Das reicht. Das reicht. Wie gesagt, bring uns ein Manuskript von Uthman, was ihr nicht habt. Und beweisen mir, dass Mohammed gesagt hat, schreib den Koran. Und welche Teile sind bei der Schlacht von Yamama verloren gegangen? Bitte, ich mache das hier nebenbei mit dir. Kein Problem. Niemand flüchtet vor dir. Du bist ein Niemand. Du bist irgendein Wicht. Okay, Urban, soll ich an Abu Belgrad weitergeben und dann Abu Qasim? Ja, Bruder, ich bin fertig. Er bringt mir eh keine Ahnung. Er wird eh drauf nicht antworten, weil es darauf keine Antwort gibt, Bruder. Der geht sowieso auf gar keinen Punkt ein. Das ist ja der Punkt. Ja, das war klar. Okay, dann lassen wir mal den Belgrad kurz reden und dann Abu Qasim. Er soll mal auf die Punkte eingehen. Ich würde mich mega freuen, wenn er auf Jesaja eingeht. Jetzt Abu Belgrad. Ich glaube, Abu Belgrad macht gerade Pause. Okay, dann lassen wir Aramäa noch reden. Ich glaube, Aramäa, dann Qasim, weil, ja. Okay, hier, Bruder. Dankeschön, Bruder. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Nee, nee, hab ich mich nicht vergessen. Damit, guck mal, ich will mal diese Zeit auch kurz nutzen. Hier sind so viele Leute. Der wird ja wahrscheinlich eher auf keinen Punkt wieder eingehen. Der wird ja wahrscheinlich nur seine Predigt wieder halten. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben von ihm bezüglich, wie mächtig der Koran, weil er auswendig gelernt wird. Allein Moses, seine Bücher sind schon so lange wie der Koran. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum ihr den Koran mit der Bibel vergleicht. Und bitte, Abu Qasim, fordere von uns keine Gerechtigkeit, wenn du Flex mit dem N-Wort beleidigst, wenn du hier jeden Einzelnen in diesem Stream beleidigst, wenn du jeden Christ beleidigst. Und dann forderst du von uns Gerechtigkeit. Du kannst nicht Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit, sage ich mal, behandeln. Und du sagst die ganze Zeit, ja, die Verse, die verloren gegangen sind und so weiter. Abu Belgrad hat das ja schon widerlegt. Wir haben die Septuaginta, die uns das alles, sage ich mal, beweist. Und du hast anscheinend viele Quellen gezeigt, wo die Bibel verloren gegangen ist. Du hast nur Verse vorgelesen. Du hast keine Quellen gezeigt. Und damit die Ursprungsaussage von Flex nicht, sage ich mal, untergeht, Jesaja 42, das geht schon seit zwei Stunden hier. Hier waren zwei Muslime oben. Niemand hat das beantwortet. Jesaja 42. Abu Belgrad hat schon darauf hingewiesen. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Da spricht Jesaja. Mohammed war nicht der Bund für die Völker. Vielleicht wurde laut euch mit ihm der Bund geschlossen. Er selber war nicht der Bund. Genau wie bei Abraham. Mit Abraham wurde der Bund geschlossen. Abraham selbst war der Bund nicht. Aber in der Bibel lesen wir, dass das Blut von Christus, sein eigenes Blut, ist der Bund. Ist der neue Bund. Und wir lesen, wenn wir mal einfach mal ein Vers weiterlesen, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Dann lesen wir mal einfach, was in Lukas, sage ich mal, steht, wo Jesus selber, du willst ja immer, dass Jesus selber spricht. Nicht Johannes, sondern Jesus selber. Jesus selber geht, sage ich mal, in die Synagoge und liest aus der Schriftrolle von Jesaja. Ich lese mal vor, Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Schau mal aus Vers 1 der Prophezeiung. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit die Zerschlangenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Er schloss das Buch und begann, ihn darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Jesus spricht. Amen. Jesus selber, es hat sich erfüllt. Er liest vor und sagt, es hat sich erfüllt. Jesus war es, der die Blinden die Augen geöffnet hat. Jesus war es, der die Gefangenen aus dem Kerker befreit hat, aus dem Totenreich, aus Schiul. Jesus selber sagt doch, sage ich mal, in Johannes, dass er das Licht dieser Welt ist. Er selber sagt, ich bin der Bund. Okay? Und wir wollen wirklich, seit Stunden wollen wir wissen, warum sollte in Jesaja Mohammed gemeint sein, wenn Mohammed nicht der Bund ist, wenn Mohammed nicht das Licht für die Welt ist, wenn Mohammed keine Gefangenen aus dem Kerker befreit hat, sondern selber Gefangene gemacht hat. Okay? Er hat ja selber Sklaven gehalten, er hat niemand befreit. Deswegen wollen wir von dir immer noch wissen, wirst du wahrscheinlich nicht machen, aber ich fordere dich trotzdem mit aller Liebe auf, vielleicht trifft dich ein bisschen der Liebe Gottes. Geh auf Jesaja ein, zeig uns, dass dein Prophet prophezeit wurde, und wir hören dir sehr gerne zu. Lass bitte diese Ungerechtigkeit weg, weil das bringt dir keine was. Komm ein bisschen mit der Liebe entgegen. Okay? Weil, so wie du hier alles darbringst, du machst dir keine Freunde. Selbst die Muslime bei dir wollen, dass du runtergehst. Deswegen hör auf, die Feinde zu machen. Ich komme dir mit der Liebe Gottes. antworte uns ganz vernünftig. Geh auf Jesaja bitte ein. Jesaja 42, eindeutig, klar und deutlich redet über Jesus. Klar und deutlich. Das sehen wir, wie gesagt, in Johannes 8, 12. Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Nicht Mohammed. Nicht irgendein Araber, der 600 Jahre später kommt, ist das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ganz wichtig, das musst du dir mal im Kopf behalten. Deswegen, wir wollen nochmal von dir ganz simpel verlangen. Du kannst, wir können auf alle Punkte eingehen, chronologisch. Wir wollen aber erstmal Jesaja abhaken, weil das ist der Ursprungspunkt von Flex. Schon die ganze Zeit sagt er dir, bitte, du bist noch nicht mal hochgekommen. Er hat gesagt, geh auf Jesaja 42 ein. Geh auf Jesaja 42 ein, damit wir das abhaken. Dann gehen wir auf deine Bibelverfälschung. Dann gehen wir auf den Koran. Dann gehen wir auf jeden Punkt, den du willst. Aber bitte erstmal Jesaja 42. Flex, ich bin fertig, ich danke dir. Genau, wir bleiben heute bei der Bibel. Ja, nur für Abokasim. Ein Vers nach dem anderen. Zuerst Jesaja, wir gehen nicht mal auf den Koran. So viel, so viel gebe ich. Ich schenke dir das alles, ja. Wir gehen nicht auf den Koran ein, nur die Bibel. Deswegen nochmal, geh auf diesen Jesaja Vers ein. Wenn du das beweisen kannst, super. Wenn nicht, der nächste Vers. Und wir widerlegen dich eins nach dem anderen. Ohne Probleme. Taib, habt ihr Leute gesehen, wie die ungerecht sind? Die keine Zeit so verschiedene Scheinargumente. Wenn ihr Männer, nur ein Thema, wenn wir reden über Jesaja, dann bleibt ihr über Jesaja. Warum dann verschiedene Themen? Der Durban, der ist abu-schmutzige Arsch. Der bewegt sich niemals in unserer Stimme, weil er weiß, was ich mit ihm mache. Deswegen, du, Hadith, was du gebracht hast, dass hier Umar, radiyallahu wa'anhu, gesagt hat, dass die, die Hafadat al-Quran wurden umgebracht, ja, die Koran auswendig. Ich fordere dich heraus, dass hier Jesus, einer von denen, den die Bibel auswendig, weil du jetzt ein Mann bist, dann führ mit mir eine Debatte über diesen Hadith. Diesen Hadith, dass die Hafadat al-Quran, die Koran auswendig, über 70, die umgebracht wurden. Deswegen, Umar sagt, ja, Abu Bakr, an hafadat al-Quran yuktalun, also die Leute, die Koran, als Sahaba, also die Gefährten, die Koran auswendig, haben im Krieg gestorben, über 70. Und deswegen, er hat gesagt, ja, die Koran auswendig haben. Das ist die, die die Antwort auf deine Frage, ja, Kafir. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat befohlen, dass Sahaba den Koran aufzuschreiben. Ja, und der Jibril, alaihi wa sallam, kommt zu unserem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einmal Koran, bitte, stimm dich, stimm dich, Abu Langemund. Abu Langemund, nega, nega, stimm dich, bitte, nega. Jeremia Kapitel 13, Vers 23. Nega, dein Gott hat gesagt, nega. Tick-Tock sportlich. Tayyib, yalla, nega, stimm dich, bitte. Tayyib, ich hab dich gefragt hier, und kein Christ geht das ein. Ihr lucht nur einfach, weil ich bin gestimmt, ich kann nicht verteidigen. Die Bibel, die verloren gegangen, ihr könnt nicht eingehen. Wenn ein Mann ist, und wir lesen, bitte. Jeremia, ich bitte noch mal. Jeremia Kapitel 51, Verse 60 bis 64. Numerik Kapitel 21, Verse 14. Die Büsche, die erwähnt wurde, wir finden die nicht. Jeschua Kapitel 10, Verse 13. Das wurde erwähnt, das angebliche steht, wir finden das nicht im Alten Testament. Jeschua Kapitel 8, Verse 31. Das ist auch verloren gegangen. Jeschua Kapitel... Also, ich möchte, ich möchte den Kerl ganz kurz bezüglich Jeremia 13, 23 kurz widerlegen. Ja, und dann soll er drauf eingehen. Also, es geht darum, wenn ein Gefleckter, Gepard oder ein Moor sündigt, dann verliert dieser nicht seine schwarzen Punkte. Du bist auch stumm. Ach so, du musst kurz weg, oder wie? Okay. Ja, Leute, ich sag euch ehrlich, komm mal, wir können hier so viel zeigen, wie wir wollen. Der wird wirklich leider auf nichts eingehen. Ihr seht selber, der sagt ohne Scham, ohne Scham sagt er das N-Wort locker sechs, sieben Mal hintereinander. Und mit gutem Gewissen, ja, deine Bibel sagt das doch, deine Bibel sagt das doch. Es ändert aber nichts an der Tatsache, sag ich mal, dass du dieses Wort benutzt als Beleidigung. Die Bibel ist aber nicht als Beleidigung benutzt, aber du benutzt es ganz als Beleidigung. Und das Schlimme ist, diese ganzen Muslimen, auch hier, die in diesem Stream sind, die supporten dich noch dabei. Okay? Ich verstehe, dass es euer muslimischer Bruder ist, aber ihr könnt doch sowas nicht supporten. Musste ich einen Sturmflicks. Ich musste den runtersetzen, weil der hat eine Meldung bekommen. Ich musste den runtersetzen, der muss nochmal hochkommen, aber... Ich beende kurz die Show und dann erkläre ich euch das, Leute, weil der hat eine Meldung bekommen. Keine Ahnung, was mit dem los, was da passiert ist. Bruder, 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 ich küsse dein Herzflexer. Kann ich aus... Lass mich nur den Vers kurz erklären. Ja, ich zeige das N-Wort in ihren Schiffen. Ja, okay, alles klar. Eine Sekunde, das geht schnell, das geht schnell. Also Leute, in Jeremia 13, 13, 23 steht ja drin, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Das ist falsch. Ja, es geht um die Sünde. Ich erkläre es euch. Und zwar, ein Schwarzer, beispielsweise ein Kuschik, kann ebenso wenig seine Hautfarbe ändern wie ein Leopard. In ähnlicher Weise ist Israel daran gewöhnt, Böses zu tun, dass eine Änderung nicht mehr möglich ist. Okay? Hier geht es nicht um die Hautfarbe. Hier geht es um die Sünde. Wenn wir einen Vers zurückgehen, geht es um die Sünde. Und der Herr hat gesagt, wie lange soll das denn noch gehen? Ja, wie lange soll das denn noch gehen? Und das lesen wir in Jeremia, Kapitel 13, 23 bis 27 und weiter. Ja, es geht um die Sünde. Es geht nicht um die Hautfarbe, weil der Kerl hat keine Ahnung. Es geht um die Sünde, weil er immer wieder sagt, ja, im Urtext, ja, da steht das N-Wort. N-Wort, negro, negro, heißt im Lateinischen übrigens schwarz, meine lieben Geschwister und Brüder. Der Kerl hat keine Ahnung. Der zitiert etwas, wovon er gar keine Ahnung hat. Und das wollte ich euch einfach mal sagen. Habt ihr euch das wenigstens gemerkt, meine lieben Geschwister? Wenn ja, alle mal ein Herzchen in dem Chat. Der, der es noch nicht verstanden hat, den erkläre ich es nochmal. Das ist gar kein Problem. Also alle mal ein Herzchen, die, die es verstanden haben. Ja, also wie gesagt, das war ganz einfach und easy eigentlich. Kornblume, vielen, vielen Dank. Ich küsse doch eure Augen. Vielen, vielen Dank. So, okay, super. Also wenn alle das verstanden haben, super, dann freue ich mich. Ich lasse gleich den Urban weitermachen. Was ist jetzt mit dem Kerl? Okay. Ja, auf jeden Fall Leute, ihr habt ja gesehen, er hat mich mehrmals mit das N-Wort betitelt. Ich bin sehr locker geblieben. Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich muss auch ganz ehrlich sein, wenn das früher, wenn mich früher jemand so genannt hätte, würde ich ganz anders reagieren. Aber ich nehme das gar nicht ernst und ich kann euch auch sagen, warum. Der Kerl hat seinen Lohn doch schon längst empfangen. Ja, sowas, sowas kann man gar nicht ernst nehmen. Der hat so oft das N-Wort benutzt, wo ich mir echt denke, so, das ist Islam. Die sagen immer, sie respektieren Dunkelhäutige, aber der hat so oft das N-Wort benutzt, dass ich sage, ja, das ist Islam. Das ist Islam. Ich habe ihn kein einziges Mal beleidigt. Weder noch habe ich seine Herkunft beleidigt. Weder noch mache ich mich lustig über seine Nation. Null. Und wisst ihr warum? Weil Jesus Christus uns diese Liebe gegeben hat. Das prallt an mir vorbei. Er hat so oft das N-Wort gesagt, er hat so oft das N-Wort gesagt und ich bin auch ganz ehrlich, das prallt an mir ab. Ich nehme das gar nicht ernst. Ich kann so Menschen gar nicht ernst nehmen. Wie soll ich so jemanden ernst nehmen? Das ist, keine Ahnung, ein Stück Hund, den kann man gar nicht ernst nehmen. Wirklich. Das ist ein streuender Hund, den kannst du gar nicht ernst nehmen. Da kannst du nur drüber lachen, Leute. Da kannst du nur drüber lachen. Ich nehme den Kerle gar nicht ernst. Deswegen alles gut, Leute. Ich nehme das auch gar nicht persönlich, falls ihr das denkt, dass ich das persönlich nehme. Ich nehme das null persönlich. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe auch, dass Dunkelhäutige, die hier drin sind, meinesgleichens, dass sie wach werden und realisieren, wie der Islam wirklich ist. Und deswegen machen wir diese Aufklärung. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass wir die Wahrheit haben, dass wir das Evangelium verbreiten können und aus dem Evangelium zitieren, dass wir unsere Brüder und Geschwister einfach dieses Evangelium weitergeben können. Amen. Amen. Wir müssen nicht lügen, sondern wir antworten biblisch. Ja, ganz einfach. Wir müssen hier nicht irgendjemanden drohen oder so. Das haben wir Christen gar nicht nötig. Ja, das haben wir Christen gar nicht nötig. Amen, Leute. Ich mache jetzt mal den Urban kurz groß und dann machen wir weiter. Also ich wollte mal zeigen, dass es alles absolute, absolute Atheisten sind. Sie haben nichts mit Gott gemeinsam. Tut mir leid, Flexer, dass ich das zeige. Ich liebe dich. Ich wollte nur zeigen, dass auch sie in ihren Schriften das Wort gerne und oft benutzen und auch sich dafür überhaupt nicht schämen, aber uns dafür kritisieren. Aber ihr seht, er ist auf keinen Punkt eingegangen. Wie gesagt, Mohammed hat nie befohlen, den Koran zu schreiben. Absolut Atheistisch. Er hat gesagt, die Saberärzte haben befohlen, wir brauchen eine Quelle, eine Überlieferung. Und in dem Hadith um die Schlacht um Yamama steht nicht, das steht zwar, was er gesagt hat, dass so und so viele Leute, die den Koran auswendig kannten, gestorben sind. Aber es steht auch, dass Teile bereits verloren gegangen sind. Wie gesagt, absolut Atheistisch. Gar keine Ahnung von nichts. Dankeschön, Bruder. Ist kein Problem. Immer wieder gerne. Genau. Da werde ich nochmal was Schönes zitieren und dann sprechen wir mit dem neuen Gast, der hier reingekommen ist. Und bitte neuer Gast, wenn möglich, kannst du dich bitte nur kurz stummen. Aus Respekt. Ich bin nicht hier auf einer Diskussion, deswegen. Okay, was willst du dann von uns? Du hast mir eine Sache sagen, du hast gesagt, auf Dessen des Muslimen, Noah Abu Bakr, wie heißt der Abu Ghazim, bitte schmeißt nicht alle Muslimen in einem Topf rein. Was für ein Landsmann bist du überhaupt? Ich bin Samala. Somalia? Ja. Weißt du eigentlich, wie Mohamed Dunkelhäutige nennt? Was denn? Achso, das weißt du gar nicht. Wie denn? Hey, das ist nicht sein Ernst. Weißt du, wie Mohamed Dunkelhäutige bezeichnet eigentlich? Warte, meinst du das mit Rossinikopf? Weißt du eigentlich, was Mohamed mit Dunkelhäutigen getan hat? Ich gehe mir auf eine Diskussion ein, was ich auf der Seite keinen Bock habe, aber alles tut. Meinst du jetzt... Abu Ghazim, wenn du auf die Diskussion keinen Bock hast, warum stellst du eine Anfassung, kommst du? Meine Freund, du hast gesagt, dass alle Muslime so sind. Du sagtest auf dessen, was der Abu Ghazim getan hat, was er gesagt hat, der Islam ist ja alle so. Eine Person ist nicht der... Wenn du wüsstest, wie diese Menschen hinter verschlossenen Türen, wie sie deine Hauptfarbe beleidigen, dann würdest du nicht hier hochkommen und diese Aussage tätigen. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, schmeißen raus zum dritten Mal. Er hat das Endwort viermal oder fünfmal gesagt, du hast nicht rausgeschmissen, das ist eine Fehler eigentlich. Und so weiter, er ist nicht der Islam. Er ist nicht der Islam, er ist nicht der Islam präsentieren. Das ist meine Aussage von dir. Doch, das macht er. Wenn er hier oben ist und mit Christen eine islamische Debatte führt, repräsentiert er in diesem Moment den Islam. Und das hat er sehr gut gemacht. Aber ist er der Islam? Jetzt in diesem Moment repräsentiert er hier den Islam und das hat er sehr gut gezeigt. Aber ist er der Islam? Und das, was er gesagt hat, das denken alle über dich. Wovon ist er der Islam? Du hast unseren Punkt nicht verstanden. Er präsentiert den Islam richtig. Nein, das meine ich ja, das meine ich ja. Er tut nicht auch, auch wenn er präsentiert ist, aber selber nicht der Islam. Der Islam ist außerhalb dieser Sache, der Rassismus und so weiter. Was ist der Islam? Weder außerhalb der Rassismus. Wer sagt, dass Islam nicht rassistisch ist? Wer sagt das? Wer sagt, dass er rassistisch ist? Aber Allah sagt, er sei es bei Allah. Du wirst in den Hadisten als Negro bezeichnet und du sagst, was erzählst du da eigentlich? Wo denn? Wo steht denn das? Urban! Urban! Zeig ihm mal bitte die Quellen. Ansonsten, ich suche das kurz raus. Weil ich denke, du hast die immer meistens parat. Du wirst in den sunnitischen Quellen als Negro bezeichnet und du feierst das auch noch. Hey, bitte. Warte, warte. Hätte ich das gefeiert, hätte ich nämlich gesagt, nehm ihn raus. Wo feierst du? Ich habe gesagt, in den sunnitischen Quellen wirst du als Negro bezeichnet. Du möchtest aber sehen, wo steht das? Mach Urban groß. Also, bitteschön. Hier, Urban, mach mal groß, weil ich such gerade selber raus. Der Rosinenkopf ist nicht nidio, aber alles tut. Kein Problem. Kein Problem. Wir suchen dir die Quelle gerne raus. Er requestet, Allahs Messenger himself asked, warte, 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 warte. Wenn Abu Bakr goes away, it went Negros, he used to play. Oh, oh. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Lies mal Arabischen bitte, im Arabischen. Hol mal einen Araber hoch und dann muss man auf Arabisch lesen. Es gibt Schlimmeres. Auf Arabisch, wie heißt noch mal das Wort N-Wort auf Arabisch? Warte, ich hole mal den Bruder hoch, der spricht Arabisch. Es könnte vielleicht sagen, dass ein Schwarzer darunter... Nein, 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 Bruder, du wirst beleidigt, vertrau mir. Weißt du, wie Mohammed Schwarze beleidigt hat? Mohammed hat gesagt, wenn ein Schwarzer Hunger hat, dann wird der Sinner begehen. Er hat so ekelhafte Aussagen gegenüber Schwarze in den authentischen Quellen. Du glaubst das gar nicht. Du glaubst das gar nicht. Er hat euch als Tiere bezeichnet. Und ihr als Schwarze folgt Mohammed. Okay, Abu Hajar. Ganz kurz, Leute. Abu Hajar. Ja, Bruder. Kannst du Arabisch lesen zum Bruder? Ist bei mir schwer. Aber ich weiß schon, wie man das schreibt. Aber auf jeden Fall, wenn das N-Wort auf Arabisch ist, genauso wie im Deutschen. Ja, so gibt es im Arabischen keine Antwort. Doch. Also, im Arabischen ist das genauso wie im Deutschen. Das sprichst du genauso aus und das ist dieselbe Bedeutung. Inwiefern? Wie inwiefern? Also, wenn ich das N-Wort benutze im Deutschen, benutze ich das genauso wie im Arabischen. Aber Hajar, welche bedeutet in der Hand, das hat das N-Wort? Das brauche ich hier nicht sagen, also... Gibt es nicht. Es gibt kein Wissen dafür. Man nannte nur diese Leute... Okay. Man nannte die Schwarzen versklavten... Genau, genau, genau. Aber wenn hier... Auf das, was Amerika hereingebracht hat und nicht Islam oder sonstiges. Im Arabischen gibt es das N-Wort gar nicht. Doch, doch gibt es, doch gibt es. Das N-Wort, der ist auf jeder Sprache eigentlich fast gleich. So. In jeder Sprache, doch. In jeder Sprache benutzt man das N-Wort fast, ich habe gesagt, fast immer gleich so. Im Arabischen, ja, im Arabischen benutzen wir das N-Wort, also wenn man das benutzt, genauso wie im Deutschen. Aber welche bedeuten hatten ein dieses Wort? Dieses... Was für eine Bedeutung? Ich kenne die Bedeutung dahinter. Gibt es nicht. Das hat man damals bei den Sklaven, bei den Schwarzen Sklaven. Genau. Ja, weil das Wort mit dem amerikanischen Versklaven von dem... Worauf wir aber... Okay. Worauf wir aber hinaus wollen, dass Abu Ghazim, ja, das Abu Ghazim, die Bibel angreift, wo angeblich das N-Wort steht. Oban, aber jetzt klein ist es nicht. Und er ist einfach kurz, Abu Ghazim, was wollte? Abu Ghazim hat gelesen von Luther, was er gar nicht ehrlich annimmt. Luther besteht das hier das N-Wort. Aber er hat gelesen von Einheitsübersetzung oder Schlachtübersetzung, da steht nur ein Schwarzer. Okay, du kannst Arabisch lesen, dann lies mal bitte vor. Ja, soll mal lesen, seid mal. Okay. Okay. Oban, Oban, Habibi, mach mal bitte die Quelle nochmal auf. Ich möchte die Sache, wie heißt das, auf Nederu, was doch das N-Wort, auf dessen Arabischen bezieht. Das möchtet ihr sehen. Extra Bukhari 29.06, Bruder, ich kann gerade nicht aufmachen. Ich kann... Äh, Bukhari? 29.06. Und welchen Bukhari hat Bukhari? Okay, ich hab, hey, ich hab komischerweise genau dieselbe Quelle auf. Okay. Äh, warte. Äh, Abu Bakr waved in Spears. Äh, der Obani. Radiyah, 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 im Arabischen Radiyah, Sinji? Nein. Ähm, ich hab's gleich, Leute, gib mir mal eine Sekunde. Äh, Bukhari 29.06, richtig? Naja, liest mal im Arabischen. Das ist ja schwarzer. Okay, also, dann drehe ich meine Kamera, und dann kannst du ehrlich antworten, und ich hoffe, du gibst noch eine ehrliche Antwort, okay? Ja, Samantano, welchen arabischen Wort für das Wort benutzt wird. Sicher, das Wort und nicht das Wort. Ja, ja, das werden wir ja gleich sehen. Okay. Lies einfach mal ab hier. Ich weiß nicht, was das Wort auf Arabischen in den Schwarz bezieht. Ich weiß nicht, was auf Arabischen heißt Schwarz. Weißt du das, Abu Hajar? Schwarz? Ja. Ich weiß es nicht. Da steht Dahamma. Dahamma? Dahamma, ja. Dahamma, dahamma, ja, Dahamma. Egal. Wir machen das so, wir fangen ab hier an. Noch viel besser. Ich weiß, wo das Wort nämlich, glaube ich, vorkommt. Aber lies mal ab hier. Kannst du das lesen? Hallo? Hallo? Ja, im Arabischen heißt Asud. Also Asud heißt Asud. Okay, kein Problem. Lies mal hier ab hier. Warte, na, ich möchte nur dich mal lesen. Kannst du bitte sagen, dass wir da sind Hadith? Lies ab hier, bitte. Ganz kurz. Lies mal bitte ab hier. Ich kann es so lesen, aber... Aber sag mal bitte den Hadith unten, bitte. Gleich, wenn du fertig gelesen hast. Lies mal weiter. du musst auf die stelle finden aufsetzen was sich schwarz bezieht und nicht auf wissen was die ganzen handys wir können die ganze arabische lesen aber ganz kurz lasst du liest doch weiter bitte hast du angst lesen ich kann nicht lesen also laut lieber sie fahrern für euch an sich radio werden könnte ich kann so gelesen ok 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 ganz kurz sicario ich brauche einen ehrlichen arabischen neutralen christen der das hier vorlesen weil was man ihrer code abu al iraq den traue ich nicht den traue ich hier ist ja ein christlicher araber haha ok 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 iu-jahbelia ich bin hilja media media diesmal bitte ab hier wurde Ja, bitte. Ja, ich sage das auch so, man denkt, okay. Ahmet, an Ibn Hohab, Alamma, Aqafal. Kam dieses Wort hier vor? Und das ist ein Hinzufügen, so dass es noch schlimmer war. Seierliche Bildung. Noch mal, noch mal, gehen wir zurück zum arabischen Text. Mach mal ein bisschen größere Prober. Ja. Niesmal aber Fokala, ob der Fokala, also da, wo steht, sallallahu, r.sallallahu, a.sallam, Aqafal, Adda. Tanzein, 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 Tanzein. Falaat, Naam, Famaami, Werah, Aqra, Walaakala, Haddhan, Uyakul, Dunkum, Biya, Malford. irgendwo müsste das wort vorkommen hier oben hier oben kommt das wort einmal vor dann lese ich mal noch mal alles hier hier kommt das wort irgendwo vor es muss ich warte warte brauche ich ließ das noch mal noch mal alles vor ja so was mara was marat was heißt das warte ich hab's gefunden verjahre die wakane jahr will also dann heißt ja schwarz richtig als sudan heißt schwarz genau und hat man ja das wort schwarzen negro übersetzt also das müssen die sagen aber alles tut das muss man nicht sagen so tun heißt genau wie die als sudan als sudan steht hier es wird also zu sein aber ich heiße schwarz nicht das antwort na doch nein doch dass man früher hat man ein wahlungswarte warte warte wenn man wenn man früher zu farbigen menschen gesagt hat nicht als wort sondern als sudan oder schweizer zu sagen als sudan auf focus welche bedeuten hat das schwarz 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 bedeutet also schwarz ist schwarz ist ja nicht ein endwort muss nicht sein bruder warte kurz warte kurz habe eine warte hat er hat er hat das hat das vers gebracht im jeremia wurde schon stehen soll aus dem luther bibel wo steht das antwort aber er hat gelesen am von einheit übersetzung da steht nur wenn ein schwarzer sein haus und weiter ist gleich ja 2 heim am na 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 brother you have to say salammu mutta salammu mutta salammu mutta haa 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 was alles an armee? Ich teste armee und zurecht und es gibt einen Aus positives, deinen Ausbilder zu zeigen! das ist auch unser Ausbilder. Ich teste es nicht einen Ausbilder! Acht? Es hat ein Ausbilder an den Moskalen gehört. Der Ausbilder hat das die Ausbilder ist das Ausbilder der Ausbildung, die Ausbilder waren. Besonders ausbilderinnen. Ein Ausbilder ist. Ja, so the meaning of the Sudanese means Negro. Wenn du jetzt öffnest, wenn du jetzt öffnest, Miskat al-Masabih 119 ... Bruder, ich bin selber schwarz. Deswegen ärgere ich mich gerade. Bruder, wir sind alle schwarz. Nein, du bist nicht schwarz. Leute, lass mich das prüfen, lass mich das prüfen. Kannst du Miskat al-Masabih 119 öffnest? Nein, hier nicht. Welche Source? Miskat al-Masabih. Miskat. Das ist der Hadith, Bruder, der im Englischen als Hassan eingestuft wird, aber im Arabischen als Sahih. Da haben sie bei der Einstufung gelogen, den den jetzt 8 mal zeigen wird. Miskat al-Masabih. Also ist das Wort nicht ein N-Wort richtig? Doch, doch. Ist das N-Wort, so wie ich es dir gesagt habe. Okay, aber als Sudan heißt nicht N-Wort, aber alles gut. Nochmal, da steht nicht als Sudan, als Sudan ist ein Mann, aber hier steht als Sudan ist ein Mann. Okay, ich warte. Bitte. Ja, ich warte. Ich lese dir etwas vor. Mein Freund. Abu Kuyoshi. Du musst uns gut zuhören. Ja, okay. Heide. Okay? Bruder, hör mal zu. Du kommst aus Somalia. Guck mal, du kommst aus Somalia. Ihr seid stabile Leute. Hey, ihr seid schwarz. Ich bin schwarz. Bruder, ich will dir nur die Augen öffnen, Mann. Ich sag dir ganz ehrlich, der Professor, unser Bruder Ahmad, ist nicht umsonst Hex Delefi. Er ist nicht umsonst Hex Delefi. Was? Oder man Schia. Er ist, Er avocado… Ahmad, waren Sie ein Schiatt, oder waren Sieplanten Yous while I when I am a Teenager. So, warum liefst du nicht, warum du von dem Propheten Ibrahim lernst, um ein Lier zu sein, weil dein Propheten Mohammed sagte, dass Ibrahim ein Lier ist. Okay, also lass mich das für ihn lernst. Lass mich das für ihn lernst. Lass mich das für ihn lernst. Okay, Abu Kiyoshi, ich lese was vor, sag du mir, was du hier verstanden hast, okay? Also ich weiß, um welchen Hadith es hier gerade geht, aber ich lese es dir vor nur für dich, nur damit du verstehst, dass der islamistisch ist gegenüber dunkelhäutigen. Okay, ich lese es dir vor. Das ist einmal der Mishkat al-Masabi 119, der wurde als Hassan eingestuft, aber wenn du in den Arabischen gehst, ist es Sahih. Das heißt also, sie trickseln. Und Bruder, warte mal. Entschuldigung, Abu Kiyoshi, frag dich mal, warum die genau bei diesem Hadith gelogen haben. Warum sie genau diesen Hadith im Englischen... Ja, ich muss das vorlesen, damit du das checkt. Ich muss das checkt, warum die Afrika verraten. Einerseits, ich habe Afrika verraten. Okay, ganz kurz, lass mich dir das vorlesen, ist das okay? Okay. Okay. Also. Um. Chapter, Believe in a Divine Decree. Section 3. Abu Darda reported. God's Messenger is saying, God created Adam. When he created him and stroked his right shoulder and brought forth of his offsprings, white like small ants. Ja? Bais. Das kann man sein. Das kann man sein. Und he stroked his left shoulder and brought forth of his offsprings black as though they were charcoal. Then he said to the part of his right hand to paradise and I do not care. And he said to the party on his left shoulder to hell and I do not care. So. Auf was wir sehen? Hier sehen wir. Darf ich erklären, darf ich erklären. Ich kenne Hadith. Ganz kurz, ganz kurz. Okay. Ganz kurz, berühmt dich doch. Aber kannst du kurz den Hadiths nochmal sagen? Ich möchte kurz mal, ich finde dich hier erklären dazu. Das ist Mishkat al-Masabi. Wie schauen wir das? Mishkat. Mishkat al-Masabi. Masabi, wie es ausgesprochen wird, nur am Ende nicht mit CH, sondern mit H. Abukuyoshi, da steht ganz klar die Rassen. Ich weiß. Egal welche. Das ist in der Sünde vielleicht. Egal. Nein, nein, nein. Das sind auch ganz genau die Rassen gemeint. Ich kenne diese verzweifelten Ausreden, die wir gelernt haben. Nein, da ist so gemeint. Mal schauen, lass mal, lass mal. Bitte, Abukuyoshi, lässt du mich das ganz kurz erklären? Ja, kannst du ja. Okay. Also, Abukuyoshi. Hier sehen wir, dass Allah kein Problem damit hat. Welche? Welche Nummer? Welche Nummer? Welche Nummer? Welche Nummer? 119. Bruder, du unterbrichst mich schon wieder. Also, entweder man will die Wahrheit wissen, oder man will die Wahrheit eben nicht wissen. Also, das ist schon traurig eigentlich, ne? Ähm. So. Kann ich dir das zitieren? Ich warte, bis er wieder zurück ist. Ja, das macht der Orbe lesen. Nein, 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 du kannst lesen. Okay, also, du musst mir aber auch zuhören. Ja, ich höre zu. Ich bin auf der, ich lese mir die Erkenntnis dazu. Die Erklärung. Okay, aber dann lass mich das vorlesen. Ja, okay. Okay. Also, hier sehen wir, Allah hat kein Problem damit. Die Weißen auf seiner anderen Schulter, die weiß sind, alle ins Paradies. Is no problem. The whites, all to paradise. That is what Allah said. Und die Schwarzen, zur Hölle mit denen. Das ist, was Allah hier sagt. Und hier geht es um die Rassen. Hier heißt es nicht irgendwelche Gegenstände. Hier beschreibt Allah klar und deutlich die Rasse. Die Schwarzen zur Hölle, die Weißen ins Paradies ab mit euch. Kerle, du kannst mir immer noch nicht sagen, dass du, du kannst mir nicht erzählen, dass der Islam nicht rassistisch ist. Du kannst erzählen, was du willst. Das kannst du nicht verteidigen. Das ist das, was der Hadith sagt. Wer geht denn wohl ins Paradies? Die Weißen. Wer geht in die Hölle? Die Schwarzen. Ja, was machen wir jetzt? Die Seele, nicht die Farben. Also, immer noch gleich. Kann ich was sagen dazu? Warum sagt er zu Bilal, ich habe dich im Traum im Paradies gesehen? Im Traum in wo? Er sagte, ich habe dich im Traum im Paradies gesehen. Also, ist Allah ein Lügner. Also, ganz kurz Leute, bitte ganz kurz schlumpen. Also, Allah ist ein Lügner hier. Nein, es besieht sich lediglich auf die Söhne der Personen. Das steht Rasse. Es geht hier nicht um die Töne in Südwesten. Es geht hier nicht um die Töne im Südwesten. Nein, ich muss mich aber nicht ums. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. One second, Leute. Wenn wir alle dazwischen sind, können wir keine Unterhaltung führen. So wie Allah sagt im Koran. Ahmad, one second. Abu Kiyoshi. Kann ich was sagen, bitte? Ich lasse dich aussehen, bitte. Lass mich sagen, bitte. Aber ich habe noch nicht zu Ende geredet. Aber ich möchte keinen, bitte. Lass mich sagen, was willst du erklären? Hier geht es um die... Lass mich doch was sagen, bitte. So wie Allah sagt im Koran, es werden ein paar ihre Gesichter so weiß sein und die anderen so schwarz sein. Aufwesend besitzt sich auf die Sünde einer Person. Okay. Sag das mal. Sag das mal auf Arabisch und sag das mal bitte, Ahmad. Ahmad, gib dir eine Antwort. Ihr kann kein Arabisch. Okay. Kannst du Englisch? Also ich hätte... Soll ich Ihnen das sagen flecks? Soll ich übersetzen? Okay, übersetzen mal, Bruder. Ahmad. I just wanna ask you one question before we go on the world. Ahmad, Ahmad, Agav, 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 Agav. Amo, ich sage, ich sage, dass dieses Hadith, ich sage, ich sage, Mohammed sagt, dass man von Allah ähm, jybdy jyom to die Kirche, roh ytlach nás, wojewaum rach ssirun asood, min, von der Menschen, die sich auf die Welt auswählen, die sich auf die Welt auswählen. Von der Schmerzen. Ja, also jetzt ist es der Zeit, okay? Wenn du hast du eine Schmerzen, wenn du dich aufwählen hast, wird es so wie die Banda. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Allah sagt, Allah sagte in Qur'an, auf dem Tag des Juden, einige Leute kommen mit einem schwarzen Gesicht. Und einige Leute kommen mit einem schwarzen Gesicht. Und die mit einem schwarzen Gesicht sind schwarzen, Allah wird ihn in der Hellfire bringen, weil er unvergültig ist. Also meine Frage ist, jetzt, Bruder Abu Kayyoshi, ich kann sehen, er ist aus unserer Bruder, schwarzen. Ja, er ist aus Somalia. Ah, auf dem Tag des Juden, er wird akkid, er wird als Belieber kommen, das bedeutet, Allah wird seine Gesichter nur in die Farbe verändern. Also sein Körper ist schwarzen, und seine Gesichter wird nur in die Farbe verändern. Er wird wie ein Panda. Er wird wie ein Panda. Warum Allah resistiert auf die Farbe? Lass mich sagen, bitte. Es besitzt dich lederlich auf die Sünde einer Person. Warum Allah resistiert auf die Farbe? Weil Allah verbringt, dass das schwarze ist ein Teufel, according to Muhammad Hadith. Abu Kayyoshi. Alright. Abu Kayyoshi. Wo lesen wir in diesem Text? Weil du gesagt hast, es bezieht sich auf die Sünde. Wo lesen wir in diesem Text, dass es um die Sünde geht? Kannst du mir das bitte sagen? Ich habe einen Vergleich gebracht mit dem Vers vom Koran, wo es heißt, es werden zwei Personen, die haben einmal ein schwarzer, also einer mit einem schwarzen Gesicht und einer mit einem weißen Gesicht. Auf die Sünde besitzt sich die Ungläubigen und die Gläubigen. Vielleicht kann ja auf dieser einer sein, dass Personen, die weiße Personen, die Gläubigen sind, und die Schwarzen, die Ungläubigen. Aber es besitzt sich nicht auf deren Rasse. Und die Sünde ist er gleich wie eine Nachkommenschaft, auch dessen nach einer Pause. Du sprichst, wo du dich gerade selber, ganz kurz, Leute. Weißt du, Abu Kayyoshi, weißt du, wo du dich gerade selber begraben hast? Das ist nicht mal böse gemeint. Hier sprechen wir von einer Erschaffung und nicht von einer Sünde. Du bringst ein Vers aus dem Koran, da geht es um die Sünde. Hier geht es aber nicht um die Sünde, hier geht es um die Erschaffung. Allah wusste ja, bei Ungläubig werden wir. Kiyoshi, du hast mich gerade nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Du hast aus dem Koran, du hast aus dem Koran. Kiyoshi, Kiyoshi, hallo, hallo, ganz kurz. Du holst mir ein Vers aus dem Koran, wo es um die Sünde geht. Hier geht es aber gerade nicht um die Sünde, hier geht es um die Erschaffung. Das, was du sagst, ist pure Philosophie. Den Vers, den du aus dem Koran bringst, hat mit diesem Hadith keinen Zusammenhang. Null! Das, was du sagst, hat mit diesem Hadith gar keinen Zusammenhang. Das, was du sagst, hat mit dem Koran. 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 Okay. Okay, brother. Can you give me, because I join us to talk, not to be quiet and listen, right? God bless you. Yeah. So, now, this brother, he said, he's a prophet, he's not racist, and we prove it, he's a prophet, and this, Allah is a racist. Allah racist in the black color. He compared the black color with the devils, according to Aisha's Hadith. The man prevents his prayer with the three things, black, dog, and the donkey, and the woman. And Aisha gets mad, asks, why black, not red, not yellow? He said, because black is the devil. First point. Second point, I want you now, brother, Flex. Flex, listen to me. I want you to open Sahih Muslim. Now, 1602. And read the chapter name and the Hadith name. He compared the black with the animals. Mohammed compared the black with the animals. Okay, one second. Sixteen. I hope you find that there's a black thing. It's not a black thing, it's also a black thing. Okay, so I will read it. I will read it. Kiyoshi. Read the chapter name for... Sahih Muslim 1602. Yeah, chapter 23. Read the chapter name. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. The permissibility of selling animals for animals of the same kind of different quality. That is when Mohammed sold two black slaves for one. And animals. Bruh, okay. So, which is the chapter talking about... Wait, wait, Abu Tayyoshi. Just a second. Is my term. Okay, please. Wait just a second. Is my term. So, the chapter talking about selling animals. Right? Yes. Right. Okay, ich will read the Hadith and let him to explain it. Why Mohammed compare the black people with the slaves and animals? Why he called the black people with the slaves and compare them with the animals? Ahmad, you need to remove your headphones because the sound effect is so slow. You have to remove the... Next. Okay, Albert, I just connected. Next. Okay, how about now? Now is good. Now is good. Better. Yeah, better. So my question is, according to Sahih Muslim, why Mohammed called the black as servant slave and compare the black with the animals? Next. Selling and buying like animals. Why? Okay. Habu Kiyoshi. Habu Kiyoshi. Habu Kiyoshi. Du musst eine Sache lernen, Habu Kiyoshi. Wenn jemand redet, du redest ständig rein. Das ist schlecht. Er war ja Fete. 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 Aber du musst es dir abgewöhnen, wenn jemand redet, ständig rein zu reden. Ja, aber die Sache ist einfach Fete. Und ich muss mir nur eine Sache sagen. Geh bitte auf Haditha, bitte. Hadithab. Geh auf die Seite Hadithab und liest den gleichen Hadith und bitte diese Zeichen, wo du was steht im Kontext. Okay, dann lies es uns mal vor. Sogar kein Problem. Lies uns vor. Geh bitte auf Hadithab und mit dem Hadith. Du kannst den Hadith benutzen, aber nur auf Hadithab, die Seite Hadithab. Das ist alles nur um schön zu reden. Aber okay, Bruder, du willst, du willst, oh je. Okay, Hadithab und jetzt weiter. Ja, dann Hadithnummer die, bitte? Nur die Nummer? Ja, dann Hadithnummer die, ja. Welchen? Den du hast. Okay, eins, sechs. Dann Hadith mit dem Seelen, einem, der steht. Ja, ja, alles gut. Alles gut, ich gucke danach. Dann kann ich heute auch den gleichen Hadith geben. So, ich muss, wo steht das? Bochari, wo steht das? Ganz kurz, bitte eins nach dem anderen, weil wir springen hier von einem zum anderen. Wartet jetzt kurz. Also, ich lese es dir mal vor, Sahih Moslem, 1602, okay? The brother, Ahmad, the problem is, we are, trying to help him, but Okay, I will read it for him. Guck mal, Abu Kiyoshi, ich lese das Thema vor, okay? Okay, ehrlich gesagt. Aber kannst du auch, kannst du den Zeit zeigen, bitte? Damit auch richtig auf diese Seite füßen. Kann ich es vorlesen, bitte? Ja, aber sage, bitte auch die Quelle, bitte. Ja, Sahih Moslem, 16... Nein, sagen, sagen, sagen. Explain it. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oh, someone is getting old here. Okay, I'm gonna show him. There's no problem. I am going to show him. Here we go. Here. Dein Ernst? Dein Ernst jetzt wirklich jetzt? Show me that chapter first. Yeah, but, I should... Chapter name. Okay. So, this is Hadith Was soll ich hier sagen? Ja, richtig, richtig, richtig. Sorry, ich habe gesagt, dass ich Muslim bin. Ich meine, das wäre zunah.com. Das ist richtig, richtig, sorry. Okay. Ich habe gedacht, dass es den Geist ist. Zunah.com Sahir, Muslim, 1, 6, 0, 2. Ja. Okay, here we go. Aha, und jetzt? Ja, wo ist dein Quelle? Okay, und was soll ich jetzt mit der Seite hier? Was soll ich damit anfangen? Brother, ich weiß, was er jetzt spielt, um zu versuchen zu machen. Öffne Sahir, Muslim, und gehe zu Kapitel 23. Don't go to sunnah.com Sunnah.com ist nicht gut. Oh, oh. Er sagt, dass er nicht akzeptiert sunnah.com Ich akzeptiere, ja. You know, was ist das Problem, Ahmad? Achmad. Achmad. Er sagt, er will nicht sunnah.com Okay, sag ihm, zu bringen seine eigene Sahir, Muslim. Er hat einen Sahir, Muslim. Okay. Ist er auf die Seite, oder nicht? Nein, bring du uns jetzt mal, wo es steht. Okay, welchen Hadith du mal sagst? Welchen Hadith du mal sagst? Sahir, Muslim, 1, 6, 0. Ja. Willst du ihm, Sahir, Muslim, und öffnen Kapitel 23? Ja, ich weiß, kein Problem. Muslim, 1, 6, was? 1, 6, 0, 2. So, welches Buch nochmal? 1 6 0 2 errichtet ja das steht aber nicht was aber was da steht was oh come on man come on man man zeigt ihnen die wahrheit der will andere das ist das ist das ist das hört so bad dass der black brother doesn't want to know the truth he's trying to find a way to 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 hide and to to come on come on man komm schon guck mal wir nehmen uns extra die zeit dass du die wahrheit erkennst ok und jetzt mashallah 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 ich mache das jetzt auf den hadith machen nicht groß bitte ich habe das genau von hadith hat ok wir haben ok wir haben ok wir haben nichts falsch das ist die seite die du uns gegeben hast ja hier ist doch der hadith da ja ja richtig richtig ich meine mit zuna.com ich spreche nicht von hadith ab ich spreche von zuna ja ja jetzt gucken wir ob es falsch ist wir überprüfen das jetzt der hadith ist richtig so hadith ab richtig falsch okay so um i'm gonna read it there came a slave and pledged his allegiance to allah's apostle muhammad he the holy prophet did not know that he was a slave then there came his master and demanded him back where upon allah's apostle muhammad said sell him to me and he bought him for two black slaves and he did not afterwards take allegiance from anyone until he had asked him whenever whether he was a slave or a free man so eine frage an dich aber kioshi ja eine ernste frage an dich ja dem propheten den du jeden freitag in der moschee anbeten tust ich mache mich jetzt mal ganz groß okay ganz kurz und ich stelle dir mal diese frage abu kioshi ja sagen wir mal ich bin mohammed so ich sehe jetzt ich habe zwei dunkelhäutige und die arbeiten für mich aber ich bin der mohammed so ich sehe da einen speziellen einen anderen dunkelhäutigen und denke mir so das ist ein guter sklave ihr habt tiktok sportlich so ich schaue ihn mir an ich denke mir so ja geht erst richtig kräftig ich glaube ich tausche diese zwei du darfst mich nicht unterbrechen ok wenn ich einen kommentar ja also du siehst jetzt diese zwei dunkelhäutigen und denkst du so ja komm ich verkaufe ihn jetzt für diesen für diesen schwarzen so jetzt nimmst du die zwei packst sie du verkauft sie du verkaufst diese und nimmst einen anderen schwarzen eine frage findest du das gut also für die gab es jetzt klar werde ich genau wieder von top von 99 da bist du auch sklaverei für die wurden ja auch mit klar mit klappen kauft oder nicht gerne dein mohammed hat dich verkauft und du willst dich rausreden oder was ist los mit dir es geht um eine sklave und nicht um eine person die neben ihnen ist oder sonst jetzt ist um eine sklave und für ihr weit wo war ja die tiefe dies klar versklaven eine normale sache oder nicht mein freund aber kioshi er hat dunkelhäutige schwarze sklaven verkauft findest du das tolle ob er verkauft hat ob ich das gut finde also ich persönlich befasse ich habe keine meine das problem flex bruder machen nicht mal groß ich zeige dir es noch nicht aber das problem ist mein freundes das problem ist das problem ist weil für gar bis das ist ja bei dieses klar werden und ist die tief die versklaven und ein ist klar bei islam ist er nicht genau wie einem ist ja nicht wie die wie die bei 90er die schlecht behandelt wurden aber kioshi ja also viele kummer weiß was die argumente der muslime sind die sagen ja im christentum gab es ganz klar kurz aber es gab die laberei das mag sein aber gibt es in der bibel einen beweis dass wir sklaven halten dürfen dass wir diese keine ahnung verkaufen oder sonstiges machen dürfen der herr ich kenne die bibel ich weiß um was ich aber gibt es dafür ein gegenweich das ist dass man das nicht tun darf ganz kurz natürlich wir dürfen in der bibel keine sklaven halten der gott im alten testament hat sogar die sklaverei befreit vor dem pharao mit dem schieten dass auch sklaveri von sklaven was kloven was kloveri bevor i drive i want to drive but i want to give you one more hadith is the beautiful hadith Mohammed ist der Black, und er hat ihn gegründet, und er hat ihn gegründet. Sahih al-Bukhari Kann ich dich groß machen, Ahmad? Ich denke, du Netzwerk... Sahih al-Bukhari? Ja, schreib es. Sahih al-Bukhari. Ja? 7142 Read the Hadith and let him explain it. 7142 What I think... Flex, mach mich groß. Okay. I will read it, Ahmad. Give me the number. I have it, I have the number. I have a number, but I want to show another Hadith, which is very, very... Look in the Hadith Sahih al-Bukhari, 739, also 739. Und jetzt lief mal Flex, was hier steht, und dann sage ich dir den Hadith von... Du musst das anders umdrehen, weil so... Abdullah bin Umar concerning the dream of the Prophet Muhammad in the Medina. The Prophet Muhammad said, I saw in a dream a black woman with a... Geh man näher ran. On camped here going out of... Weiter... Medina and settling... Was heißt das? Mahai. Mahai, I interpreted that as a symbol of the epidemic of Medina. Er bezeichnet dunkelhäutige als Epidemie. Findest du das auch toll? Abu Kiyoshi. Epidemie. Er vergleicht dunkelhäutige Frauen mit einer Epidemie. Findest du das auch cool? Wo habe ich wo hast du einen Vergleich lesen? Nein, liest man... Bruder, warum... Ey. 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 J significantlyfragic. Mh tern uneja. Warte mal. Wenn jemand sagt, uh... Wenn ein wenn jemand sagt, eh, guck mal diese schwarze Menschen, die sehen aus wie eine Epidemie, findest du das irgendwie? Also, inträbert das etwa zum symbol auf ... äh, time'd enemy of Medina. Warte mal. weil diesem Bereich sagen wir jetzt doch.. BPI in transferdent offen nach Piye, nämlich Alhuj e al-Juf e teuf i. Al Jufra. Ich vers leseね. B 결국 ? Nächst mal hier welches hier genau was hier steht ... ja ich erkläre ich mache es noch besser er vergleicht dunkelhäutige schwarze mit einer krankheit der sagt guck mal die sehen aus wie eine epidemie die sind krank oder eine interpretation ist nicht einfach gleich mein freund bitte er sollte ein ok ok redest du schön alles gut wir können dir nicht mehr weiter ist okay ist okay ist okay bruder alles gut nimm es so wenn du weiterhin an diese geschichten glauben möchte ist bitteschön aber okay ist okay aber was heißt an interpretation oder bruder oder alles gut aber das ist das problem ich habe keine ahnung genau ich habe keine ahnung oder nimm es so wie es drin steht verteidige es und wenn du es toll findest alles gut okay ich bedanke mich dass du da warst es war schön oder und ich hoffe dass du aus dieser pappel rauskommt abholen nicht leuten hoch die das antwort sagen ich bitte dich alles gut alles gut vielen dank dass du da warst vielen vielen dank danke oh mein gündnis hau keine black guy be so manipulated believing in something that you're getting exposed and you're getting insulted and you're still trying to defend yes you are let's see who our bar met ahmad i don't understand this he is still defending something that is against this color this is insane he is defending a black man is defending something that is against this color how it doesn't make sense that is crazy that is absolutely crazy bruder ich sag dir jetzt mal was ne ich bin schwarz meine familie schwarz ich habe diesen hadith meiner mutter gezeigt meine mutter war geschockt sie meinte was ist das da das steht niemals da drin das hat er nie gesagt sie war geschockt bruder ja weil meine mutter ist immer noch muslima leider und ich versuche sie die ganze zeit aus dem islam raus so nichts mama war ließ dir mal diesen hadith und schau dir das an was er über dich sagt du bist eine frau ließ mal was hier steht über dich du bist eine schwarze frau ließ mal was hier steht über dich wahnsinn wow leute alle ehre dem herrn jesus christus dass wir nicht so verblenden dass wir so etwas nicht haben dass wir nicht vom satan getäuscht sind weil das ist gehirn gewaschen leute das nennt man gehirn gewaschen leute amen leute dass wir nicht so was haben leute das ist krank da steht mohammed vergleicht dunkelhäutige frauen mit einer epidemie der bruder sagt einfach ja aber das ist eine interpretation du weißt nicht mal was seine interpretation ist und da war für mich schon der punkt wo ich gesagt habe ich weiß was egal okay hat sich erledigt hat sich erledigt alles gut weil ich will nichts mehr wissen wow muhammed vergleicht dunkelhäutige mit einer epidemie in diesem hadith er sagt ja aber das ist normal das ist eine interpretation ach was man das ist doch okay das ist nicht schlimm alles gut leute wow deswegen haben wir den herrn jesus christus er ist der weg ist die wahrheit er hat uns das evangelium gegeben nicht mit einer verwirrung sondern er hat uns das evangelium gegeben dass wir es verstehen mit seine worte denn das wort gottes ist die wahrheit und keine verwirrung im namen des herrn jesus christus amen und nicht irgendwelche komischen sachen oder irgendwelche komischen schriften die wir nicht verstehen und uns denken so sagen was dass wir ein krankes zeug sondern wir haben das buch der wahrheit und deswegen haben wir in der bibel keine verwirrung amen das ist ja krank das ist krank dass sie noch daran glauben alter ihre eigenen religion haben sie nicht mal den freien willen sie müssen sündigen damit allah mit ihnen zufrieden ist ja nie welcher gotten sagt du sollst sündigen damit ich zufrieden bin mit dir wahnsinn wahnsinn das ist das problem leute in matthäus kapitel 6 vers 19 lesen wir ihr sollt euch nicht schätze sammeln auf erden wo die motten und der rost sie fressen und wo die diebe nachgraben und stehlen amen das hat uns der herr nicht beigebracht sammelt schätze beim herr und rennt nicht wie ein räuber überall hin und versucht da und da zu stehen amen das sind wie räuber sind das wie räuber sammelt euch viel mehr schätze im himmel leute wo weder die motten noch der rost sie fressen und wo die diebe nicht nachgraben und stehlen denn wo er schatz ist da wird auch euer herz sein das auge ist die leuchte des leibes und wenn nun dein auge lauter ist so wird dein ganzer leib licht sein wenn aber dein auge verdorben ist so wird dein ganzer leib finster sein der kerl ist reingekommen sein auge ist komplett verdorben so wird sein ganzer leib finster sein ganz einfach er er erkennt es gar nicht mal was er da lesen tut wir können ihnen es zeigen klar und deutlich sagen hey da steht es drinnen der kerl will es nicht verstehen ich finde das eigentlich mehr als traurig leute das ist echt traurig also ich weiß nicht was ich dazu sagen soll leute das ist also mir fehlen da jegliche worte jegliche worte fehlen mir bei sowas naja so wer ist das hier und wir nehmen wir kurz hoch das wahnsinn so so servus hallo ich wüsste ich was geht alles gut servus ja bist du moslem oder bist du christ ich bin moslem ok ok ach mal brauchst auch mal dich zu rufen ich wollte dich eigentlich nur was aufmerksam machen vor allem war einer bei die oben den so viel kann wer so viel kann der deutsch ist er da war in diesem stream vorhin hier drin der hat glaube ich das abo beim kraft geredet kannst du mal bitte schauen weil da wurde bei dir gesperrt der wurde blockiert auf seinem stream während er ist ja nicht sein dass er hier gesperrt ist weil ich habe niemanden gesperrt ne ne du nicht aber deine modisch können ja auch sperren tatsächlich und er wurde gesperrt deswegen würde ich dich mal darum bitten einfach mal nachzuschauen wärst du so lieb ok ja ich schaue es mir an ok das war super und wenn du möchtest ich kann gerne jemanden holen der hier mit professor ex muslim redet wenn ihr möchtet natürlich wenn der wenn die person arabisch kann gerne ja natürlich ich gebe mir gerade eine minute ich rufe ganz kurz antrag ok ist kein problem ist kein problem dann kommt noch mal hoch wenn du die person hast achmad der ist glaube ich am autofahren bruder achmad ja alles gut ich der hört mich ja achmad we have i think someone wrote we have shias so achmad are you there solange er nicht da ist nicht so schlimm marwan komm noch mal hoch wenn du die person hast ja so lange teile ich das evangelium leute und zwar wenn nun aber das licht in der finsternis ist wie groß wird dann die finsternis sein niemand kann zwei herren dienen das ist das was die bibel sagt niemand kann zwei herren dienen warum wir haben nur einen einzigen gott im alten testament lesen wir ebenfalls ein glaube eine taufe ein gott wir dienen einen einzigen gott wir können nicht zwei herren dienen das funktioniert nicht der herr der muslime ist der fürst der herr den wir dienen ist der herr jesus christus also für wen entscheidet ihr euch meine lieben geschwister alle mal in den chat hier wollt ihr den fürsten dienen das machen die muslime wollte den herrn jesus christus dienen dann alle jesus christus und ein herz alle ihre dem herrn jesus christus amen leute alle mal hier reinschreiben wen dienen wir christus king yes jesus king für den herrn jesus christus für jesus christus amen für jesus christus genau für jesus christus bruder ich habe mal ein thema ja bruder und zwar der tawhid der muslime und tawhid sagen die ja der tawhid bedeutet dass es nur einen einzigen gott gibt im islam ja aber wusstest du dass es eigentlich falsche übersetzt ist tawhid bedeutet nicht dass es nur einen einzigen gott gibt sondern er mehrere gott hat warum er kommt von dem wort ein es ist eine mehrzahl es ist blut ein wunderschön ganz kurz bitte wenn du dich kurz stimmeln ist alles klar jetzt bruder dauer hat es plural weil würde es heißen dass es nur einen gott gibt dann heißt es war dann die lachen war dann aber bedeutet mehrere götter in einem gott tawhid tawhid ja bruder du hast die möglichkeit also ich weiß nicht ob der kollege moslem ist aber wenn er moslem ist dann kannst du ihn eine frage stellen und denn damit das fair ist dann könnt ihr so lange bis achmad zurückkommt weil ich lass dann achmad bisschen machen und dann solange kannst du mit ihm eine debatte führen weil ansonsten ich bin dafür das evangelium weiterhin zu teilen ich habe von einer sache gesprochen leute wir können nicht zwei herren dienen weil das lesen wir in matthäus kapitel 6 vers 19 wenn wir die komplette bergpredigt lesen lesen wir dass wir nicht zwei herren dienen können wir dienen nur ein wahrhaftiger gott und wer ist denn dieser gott leute wer ist dieser gott jesus christus leute der einzigartige und der wahre gott dem wir dienen amen leute alle mal ein herzchen für jesus christus und dann ziehen wir auch weiter ja dann ziehen wir auch weiter wir dienen nicht den fürsten wir dienen nicht den fürsten es gibt zwei herren der herr der fürsten im islam und einmal der herr jesus christus wir dienen keine zwei verschiedene götter einen einzigen gott und nicht einen fürsten wir werden keinem fürsten dienen wir dienen den herrn jesus christus ganz einfach da hat einer geschrieben ihr habt drei götter also ist dein körper gehört dein körper zu dir gehört deine seele zu dir gehört dein geist zu dir oder seid ihr voneinander getrennt bumm ja was machen wir jetzt vater sohn heiliger geist gehört die seele zu dir gehört dein geist zu dir ja also dann bist du ja nicht dreimal moslem da bist du einmal muslim ganz einfach so mein lieber so setzen wir dich mal runter weil wenn du hier andere leute exposen möchte es ganz auch untergehen so holen wir mal den kerl hier hoch gucken wir mal rechts rechts und ganz kurz du hast vorhin einkaufen ich war vorhin einkaufen ja genau genau dabei eine Debatte zwischen abo belgrad und solfikar der deutsche weiß ich mich richtig gestört hat an dieser debatte die haben alle geschrieben das abgehauen ist bla 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 und er wurde der gesperrten beim stream das herausgeflogen und jeder also in deinem war ganz kurz bitte lass mich ganz kurz zu Ende reden und jeder einzelne in deinem stream hat das verleugnet und ich finde es extrem heuchlerisch von deiner community du warst nicht da von deiner community ich war nicht das deswegen sage ich ja zu dir nichts von deiner community von den modis so heuchlerisch dass sie das verneinen und dann schreibt jeder da oben er ist abgehauen auch von diesem abo belgrad sehr heuchlerisch das sagt ja das abgehauen und keiner kann ihn runter machen bitte bitte ja aber vor dem stream hier bitte nicht die brüder beleidigen sorry rede einfach nur darüber dass er rausgeschmissen wurde ist okay ist kein problem ich weiß es jetzt rausschmissen ihm wurde gesagt er ist abgehauen er hat dies er hat das weiß was ich meine es wurde gespottet und wir haben gesiegt und bla 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 und jeder schmeißt ihn raus keine ahnung leute wenn ihr wenn ihr keine kritik ertragen könnt ich komme nicht hoch und beleidige euch oder sonst irgendwas ich bin kein kleines kind alter aber wenn ihr wenn wir wenn ihr immer sagt wir sind gerecht und wir sind auch der wahrheit und wir sind dies und wir sind das warum sperrt ihr dann jemanden wenn ihr euch doch so siegessicher ich habe keine mission das verstehe ich nicht flexor erklär mir das mal bitte also mal was sagen darf ich dazu was sagen ich war vorhin ja also es war so dass es wurde sehr hitzig im stream dieser sulfate wurde auch ein bisschen beleidigend hat ja dann auch angefangen beleidigt hat ja nicht du hast ja die replays flexor wenn du willst kannst du die spieler genau kannst du mal gerne anschauen der hat ja dann er wurde lauter das wurde dann hitziger und dann war auf einmal weg so dann haben alle haben mich markiert und haben gesagt ich hätte ihn rausgekickt ich hätte das gemacht und ich habe ja die rechte nicht jemanden hochzuholen oder rauszukicken er wurde blockiert ausgeworfen wurde komplett warte mal wann warte mal ausreden warte mal kurz so dann habe ich denen das gesagt ich habe hier niemanden gekickt ich habe niemanden blockiert und dann ist es doch du warst das war die albanerin das war die albanerin ich habe es dann irgendwann gelassen habe ich gesagt ja gut dann ist halt geflüchtet weil alle modis geschrieben haben die haben niemanden gesperrt also war es heuchlerisch punkt aus ende ja aber du sagst euch was du seid alle nicht gegangen ich gehe nicht gegen dich ich habe nur gesagt du hast doch vorhin auch geschrieben ihr habt gelogen du hast gelogen nein hast du aber gesagt ja klar natürlich weil keiner den mund dazu hatte es einfach zuzuhören sagen ey dicker ich war es verstehst du das ist heuchelei aber ich war es nicht hätte ich das gemacht ich habe keine angst wenn ich jemanden sperre dann sperre ich und stehe dazu aber ich habe ja nicht nur nicht beschuldigt ich habe im allgemeinen alle beschuldigt wenn du dich nur explizit angegriffen gefühlt hast das ist deine schuld dann tut es mir leid aber ich habe explizit alle gemeint einfach nur weil es keiner zugegeben hat und danach noch zu schreiben ja er ist geflüchtet und so viele Leute wer wollt ihr denn verarschen jetzt mal bei allem Respekt ich komme wirklich sehr höchlich hoch ich bleibe dir niemanden guck mal ich werde unten angegriffen leise und er hat nicht beleidigt guck mal Flexa ich bitte dich darum wenn du wirklich wahrhaftig bist und sagst guck mal guck mal weil wir diese nächsten Liebe haben weil wir diese nächsten Liebe haben und nicht so sein müssen wie hier guck mal ich sag das sogar offiziell Leute ich weiß manchmal haben wir unsere keine Ahnung unsere 5 Minuten ja aber ich bitte euch alle im Chat ja an meine lieben Brüder und Geschwister wirklich bei aller Liebe bleiben wir locker ich weiß manchmal ist schwierig ich weiß aber lasst uns einfach locker bleiben Leute ich küsse eure Herzen vielen vielen Dank dafür es ist ja nicht so dass im Chat nicht beleidigt wurde also auch von den Muslimen es wurde ja heftig beleidigt von denen und wir haben sie trotzdem nicht alle gestunken sondern wir haben sie wirklich alle ermahnt wirklich paar mal ermahnt und dann wurde es auch oben das kann der Bell gerade bezeugen da war ja oben das wurde schon hitziger es wurde auch viel viel lauter und dann war auf einmal weg wer es war weiß ich nicht und er hat ja auch explizit mein Name die ganze Zeit gesagt und hat mich ja markiert es ging ja gegen mich deswegen bin ich jetzt auch hier oben und sagt es so weil ich habe nicht gesehen dass ihn irgendjemand geblockt hat ich hatte zum Beispiel keine Rechte irgendjemand rauszukicken oder hochzuholen ach ich bewundere immer wie man sich so krass in eine Opferrolle stecken kann nein Opferrolle machst du doch gerade du stellst dich doch an dir die Opferrolle du kommst doch hier auf ich finde das so scheiße da wurde gesagt da wurde geflüchtet doch das machst doch du Scheiße ich�� ich powers diese diskussion aber ebenso menschen uns und das beweist einfach dass wir das nicht so das Jesus kantis tut ihr wollt einfach nur menschen schwer sch정을 gest came das Bett sie nicht dass die maran du mal entweder so ist nun gekommen als leben noch zum schirm aber höflich jetzt wenn du meinst du musst hier hochkommen so hört zu wenn du meinst du musst herum bellen dann ertrag doch auch die das ist echt so ganz einfach war wegen was bist du denn jetzt hier hochgekommen also kummer nummer eins lasst mich bitte mein wort zu ende führt nummer eins du hast mir was gesagt wenn es mir scheißegal wäre würde ich es gar nicht tun ich habe die leute gesagt hey bleibt ganz gechillt das ist alles okay so ich bin für drei sachen hier oben ich bin für zwei sachen und ich sag dir gar nicht warum bitte lasst mich mein wort zu ende führen bitte ja du bist hochgekommen du willst reden ist gar kein problem tun wir ja gerade aber was ist denn jetzt deine intention jetzt hier oben ich meine der kerl den du gerade gesagt dass das wenig entsperren sollen haben wir gemacht ich war einkaufen ich bin jetzt wieder zurück der kerl wurde jetzt in stu entsperrt ist doch alles okay okay dann machen wir machen wir zwei sachen erstmal das war mein anliegen und zweitens du hast doch gerade eben diesen ließ der armer war man die sache aber wenn du zeit und lust hast du hast du dann wenn man zu den glaube ich doch den ich immer hergebracht habe er würde sich gerne mit diesem ex diesem professor ex muslimo verhalten falls ihr zeit und auf arabisch arabisch englisch ist egal wo ja da kann beides auf das habe ich habe ich das besser kein problem ja ist das ist eigentlich übersetzt dann auf deutsch er spricht auch deutsch da kann auch jeder wie gesagt das ist gar kein problem okay und er kann nur aktuell jetzt gerade in dem moment nicht ansonsten wäre gerne hier okay du musst mir halt nur sagen wann und wie wann und was und wo wenn du möchtest hier ich folge dir kannst dann gerne kannst dann gerne mir schreiben und ich frage mal ich frage mal ach mal ach mal mein bruder der ist nicht oben doch noch der ist der ist immer noch da der ist immer noch da ach mal der ist schier der ist schier who wants to debate you so um i will be very happy uh ahmad my brother um if you come up i'm gonna wait till uh you come back or we can come back maybe in two hours it doesn't matter it's no problem and uh there is a shia who wants to debate you and i can give you both time and you both can debate because you want to speak in arabic also wie gesagt man schafft die gefolgt wenn du möchtest kannst du mir gerne schreiben da kannst du dann die stream schicken und ich leite ihn gerne weiter und kein problem dann ich finde gehen wir doch bitte nicht auf die nerven wir haben auch verstanden darf nicht einfach nicht also machen dann danke dafür ist kein problem wenn ach mal wieder hoch kommt dann schreibt ihr und dein bruder ist kein problem den kannst du den hast du unterbringen und darf ich noch einmal ganz kurz was klarstellen flex wirst du so lieb hervorragend ist es hat sich die ich mag keine opfer und mit nein nein es ist niemanden die opfer gegangen ich sage nur lediglich lediglich mir sagt doch und das packt mich ab wenn ich zu euch kommen und sage warum 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 schmeißt den raus und danach sagt er es geflüchtet geflüchtet ist das nicht eine opferrolle sich hineinversetzen ich habe ich da gesagt und ich habe nur gesagt was soll die scheiße ich habe euch angegriffen um dem was ich gesagt habe ich sage das ist scheiße von euch blablabla nein ihr habt jemanden rausgeworfen weil nicht weiter musste meiner meinung nach punkt aus also ich bin ganz ehrlich wenn wenn jemand donau angreift jemand hat mir angegriffen noch mal flex flex schau dir bitte ich bitte dich ich schaue mir das video an die rieke ist am ende die waren beide am reden da war donau nicht mal gesprächsthema ich weiß gar nicht warum sie okay ich schaue es mir an alles gut ich schaue es mir an aber ich möchte ich möchte mit das evangelium weitermachen alles schön tag macht's gut alles klar okay okay er hat mich markiert und hat zu mir gesagt die albanerin hat ihn rausgekickt und das haben nicht nur er sondern mehrere gemacht weißt du und deswegen habe ich gesagt ich habe hier niemanden gekickt habe ich auch nicht ja und ich habe also alle also wir alle mal haben gedacht dass er rausgeflogen ist dass er von alleine gegangen ist mal abu belgrad hatte ja auch keine modi rechte die haben wir dann auch gesagt abu belgrad war das denn rausgekickt hat aber von uns ich habe jeden gefragt und alle haben gesagt keiner hat ihn gekickt also bin ich davon aus sagen keiner hat ihn gekickt und das also ich möchte ich möchte auch bezüglich was sagen guck mal leute wir sind zum beispiel alle nicht perfekt wenn du als menschen fehler gemacht hast ja da musst du auch an deiner eigenen haustüre kehren also ich rede von allgemein einfach da musst du dich auch selber kritisieren wenn du irgendwas getan hast was nicht richtig ist dann musst du einfach ehrlich sein ich finde einfach nur die wahrheit gewinnt am ende immer das ist ganz ganz wichtig ja die wahrheit gewinnt am ende immer deswegen finde ich einfach nur wenn du selber weißt dass du etwas getan hast gibt es einfach zu das was gibt es einfach zu sagen einfach wie es war und gut ist ja aber wenn du jetzt versuchst nur mit die mit deinem finger auf eine person die ganze zeit zu tippen er hat und der war und der hat dies getan leute das ist nie cool weil auf dich tippen dann 100 finger du tippst mit einer hand auf eine person aber auf dich tippen schon 100 finger ganz einfach ja ich bin nicht perfekt leute ja und das gebe ich sogar 100 prozent zu ich bin nicht perfekt aber was ich sagen kann ist wenn ich hier über den herrn spreche da muss zu 100 prozent die wahrheit gesprochen werden und nicht hier wir tanzen rum und das geht einfach nicht kann man nicht machen weil dann kann ich gleich die plattform schließen und kommen gar nicht mehr ganz einfach Genau und das ist äußerst wichtig so hast du kein leben also über das evangelium zu predigen das ist mein leben wenn ich das evangelium predige das ist mein leben das ist was schönes ganz einfach wenn man über das evangelium spricht das ist was schönes wenn jemand zu mir sagt ja hast du kein leben das evangelium ist was schönes das ist mein leben wo ist das problem ja ich kann auch diese plattform schließen und kommen gar nicht mehr aber ich will das evangelium einfach weitergeben ja wir sind alle zusammen gewachsen leute da kann ich mich nicht mehr zurückhalten sondern ich predige weiterhin das evangelium da hat menser zu mir gesagt bruder hör dich auf mach weiter dann habe ich ihn aber ab und zu mal gesagt hey bro ich kann aber nicht mehr ja von da kommt immer was da kommt immer immer was und 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 da schießt der andere christ gegen den anderen christen habe ich dem bruder menser gesagt das ist zu viel ich habe mit menser privat darüber gesprochen da habe ich menser gesagt hey bro eigentlich sollten wir komplett rausgehen das ist krank wie wie andere christen andere fertig machen dann hat er gesagt ja bro du hast recht ich kann eigentlich nicht mehr ich kann eigentlich nicht mehr leute dieser christ schießt gegen den der andere gegen den der meint der müsste jeden christen fertig machen da kommt der andere der hat ein mega priest wissen und will jeden christen zerlegen was ist das hier man das ist krank krank das ist krank das ist furchtbar es ist katastrophe ich mache den fertig ich muss den platt machen dieser katholik den muss ich jetzt platt machen dieser orthodoxe den mache ich jetzt platt was ist das man als hätten sie nichts besseres zu tun als hätten sie nichts besseres zu tun manchmal gibt es so einen punkt wo ich mir echt denke so alter geh offline deaktiviert deinen account kommt gar nicht mehr das ist doch krank was sie da abziehen einfach plattform zu machen fertig gar nicht kommen aber dann denke ich immer wieder an die community an das evangelium und an mensa weil mensa hat immer gesagt nein bro mach weiter aber gönnt ihr immer eine pause das ist eigentlich krank leute deswegen sage ich euch leute distanziert euch von fitness streams ich erwähne das immer wieder weil das ist krank es gibt menschen die sind so krank das kann man sich gar nicht vorstellen sie versuchen sogar pläne sie schmieden pläne gegen andere leute das ist doch krankhaft alter wie soll man solche menschen ernst nehmen da sitzen sich welche lasst uns gegen den einen plan schmieden ja komm wir könnten vielleicht etwas leute das ist krank das ist echt krank also wenn ich diese plattform hier schließe leute sage ich euch ganz ehrlich dann kümmere ich mich um andere dinge dann lese ich die bibel oder ich gucke eine serie an alter ich sitze mich nicht noch irgendwo im hintergrund noch außerhalb von tik tok und versuche noch irgendwie jetzt schmiede ich einen plan leute wir haben auch ein anderes leben ja wir haben auch noch ein anderes leben es geht darum das christentum zu vereinen es geht darum dass wir in christus zusammen wachsen und nicht uns hier fertig machen leute der will den schlagen der will den treffen der will der das machen leute das sind für mich kranke menschen das sind für mich kranke menschen die kannst du gar nicht ernst nehmen leute wenn diese menschen mich markieren leute wisst ihr was ich als erstes mache ich blockiere sie gleich das ist das erste was ich mache das erste was ich mache wenn jemand mich markiert wo es nur um irgendwelchen hirngespinst geht bam direkt auf blocken weil ich mir denkst du hey kerle lass mich in ruhe man mach zieh mich nicht in deine fitner rein mach deine fitner laber mich aber nicht voll ein fitner nach dem anderen der will den platt machen der will den fertig machen leute das ist nicht das was jesus christus uns beigebracht hat das ist nicht das was jesus christus uns beigebracht hat und ich sage das offiziell nochmal ich sage das offiziell nochmal ich verlange von niemanden etwas alles was ihr tut bedanke ich mich von ganzen herzen ich habe nie etwas verlangt und will auch nie etwas verlangen das sage ich nochmal leute bei aller liebe ich mache das für das evangelium weil ich das evangelium liebe ich mache das weil es spaß macht ich mache das weil wir das evangelium voranbringen und dass wir als christen zusammen wachsen das ist das ziel alles andere ist mir sowas von egal leute keiner verlangt etwas von euch leute das reicht schon eure anwesenheit wenn ihr hier seid das reicht schon leute keiner verlangt etwas von euch immer diese fitner stream sagt der hat das und das und hey guck mal da und so leute blockiert diese menschen direkt das sind kranke menschen man der sick in the brain die sind wirklich krank die haben nichts besseres zu tun ja guck mal guck mal wir werden jetzt das machen ah lasst uns leute entfernt euch von diesen fitness streams krank jetzt machen wir mal berg predigt weiter flex ja schwester der barte wollte glaube ich kurz sorge wollte die irgendwie eine frage stellen oh ok sorry ganz kurz ich muss gucken hat er eine anfrage gestellt der bato ja also er hat mir gesagt ich sollte das sagen ok ok no problem ahmad my brother if you are there come up um gottes segen gottes segen meine geschwister mhm kurz eines jungen wo ich muss bin gerade auf dem balkon ich muss mal kurz rein ich hatte bezüglich also beziehungsweise ein aufruf wegen der kleinen sache und habe ich hier ein hadith vor mir den ich sehr gerne erklärt bekommen hätte von einem muslim und ähm würdest du einmal sahih al buhari 1285 aufschlagen ich glaube ich kenne den hadith aber bruder bevor wir das machen lass mich wenigstens das evangelium noch teilen auf jeden fall auf jeden fall ich habe schon von der stunde angefragt das war noch gerade so mitten im thema und dementsprechend bin ich ein bisschen verspätet gerade damit alles gut wenn du wenn du kannst bleib einfach hier ja ja ich stumm ich einfach nur und so ok alles klar kein problem dann ganz ganz entspannt genau in matthäus kapitel 6 vers 25 von unnützen und sorgen warum müssen wir uns sorgen machen wir müssen uns keine sorgen machen wisst ihr warum wir uns keine sorgen machen müssen leute dreimal dürft ihr raten danke auge warum müssen wir uns keine sorgen machen leute erst erst erste antwort warum müssen wir uns keine sorgen machen wir haben den herrn wir haben den herrn jesus christus genau italianer vielen vielen dank sie von unnützen und sorgen wir müssen uns keine sorgen machen leute und wisst ihr warum wir haben den herrn jesus christus darum sage ich euch sorgt euch nicht um euer leben was ihr essen und was ihr trinken sollt um euren leib was ihr anziehen sollt ist nicht das leben mehr als die speise und der leib mehr als die kleidung seht die vögel im himmel an sie sehen nicht und ernten nicht sie sammeln auch nicht in die scheune und ein epischer vater ernährt sie doch warum warum sagt das der herr jesus christus ganz einfach nimm deine sorgen die du hast und lege sie in gottes händen richtig oder falsch leute nehmt eure sorgen und legt es in gottes hinten wo ist das problem warum macht ihr euch so viele sorgen nehmt doch einfach eure sorgen und legt es in gottes hand er regelt für euch er wird es öffentlich vergelten das hat uns in der bergpredigt beigebracht singt du danke ich küsse dein herz ja warum macht ihr euch so viele sorgen leute warum macht ihr euch so viele sorgen wenn der herr jesus christus selber sagt komm mit deiner sorge und legt es in meine hand ich werde für dich öffentlich vergelten wo ist das problem warum zweifelt ihr an den herrn ihr sollt nicht an den herren zweifeln wo steht das flex in der bergpredigt matthäus kapitel 6 vers 25 leute alle mal aufschreiben die dies aufgeschrieben haben die dies noch nicht kennen matthäus kapitel 6 vers 25 sowas ähnliches finden wir in lukas evangelium ebenfalls ja das ist das kann ich euch sogar vorlesen ist genau ähnlich vielleicht finde ich das moment ich glaube das war lukas ja genau ich habe da was gefunden das ist war nun vor den berichten klug und ja das ist genauso ähnlich wie die berg predigt aber egal wir bleiben jetzt erst mal bei diesem kapitel genau bitte markiert euch dass das ist matthäus kapitel 6 vers 25 ja legt eure sorge in gottes hand und gott wird euch die sorgen nehmen ganz einfach sind die vögel mit jeder weiß schon sorry wer aber von euch kann durch seine sorgen zu seinen lebenslängen eine einzige elle hinzusetzen und warum sorgt ihr euch um die kleidung betrachtet die linien des feldes wie sie wachsen sie mühen sich nicht und spinnen nicht ich sage euch aber dass auch salomo in all seiner herrlichkeit nicht gekleidet gewesen gewesen ist wie eine von ihnen wenn nun gott das gras des feldes das heute steht und morgen in den ofen geworfen wird so kleidet wird er das nicht vielmehr euch tun ihr kleingläubigen darum sollt ihr nicht sorgen und sagen was werden wir essen genau das ist auch so ein punkt ja wir machen uns manchmal auch viel zu viele sorgen und ja was esse ich morgen habt ihr nicht gehört was der herr jesus christus gesagt hat alle eure sorgen lasst das in gottes hände denn er wird eure sorgen nehmen ganz einfach drillon du hast gar keine hobbys kerle mein hobby ist das evangelium verkünden dein freund ja deine hobbys sind den fürsten zu folgen den satan weil du der sohn des teufels bist das ist dein hobby ich spreche wenigstens von jesus christus und das ist was schön dass die community auf jeden fall von jesus christus hört und dass leute die auch draußen sind es ebenfalls so lucia du bist mein hobby ich küsse doch dein herz ich küsse doch dein herz ja leute ja leute das ist das evangelium wir machen natürlich weiter aber duna ja ich meine ich bitte raus ich wollte dich nicht unterbrechen nee alles gut oder erzähl du wolltest vorhin glaube ich was sagen oder ich habe glaube ich alles gesagt also ja das weiß ich bin halt nur deswegen dem einen jungen hochgekommen weil er sich da so hingestellt hat wie so ein opfer weil wir ihnen da anscheinend alle blockiert hätten aber du kannst ja abu belgrad fragen also es wurde sehr witzig es wurde auch sehr laut und ich sagte ehrlich ich war auch kurz davor ihn zu blocken aber es mir kam hat jemand das zuvor ja 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 absolut absolut aber ja du kannst oben bleiben also ich habe kein problem damit und richel thank you kiss your heart ja ja leute bezüglich christliche streams ja ich möchte dass sie mir sehr gut zuhört ich sage euch etwas und das ist die pure wahrheit wir haben die christliche streams so gepusht ich sage das als community richtig ich habe gar nichts gemacht leute ich erwähne das zwar sehr oft aber ich erwähne es trotzdem noch mal ja für die brüder und geschwister die hier drin sind ich habe gar nichts gemacht ihr habt die christlichen streams gepusht ihr habt die brüder wie abu belgrad arzach kanja oban mensa ihr habt all diese streams gepusht die islamischen streams die kommen gegen uns gar nicht hier an geht man den islamischen streams rein tote hose warum tote hose menschen die wach werden hören sich lügen nicht an und deswegen sind diese islamischen streams auch tot keiner geht da rein keiner will lügen hören weil wenn du über gott sprichst bleib in der wahrheit bleibt in der wahrheit und die leute werden es glauben aber jemand der nicht in der wahrheit ist und die wahrheit nicht erfahren möchte beispielsweise ist leugnet ja ist ganz klar dankeschön die mann möchte nur das hören was er hören möchte aber jemand der nach der auf der suche ist der wirklich von ganzen herzen auf der suche ist ja wie konntest du ein warum nicht erwähnen doch albaro auch sorry tut mir leid jemand der wirklich sein gehirn einschaltet und einen islamischen stream zuhört wird sofort sagen ach du scheiße raus hier aber einer der das wort gottes jesus christus hört der wird das annehmen der wird das verstehen und und wisst ihr warum weil der herr jesus christus die wahrheit ist ist das wort gottes ist die wahrheit wenn wir das wort gottes nehmen und wenn wir den fürsten hören was der schwätzt in seinem buch merkst du sofort den unterschied zwischen das wort gottes und der satan höchstpersönlich amen und deswegen machen wir diesen vergleich und deswegen stellen wir diese leute bloß warum weil diese leute versuchen unsere schrift zu verdrehen und deswegen müssen wir dagegen da müssen wir auch aufklären weil wenn wir das nicht machen stellt euch jetzt mal vor ich gehe ich denke mir so geht das ist es hier zu krank hier drin abu belgrad geht also geht ranger geht menscher geht urban geht leute wisst ihr wie diese menschen so manipulieren würden hier drin und deswegen bin ich so gott froh dass das wir hier drinnen sind und apologetik betreiben und aufklären und dass wir seelen retten hier drin wir haben so viele brüder hier drinnen die dieselbe arbeit machen und seelen retten deswegen alle ehre dem herrn jesus christus dass wir apologetik betreiben wir könnten auch alle was anderes machen leute mit wir alle wir könnten aus dieser plattform rausgehen und diese plattform einfach löschen und sagen ey weißt was komm weg damit aber es geht darum menschen seelen zu retten die menschen die wahrheit zu geben ja naja das man ist manchmal nicht so einfach ist nicht so einfach aber wisst ihr was ich werde nicht gehen ich werde bleiben und ich werde diese menschen diese lügner komplett losstellen und das werde ich die ganze zeit machen es ist mir egal gerüchte oder was da draußen abgeht es ist egal was da kommt ich werde bleiben und ich werde weitermachen und ich werde die wahrheit weiter voranbringen ganz einfach ich gehe nicht die muslime tun alles dafür dass der flex nicht mehr in tik tok kommt sie versuchen mein video zu sperren sie denken sich geschichten aus sie versuchen irgendetwas und nein ich bleibe ich bleibe und umso schlimmer sie mich angreifen umso extremer werde ich alle ehren dem herrn jesus christus wir gehen nirgendwo wir vom wir werden die wahrheit voranbringen amen das sind meine worte das sind meine worte heute ich bin gleich wieder da leute solange kann die donau ein bisschen das evangelium verbreiten sie ist eine maschine ich weiß dass ich bin gleich wieder da der salbato machen bitte ich bin flex ist kommt einfach einfach alle ruhig nein ja okay komm ich mach das ja nicht verbreiten nein das ist nicht euer ernst einfach alle ruhig kaum noch nicht macht dass ich mach das ja 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 leute das ist nicht richtig so ne ihr müsst schon solange ich nicht da soll doch wenigstens einer reden also aber wir machen dich groß heute redest du mann wenn du schon kommt jede mensch ich bin also leute namen des vaters des sonnes heiligen geistes haben ich habe viele viele freunde viele menschen kennengelernt die viele probleme in ihrem leben haben menschen die probleme in ihren jobs jobsuche finanzielle probleme psychische probleme liebesprobleme alle arten von probleme was sagt aber unser jesus christus ihr kennt alle das buch von hiob ihr kennt alle hiob hier wurde alles weggenommen weil der satan mit gott eine wette gemacht hat gott hat gesagt okay weißt du was nein satan hat gesagt komm mal dein diener hiob der hat der liebt dich und betet dich an nur weil du ihm reichstum kinder frau wie erde alles geschenkt hast deswegen bietet er dich an aber nimm ihn doch alles weg und mal gucken ob er immer noch dich so liebt was hat gott gemacht hat er gesagt okay komm wir machen das so ich nehme hier ob alles weg und wir schauen ob er immer noch standhaft ist oder nicht also nahm gott hiob alles weg er nahm ihm seine kinder seine frau seine farm sein vieh sein reichtum alles nahm er weg hiob aber war trotz dessen standhaft und glaubte an gott und bedankte sich sogar bei gott und sagte mein gott dankeschön es ist alles okay auch wenn du mir alles weg nimmst alles okay aber da kam der satan noch mal zu gott und gott sagte ihm siehst du mein diener hiob ist trotzdem standhaft geblieben da sagte hiob ja guck mal er ist doch gesund er ist lebendig nimm ihn neben ihn doch gibt ihn doch eine krankheit da sagte gott okay wir prüfen ihn ich prüfe ihn ich gebe ihm jetzt eine krankheit und mal gucken ob er zustandhaft ist was hat gott gemacht er gab ihnen eine krankheit hiob begann langsam zu zweifeln warum begann langsam zu zweifeln das ist ganz wichtig dazu er begann langsam zu zweifeln weil seine freunde der selifahrrad und die anderen zu ihnen hin kamen und haben zu ihm gesagt gott hat dir all das genommen weil du hochmütig warst weil du so viel geld hat es weil du vieles hattest am ende kam gott zu ihm höchstpersönlich zu hier und sagte hören nicht auf deine freunde hören nicht auf niemand sondern auf mich ich bin derjenige der bestimmt was du kriegen sollst und was du hast ich bin derjenige der dir alles weggenommen hat und dir das wieder zurückgeben nachdem hier ob all das bestanden hat hat gott in das tausendfache gegeben eine farm sie frau kinder warum weil hier ob standhaft war was werden wir daraus wir sind alle wie hier ob wir sind in einer zeit wo wir verfolgt werden wo wir umgebracht werden wo wir beraubt werden von unsere ländereien häuser viehen tiere frauen kinder wir werden in der wir sind gerade in derselben prüfung wir dürfen aber niemals zweifeln an gottes barmherzigkeit weil was hat der herr jesus christus gesagt der lohn ist nicht auf dieser welt der lohn ist im himmel und selbst wenn ihr in dieser welt zweifelt geht nicht zu anderen menschen geht nicht zu anderen menschen im salm 135 sagt gott das vertrauen auf gott ist besser als das vertrauen auf die menschen in ihre mir 17 5 bis 7 sagt gott verflucht sei derjenige der auf menschen vertraut verflucht sei derjenige der auf menschen vertraut vertraut niemanden kein mensch lasst eure hoffnung und will nicht in händen der menschen sondern in händen von gott denn gott ist derjenige der euch belohnen wird gott ist derjenige der euch versorgen wird auf dieser welt niemand anderen wenn ihr ganz kurz ich muss unterbrechen wer hat gerade sehr gesperrt kann mir einer sagen wir sehr gesperrt hat warte ich kann sie sehen du hast es auch gesehen irgendjemand hat sie ja wieder entsperrt wird ihn aber gesperrt vielleicht war das ein versehen vielleicht wollten sie jemand anderes und dann sind sie aus versehen auf ihn drauf wie viele modis haben wir jetzt gerade da ich sag's dir warte 1 2 3 4 5 6 7 also jetzt aktuell hier drin ja alle modis bitte mal ganz kurz melden also ich glaube die sabrina ist da amo ist da sorry nico medita ist da okay voll komisch würgen der engel bruder herz hast du aus was sie ja ihr müsst euch nicht schämen das kann aus versehen mal passieren deswegen frage ich ne also ja okay ja ich habe jetzt gerade gelesen dass sie ja in den knast muss was hat er gemacht er hat geschrieben er kann es nicht erklären wir sollen nur für ihn beten okay das hört sich aber nicht gut an meine gebiete sind für ihn also ich werde auf jeden fall für ihn beten ich hoffe der hat jetzt nichts schlimmes getan aber das hört sich auf jeden fall nicht gut dann aber okay mellektor oder mellek oder wie wir alle greift das danke mellek 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 ganz kurz flex willst du mich bitte runter machen warum du da also gut oder ich mach dich unter das sagst du schon ich möchte mich bei dir bedanken dass du mich angenommen hast als ich die frage ich möchte paar sachen loswerden und ob ich das überhaupt die wort erstmal habe gerne bist du bist du muslima oder bist du ich bin gar keine ich bin gar keine religion nehme ich an weil das ist eine schwere last ich kann die nicht tragen deswegen nehme ich gar keine religion an okay weißt du eigentlich was das thema hier ist ja ich weiß es geht um christliche und islamische die islamische die uns viel ärger machen und ich bin zwar nicht für christlich nicht für muslima aber ich bin ein mensch und wenn ein mensch ein guter herz hat und gut lebt und menschlichkeit denkt muss man nicht in eine kirche oder moschee gehen also so denke ich ich bist du welcher landsfrau bist du wenn ich fragen darf aus der tukai bin ich aus was aus der tukai aber ich bin in bürzlach auch okay 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 schön 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 ja ich finde das gut wenn die türkische community auch wach wird und realisiert was eigentlich der noch mal richtig genau hast du recht du hast das wort erfasst genau darum geht das auch auch wenn ich nicht islam vertrete oder christlich vertrete trotzdem bin ich für menschlichkeit trotzdem denke ich wenn der mensch gut ist muss unbedingt in eine moschee oder kirche gehen trotzdem können die menschen wenn die menschlichkeit haben und gut denken und immer hilfsbreit sind und nicht schlechtes tun dann sind die schon gute menschen also dann muss man auch nicht sagen die mussten sich ändern oder so ich folge zwar gar keine religion wegen wegen sowas wegen weil es wird so viel verboten wegen weil es gibt so viel in religion in islamische die uns verbietet normal zu leben deswegen will ich gar nicht das haben ich will gar nicht den auch rein treten wieder oder irgendwie damit zu tun haben hast du hast du islam verlassen habe ich gar nicht reingetreten anfang an als kind schon so von anfang an okay ich habe gesagt ich nehme das nicht an ich habe gesagt ich will frei sein ich will nicht annehmen ja okay verstehe verstehe ich habe auf jeden fall was das du hast das nicht angenommen weil da gewisse sachen sagen wir mal drin sind mit dem du dich nicht sagen wir mal identifizieren kannst wahrscheinlich richtig ja richtig so als erstens wenn ich als kind zu dann ein imam frage zum beispiel wie soll ich dann habe ich frage kann der gott mir das und das beantworten du bist der vertreter von gott als imam oder als scher oder als was weiß ich es gibt so viele auch dann sagen die wer bist du dann dass du die frage stellst frage der gottes stellst um zu fragen was du wissen willst du hast zu glauben kopf runter und fertig damit und ich kann sowas nicht akzeptieren als mensch wenn ich eine glaube nehme dann muss ich erst mal verstehen warum das so ist oder wenn ich dann da kann ich dir da kann ich dir diesbezüglich sogar was dazu sagen der islam hat keine frauenrechte sie sagen ja immer das paradies liegt unter dem den den füßen der frauen aber das stimmt nicht warum sage ich das wenn der mann als märtyrer sagen wir mal nicht mehr da ist dann bekommt er im paradies ja seine 72 hurrelein heißt es ja hurrelein sie wissen ja wahrscheinlich was hurrelein ist ja gehört habe ich ja oft nicht dass ich gar nichts weiß ich habe auch bibel gelesen ein bisschen ich habe auch koran gelesen ich habe andere religion auch nicht damit beschäftigt von allen weiß ich was aber ich bin nie 100 prozent einer sache das ist die wahrheit aber ich glaube an den gott der mich geboren hat ja mir das leben geschenkt hat und ich bin ihm dankbar und ich bete das auf die straße in meine zuhause in mein bett aber ich gehe nicht in moschee und kirche das alles was aber was ich dir aber sagen kann im evangelium ist in johannes evangelium das kann ich dir vorlesen das finden wir in 14 6 finden wir eine sache mohammed hat nie gesagt ich bin der weg und die wahrheit aber jesus christus der gekreuzigt wurden ist hat in johannes kapitel 14 vers 6 gesagt jesus spricht zu ihm und sagt ich bin der weg und die wahrheit und das leben und niemand kommt zum vater als nur durch mich ja in der berg predigt lesen wir auch dass der herr jesus christus uns die liebe gepredigt hat der herr jesus christus hat nie gesagt dass wir irgendwelche menschen wehtun sollen der herr jesus christus hat nie gesagt dass wir menschen umbringen sollen der herr jesus christus hat niemals gesagt dass wir vergelten müssen ja aber der islam vergeltet genau das will ich sagen menschen ja dass damit will ich sagen guck mal obwohl ich nicht christlich bin auch trotzdem ich habe respekt vor jesus christus arbeit was er getan hat war großartig was er gemacht hat er hat viele menschen geholfen und er hat vieles getan ich habe respekt vor seiner arbeit aber natürlich ich sag ja weil ich eben nicht christlich bin ich kann nicht so glauben wie du ich habe respekt vor alle religionen also es ist so wenn jemand sagt ich glaube natürlich habe ich respekt davor aber was ich sagen will ich als frau eine südländische frau dass sie dann keine recht habe als frau oder als mutter weil mein sohn über mich zu sagen hat oder ich habe keine entscheidungen weil mein vater die schlüsse an der hand von meinem mann drücken wird und dass ich nicht entscheidungen habe bei meinem mann ich kann nicht diese gott glauben und zu ihm beten also nicht mein gott der mich geboren hat sondern die götter die männer erschaffen haben und sagen der gott hat gesagt frau darf das und das und das nicht davor habe ich keine respekt davor also für diese worte werde ich auch nicht so eine prophet oder so ein gott folgen aber das gott was ich fühle der mich geboren hat mit licht und energie gegeben hat das glaube ich ich habe große respekt ich bitte zu mein gott der meine seele auf die erde geschickt hat ich glaube nicht nur was die leute sagen was aber wenn ich dich fragen darf wer ist denn dieser gott das ist der gott der licht und energie ist der universum erschaffen hat und menschlichkeit aber er hat nicht man spricht und dann sprichst du hier von jesus christus ich spreche von der gott vor jesus christus das ist jesus christus viele jahre später gekommen viele viele millionen jahre davor und ich das ist jesus christus es bleibt christus ich habe respekt und ich respektier jesus christus ich habe große respekt vor seiner arbeit und er ist derjenige der die welt erschaffen ich habe respekt und ich respektier jesus christus ich habe große respekt vor seiner arbeit und er auch für alle die ihnen glauben ich akzeptiere jede lebenwesen der auf die erde genauso wie menschen tiere blumen pflanzen bäume wasser sauerstoff ich akzeptiere alles was gut erschaffen hat aber das gott was alles erschaffen hat ist ganz was anderes als die das was propheten auf die erde was gemacht haben aber aber melek melek hast du die bibel überhaupt gelesen sage ich doch ich weiß von allen ich habe gelesen aber nie 100 prozent also nie was hast du was hast du gelesen kannst du mir das sagen dass der gott also himmel und erde erschaffen hat dass der adam und eva gemacht hat dass die viele kinder bekommen haben dass den abraham und isaak und noah gegeben hat und blut gegeben hat und dass jesus auf die erde war viele menschen gut also korrupt erzähle ich ne also nicht das biblische so wie du gelernt hast aber dass diese dinge alles gegeben hat darf ich dir einen tipp geben lucia schreibt ja und das ist jesus ja alles gut du bist eine sehr liebe frau ich würde dir einfach mal empfehlen die vier evangelien zu lesen ja ich würde sie dir nachher mal würde ich den link schicken du musst mir nur eine nachricht schicken den schicke ich dir einen link und dann lies mal das neue testament und damit du das mal kennenlernst ich erkläre ich erkläre ich erkläre ich erkläre ich erkläre ich erkläre dein internet ist ganz schlecht ich glaube jibril greift die leitung die leitung ist ganz schlecht jibril übernimmt die leitung ich höre nichts jibril der islamische jibril ist in der leitung drin ich höre nichts oh nein bitte ich folge doch gar nicht islam alles gut alles gut ich glaube 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 ich dein internet noch mal neu starten oder so keine ahnung bei jibril der islamische jibril der greift immer die leitung mit seine zähne an dieser jibril klack und dann geht er wieder raus klack und dann beißt er in die leitung rein und geht dann wieder raus ist das besser jetzt jetzt ist besser das jetzt jetzt ist besser super dann habe ich einen platz gefunden ja ich erkläre dir bezüglich des alten testaments und das neue testament das alte testament sprechen wir über das haus israel okay da geht es um den alten bund und im neuen bund sprechen wir von jesus christus ja im alten bund wird auch der herr jesus christus prophezeit und es ist gut aber das neue testament zu lesen damit du jesus christus kennenlernst und deswegen würde ich dir vorschlagen einfach mal die vier evangelien zu lesen und ich würde dir einfach mal einen link schicken dass du einfach mal die hörbuch also das hörbuch hast wir haben einen bruder in der community der stellt uns das zur verfügung dem würde ich dir das mal zukommen lassen ich werde auf jeden fall dir schreiben dass du mir das schick auf jeden fall werde ich lesen es ist so ich bin ich finde das großartig also das christliche was im leben auf die erde bringt die sind trotzdem bessere arbeit bessere situationen bessere sachen auf die erde wenn die führen wenn aber islam ganz ehrlich führt da werde ich mich in graben lebendig liegen ich werde mich lebendig in einer graben liegen und ich werde mich selber beerdigen weil ich will gar nicht dass islam über mein leben herrscht ich wirst du wirst du wirst du auch nicht mach dir keine sorgen ja das ist nur ich wollte das mitteilen dass eben so ist und alles andere finde ich das alles normal ob ich das lese oder nicht ob ich christlich werde oder nicht das ist was anderes ich bin mit der arbeit von euch sehr zufrieden ich werde wahrscheinlich nie auch christlich werden oder zu euch treten aber wenn islam herrschen würde ich werde mich lebendig mit meine kinder unter die erde liegen da wenn die mich lebendig nicht in fingern wenn du wenn du wenn du jesus christus guck mal melek du darfst nicht so denken wenn du jesus christus in dein leben hast dann wirst du deine sorgen und deine ganzen probleme den herrn jesus christus in die hände legen und er wird für dich das problem sorgen vertraue mir ich habe das gefühl ich muss selber darum kämpfen ich höre wie viel die islam uns übernehmen will wie viel die in europa reingetreten sind und wie viel die hier in deutschland islamische staatrechte haben wollen das kann nicht so was passieren es darf nicht passieren melek darf ich dir was sagen wenn du wenn du mir gut zuhörst der herr jesus christus wird dir die sorgen nehmen vertraue mir ok ich schicke dir ich schicke dir ich schicke dir einfach den link ladest du dann runter und wenn du heute ins gebet gehst möchte ich bitte dass du eine sache tust fragt gott wer bist du einfach nur fragen gott wer bist du du wirst deine antwort bekommen aber erwarte nicht gleich eine antwort aber ich gebe dir ich weiß was du meinst er antwortet mir wenn ich frage ich bekomme eine antwort und immer so gut ist er so groß ist er so stark ist er wenn ich frage ich komme meine antwort und daran glaube ich auch wir schreiben ok alles klar gerne ich wünsche euch wunderschönen abend danke dass du mich hoch genommen hast vielleicht komme ich wenn ich bessere internet habe nochmal hoch irgendwann ist kein problem jederzeit wie wir wie ich werde dir das evangelium dann noch zeigen ist kein problem alles klar vielen dank schönen abend euch allen ebenfalls ebenfalls ok gott schön aber ja das war doch sehr schön leute das evangelium einfach zu teilen dass sie die wahrheit einfach erkennt und ja irgendwann wird sie die wahrheit erkennen es ist nur die frage der zeit klar es ist für den anfang nicht so einfach aber die leute kommen auf die wahrheit nein nein ähm ähm guck mal den hoch hallo 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 hi ich grüße euch guten abend wunderschönen guten abend libra wie geht es dir denn jetzt richtig gut flex ist war gut aus muss ich dir mal sehr gut aus ja du bist ein hübscher mann danke das ist ein kompliment ich habe ein zwei sachen die ich gerne loswerden möchte ich also ich fände die von melek total toll was mich jetzt gerade so ein bisschen ja was heißt stört es so viel gesagt du hast jetzt gerade gesagt sie wird noch zu der wahrheit kommen und das ist das was ich eine religion also ich bezeichne mich selber als christin ich glaube an jesus und ich glaube das gute des menschen ich glaube nicht an das alte testament aber die frage ist irgendwas was mich einfach stört ist dieses dass sie zur wahrheit kommt weil ich glaube sie ist schon bei der wahrheit sie lebt doch als guter mensch ist hilfsbereit sie achtet auf andere sie betet und dieses konkurrieren welcher gott jetzt richtig ist oder nicht ich weiß nicht ob es mein gott ist der der richtige ist ich bin ihm nicht begegnet ich glaube nicht an alles in der bibel und ich frage mich manchmal was ist denn vielleicht auch vor gott oder vor mehreren göttern mehr wert wenn ich als mensch auf andere achte wenn ich hilfsbereit bin wenn ich authentisch bin wenn ich auf andere achte oder ob ich immer bete die bibel lese in der kirche sitze aber trotzdem arschloch bin also das ist jetzt mal ganz plump gesagt irgendwie und das finde ich so ein bisschen schade dass man immer sagt das eine ist die wahrheit und das andere ist nicht die wahrheit und damit ist mich nicht auf gottes seite stellen zu sagen und zu bestimmen wer hat jetzt die wahrheit in sich und wer hat nicht die wahrheit dass das finde ich ein bisschen schwierig und ganz kurz noch eben gerade der vorredner hat irgendwie gesagt wenn man an vertrauen auf andere menschen warte mal was hat er gesagt vertrauen in andere menschen ist dann ist man verloren oder irgendwie so ich weiß nicht was hat er gesagt warte ganz kurz eben vertrauen in andere menschen finde ich total wichtig und total gut ich bin sozialarbeiterin und ich bin total froh wenn kindern und jugendlichen nicht helfe wenn sie in mir vertrauen geben und nicht nur in gott weil gott ist nicht immer für jeden greifbar und ich finde es ist so ein thema etwas so groß ist da muss man auch irgendwie viele verschiedene sachen zu lassen hauptsache es geht mit menschen gut und wir leben so ein bisschen nach gottes willen das ist so meins was ich sagen wollte die frage lehrer ist was lässt sich denn zweifeln dass du sagst weil du hast gerade eben jetzt so kurze eineinhalb minuten hast du etwas gesagt was mich ein bisschen so ja zweifeln lässt an dir warum zweifelst du denn an dein glauben ich zweifle nicht an mein glauben ich glaube an gott aber das ist vielleicht nicht der gott der so konkret in der bibel steht ich glaube dass es einen ein wesen gibt aber es gibt vielleicht auch mehrere wesen ja ich bin die noch nicht ganz kurz bato dann lira hast du hast du den gerade zeit ganz kurz ich habe ja ja das ding ist dann würde ich sogar sagen weil du meinst du bist christin dass du an jesus christus gelobst aber nicht religiös bis aber auch mehrere lehren in der bibel quasi abstreit ist dann ist das halt laut deinem gedanken gut nicht mehr ein christlicher glauben sondern mehr ein agnostischer glauben glaubt ihr denn dann alles was im alten testament steht natürlich ja auf jeden fall also gott hat die die welt am sieben tagen erschaffen richtig und sechs tagen am siebten hatte gut okay das haltet ihr für wahre münze auf jeden fall ja ich nicht aber liebe leute jetzt mal ganz ehrlich dieses buch wurde von vor tausenden von jahren ganz ganz kurz wir machen das sogar noch viel viel einfacher ich fange jetzt einfach mal weil das ist immer meistens immer das was ich sage damit die leute ungefähr verstehen worauf ich hinaus möchte im alten testament sehen wir ja dass dieser pharao ein verhärtetes herz hat okay und dass dieser pharao auf moses nicht gehört hat ja das heißt also yahweh ja hat moses dem befehl gegeben zu dem pharao zu gehen man hört sich nicht flex flex man hört sich nicht das ding ist aber trotzdem von den grundprinzipien beruht ja immer noch der christliche glauben und die prophezeiungen auf das alte testament und wenn man dann sagt okay ich lehne jetzt das alte testament ab dann lehnt man jetzt ganz reingeholt durch so jetzt ist es nicht weiß ich weiß nur ganz kurz weg ach mal geben mir koppel auf ich habe jemanden die askte de beta m und haben ja 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 hier will von seri minute get me thirty minute to prepare my you know i'm still new come to house with my talkes so i have some start to do it and we will do it God bless. Okay, no problem ever. Lex, darf ich dich was fragen? Lex, darf ich dich was fragen? Warte, Lira, eine Sekunde. Okay, okay. Nein, das, was vor 1000 Jahren in einem Buch geschrieben wird, nee, sorry, bei allem Respekt. Lass mich nur zu Ende führen, was ich dir sagen möchte. Ist das okay? Okay. Du musst mir nur zuhören, dann wirst du verstehen, worauf ich genau. Dann hör ich dir auch zu. Alles gut. Also, dieser Pharao hatte ein verhärtetes Herz. Moses hatte den Befehl bekommen, von Yahweh zu diesem Pharao zu gehen und ihn zu warnen, um umzukehren. Weil dieser Pharao diente drei Götter. Ja, er hat sich selber als Gott gesehen. Aber warst du sicher, dass diese Geschichte stimmt? Ganz kurz, bitte, Lira, du musst mich reden. Naja, du enthältst du eine Geschichte, die ganz, ganz alt ist. Da muss ich ja eben die Quelle wissen. Also, ich weiß es ja, aber das ist ja auch... Erster Buch Mose bis fünfter Buch Mose lesen wir das. Kenn ich, kenn ich. Okay, lass mich dir das nur bitte erklären, worauf ich hinaus möchte. Okay, also wir sehen ja, dass dieser Pharao eine Plage nach dem anderen. Es gab einmal die Heuschreckenplage. Dann einmal der Fluss, der zu Blut wurde. So, hier haben wir zwei Ereignisse, zwei Sachen. In der Kabah, das kannst du googeln, weil diese Götzendiener sind, weil der Herr hatte uns davor gewarnt. Errichtet euch nicht eine Säule und kniet euch nicht vor einem Stein nieder. Das lesen wir in dritter Buch Mose, 26, 1, Kapitel 26. Das kenne ich, ja, kenne ich die Geschichte. Okay, das lesen wir in der Bibel. So, wenn wir uns jetzt mal die Kabah anschauen, sehen wir eine Säule, die errichtet worden ist und ein Stein, was in dieser Säule ist und sie beten oder knien sich vor diesem Stein nieder. Okay, das ist schon mal Götzendienst. Ja, und darüber spricht der Herr. Diese Kabah hat eine Heuschreckenplage erlebt. So, das Ereignis vom Alten Testament wiederholt sich wieder, weil Gott warnt diese Menschen, hey, ihr müsst umkehren, denn das, was ihr tut, ist eine Götze. Und das lesen wir schon im Alten Testament. Wenn du mir nicht glaubst, das kannst du nachgoogeln, kannst nachschauen. Die Kabah in Saudi-Arabien, die haben schon eine Heuschreckenplage erlebt. Nummer 1. Nummer 2. Dieser Nil, der zu Blut wurde in Ägypten, im Alten Testament, etwas, was schon so uralt ist, kannst du heute noch googeln, dieser Nil ist immer noch blutrot. Das kannst du heute nachschauen, ist immer noch gleich. Somit wissen wir, dass wir einen wahrhaftigen Gott dienen, der allmächtig ist. Die Muslime lachen diesen Gott aus. Aber dieser Gott... Ja, ich gebe dir recht, ich glaube ja auch an einen Gott, aber ich glaube jetzt nicht an einen Gott, der in sechs Tagen Himmel und Hölle erschaffen hat, ganz ehrlich. Lira, du hast mir gerade nicht zugehört. Natürlich, ich kenne auch die Geschichte wohl. Ich kenne auch das Testament. Ja, ja, aber Lira, das, was ich dir sage, kannst du überprüfen. Schau dir mal bitte in Ägypten der rote Nil an, der zu Blut wurde. Schau dir das mal bitte an. Das sind alles Sachen, die stehen in der Bibel. Okay, Flex, gab es einen Urknall oder nicht? Urknall ist totaler Schwachsinn. Ist totaler Schwachsinn, okay. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Und wenn es einen Urknall gab, von wie vielen Millionen von Jahren sprechen wir denn jetzt gerade, Lira? Boah, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Gib mal einfach mal eine grobe Zahl. Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 13,5 Milliarden. Ich würde sagen, 13,5 Milliarden. 5 Milliarden, okay, guck mal, jetzt gehe ich darauf ein. Woher soll der Mensch wissen, was vor 5 Milliarden Jahren passiert ist, wenn dieser Mensch nicht mal einen Mord aufklären kann, was vor 30 Jahren passiert ist? Boom. Okay, woher soll der Mensch jetzt das für wahrnehmen? Ganz kurz, ganz kurz. Du hast es gefragt, bitte Lira. Nein, nein, du hast mich was gefragt. Eine Sekunde. Nein, du hast mich was gefragt. Hallo, Gentleman. Du hast mich jetzt gefragt, woher soll der Mensch das wissen? Woher soll der Mensch denn wissen, das, was in einem Buch steht, was vor 1000 von Jahren geschrieben wird, dass das für wahrgenommen ist? Aufgrund von Manuskripten, diese Bibel, die ist ja nicht vor 100 Jahren erschaffen worden und hier von heute auf morgen zick die Bibel existiert. Das sind Manuskripte zu der Zeit der Propheten, die alles dokumentiert haben. Und du glaubst natürlich wahrscheinlich auch an Napoleon, die du gelernt hast, die du gelernt hast, die du gelernt hast, sind aufgrund von Manuskripten erstanden. Das heißt, du glaubst an geschichtliche Personen, aber nicht an die Bibel, obwohl... Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht an die Bibel glaube. Ich glaube an Jesus. Ich weiß, dass Jesus gelebt hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass... Das ist ja auch ein historischer Fakt, also das kann man auch nicht abstreiten. Was? Das ist ja auch ein historischer Fakt, ne? Jesus ist auf jeden Fall eine historische Person. Ich habe das ja nie abgestritten. Ich glaube ja auch an einen Gott. Aber ich frage mich, ob das alles so stimmt, was im Alten Testament steht. Es stimmt auf jeden Fall. Es stimmt auf jeden Fall. Dann bin ich beruhigt. Dann habe ich eine letzte Frage noch, Flex. Ja. Was ist für Gott wichtiger? Ein Mensch, der Gutes tut im Leben immer, aber nicht an die Bibel glaubt? Oder jemand, der an die Bibel glaubt, aber ein Arschloch ist? Was findet Gott wichtiger? Puh. Also, Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Das heißt, tu buzeln. Tu buzeln. Ja. Wir sind alle... Ich darf in der Kirche sitzen und ein Arschloch sein und mein... Nein, du musst mir zuhören. Du musst mir die Möglichkeit auf... Nein, sagst du einfach mal eben konkret auf Deutsch vernünftig. Was ist für mich wichtiger? Das erkläre ich doch gerade. Also, nochmal. Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Das heißt also, am Ende des Tages musst du Buße tun. Von ganzem Herzen. Es muss wirklich von ganzem Herzen kommen. Und dann wird dir Gott auch vergeben. Aber wenn du meinst, nur ein Arschloch zu sein, natürlich, das ist nicht der richtige Weg. Dafür wirst du natürlich deine gerechte Strafe bekommen. So ist es nicht. Okay, aber ist es dann für Gott okay? Aber deswegen, ganz kurz, Lira. Deswegen gibt dir Gott dein Leben lang Zeit, um Buße zu tun. Okay. Verstehst du jetzt? Ist es dann okay, wenn ich halte... Das darfst du auch nicht falsch verstehen. Das darfst du auch nicht falsch verstehen. Das Problem ist, bitte bei allem Respekt, ich greife dich nicht an oder so, aber deine Argumente, die du bringst, sind ein bisschen atheistische Argumente. Ich meine, hey, alles gut, ich meine, wenn du sagst, du glaubst an Jesus Christus, ist okay, ist auch richtig so. Aber die Argumente, du zweifelst irgendwie an Christus, obwohl du sagst, du glaubst an Christus, zweifelst du aber irgendwo, weil du atheistische, sagen wir mal, Argumente bringst. Weißt du, was ich meine? Ja, pass auf, darf ich es dir erklären? Ich glaube an Gott und an Jesus. Ich verstehe aber nicht, warum ein Gott, das steht ja auch öfters in der Bibel, einen Menschen als wertvoll empfindet, wenn er... Ach so, jetzt kommt mein Kind gerade rein. Ibrahim leise. Ich muss mich immer um mein Kind kümmern. Ich bin gleich dran. Nina, wie geht's dir? Also jetzt ganz kurz noch eben, genau. Also ich habe zum Beispiel einen Bruder, der ist total ein herzensguter Mensch, der kümmert sich um alles, der opfert sich auf, der ist atheist. Kommt der den Himmel oder nicht? Weil er tut ja das, was Gott eigentlich möchte und das tut er wirklich jeden Tag. Also, er hat sein Leben lang Zeit, mit seiner Zunge den Herrn Jesus Christus zu bekennen als sein Gott. Wenn er dies nicht tut, ja, das ist natürlich nicht gut. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist natürlich nicht gut. Deswegen sollte er, wenn du schon an Jesus Christus glaubst, ist es deine Aufgabe als Schwester oder als Bruder, wie auch immer, ihm das Evangelium mitzuteilen, dass er von Jesus Christus bescheidbar ist. Oder dass du ihm sagst, hey, hör mal zu, lies das neue Evangelium, ja, und danach lies das alte Testament. Wenn das ein liebender Gott ist und er sieht, dass da ein Mensch ist, der alles für andere tut, sich aufopfert und hilfsbereit ist und Menschen rettet, ohne auf sich selber zu achten, ist das nicht in Gottes Willen, kann Gott dann nicht sagen, okay, wenn du nicht glaubst, das kann ich irgendwo verstehen. Also das ist das, was mich an dieser ganzen Sache stört. Weil es gibt zig Menschen, die in der Kirche sitzen, jeden Sonntag machen einen auf nettgläubig, aber sind im wahren Leben einfach irgendwie, ja, wenn da jetzt irgendjemandem was passiert, ich gucke einfach weg, weißt du? Und da frage ich mich, was ist für Gott, was sieht Gott eher an? Und da glaube ich, der Gott, an den ich glaube, der sieht den Menschen, der sieht, was er vorhat, was er will, wie sein Herz ist. Ob er jetzt gläubig ist oder nicht, weil das ist ja nun mal auch so eine Sache, die ja auch, ja, kann jetzt auch keiner beweisen. Und das verstehe ich eigentlich nicht. Leera, eine Frage. Ist dein Kollege, ist dein Kollege oder dein Bruder, hast du gesagt? Mein Bruder. Ist dein Bruder, ist dein Bruder Jesus? Wie, Jesus? Hä? Nein. Ist dein Bruder Jesus? Das war die Frage. Was war das für eine Frage? Natürlich nicht. Genau, so, deswegen, wir sprechen hier von einem Gott und deswegen, deswegen habe ich gefragt, ob dein Bruder Jesus ist. Also, wenn er alles schön tut und sagt, hey, alles Gute, er muss trotzdem am Ende des Tages, es ist egal, wir sind alle Sünder, er ist nicht perfekt. Ich bin auch nicht perfekt, keiner ist perfekt. Er muss am Ende des Tages mit seiner Zunge den Herrn Jesus Christus bekennen und im Herzen annehmen. Ansonsten kommt er nicht hin, also, sorry, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ansonsten, das wird nicht funktionieren, das geht gar nicht. Er muss, deswegen verbreiten wir ja das Evangelium. Dann glaube ich, also, wenn Jesus doch für unsere Sünden gestorben ist, warum nicht für seine? Wieso? Also kommt er doch in den Himmel. Er glaubt er daran oder glaubt er nicht daran? Er glaubt nicht daran. Aber Jesus ist doch für uns gestorben, für alle Menschen. Aber, äh, oh, ich glaube dein Kleid... Aber für ihn nicht, okay, verstehe. Also doch nicht für alle Menschen. Wie bitte? Also doch nicht für alle Menschen. Wer sagt das? Kommt mein Bruder in den Himmel oder nicht? Ich kann das nicht beurteilen. Am Ende des Tages entscheidet das der Herr Jesus Christus. Ich kann doch nicht sagen, wo dein Bruder hinkommt. Ich bin ja, ich bin ja nicht Gott. Ganz kurz, Nina, ich bin ja nicht Gott, Lira, um zu beurteilen, wo dein Bruder hinkommt. Ich bin nicht Gott, ich kann es echt nicht sagen. Aber ich kann dir nur sagen, er muss am Ende des Tages mit seiner Zunge den Herrn Jesus Christus mit seiner Zunge bekennen. Ich kann nicht entscheiden, ob er in den Himmel oder Sonstiges wohin kommt. Aber ich kann dir nur eine Sache... Oh, ich glaube, dein Junge ruft dich. Dein Sohn. Ich gehe mal im Himmel... Also genau, ich gehe jetzt auch raus. Aber ich... Genau. Ich möchte nur sagen, ich glaube, alle Menschen werden gerettet. Weil Jesus hat so ein großes Herz. Ich liebe Jesus und Jesus liebt die Menschen. Das ist mein Wort. Lira, ich wollte dir eine Sache sagen. Und zwar, die Bibel gibt es nicht ohne Grund. Gott hat uns nicht einfach hier auf der Erde zurückgelassen, ohne Wissen, dass wir hier auf der Erde einfach unser Leben verschwenden und nicht wissen, was wir tun sollen. Er hat genau im Wort gesagt, was wir tun müssen, um gerettet zu werden. Richtig. Und die Dämonen und der Teufel, die glauben auch an Jesus. Das heißt, wenn du keine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus hast, wirst du auch nicht errettet werden. Weil die alte Söhnungslehre, das ist keine biblische Lehre. Und so wird man auch nicht zum Herrn kommen. Weil nur durch Taten kannst du dir nicht den Himmel verdienen. Weil jeder Mensch sündigt. Und die Sünde trennt von Gott. Das heißt, kein Mensch hat das Anrecht, in den Himmel zu kommen. Und deswegen müssen wir die Gnade vom Herrn Jesus Christus annehmen und müssen das befolgen, was in seinem Wort steht. Und wenn wir sagen, wir glauben nicht daran, was in seinem Wort drin steht, machen wir Gott zum Lügner. Und wenn wir ihn zum Lügner machen, haben wir nicht die Wahrheit in uns. Das Ding ist, was ich auch hinzufügen würde, ist, allein durch das Gesetz von Mose, was in meinem Testament steht, sind über 500 Gesetze geschrieben, die der Mensch befolgen kann, beziehungsweise soll. Kann irgendwer von uns diese ganzen 500 Gesetze auf seiner Last tragen und sie wirklich befolgen? Natürlich nicht. Kein Mensch kann ohne Sünde leben. Richtig, richtig. Das geht nicht. Aufgrund diesen ist ja unser Christus, der einzig wahrhaftige Gott, die einzig wahrhaftige Lehre, auf die Erde gekommen. Und hat uns gezeigt, ey, durch den Menschen ist die Sünde gekommen. Und durch einen Menschen geht sie wieder. Ihr braucht nichts zu tun, aber bitte glaubt doch an meine Taten. Genau. Und das ist der Herr Jesus Christus. Glaubt an seine Taten und ihr werdet errettet. Bekennt mit eurer Zunge den Herrn Jesus Christus, das Lamm Gottes, ihr werdet gerettet. Glaubt an seine Worte, ihr werdet gerettet. Denn ihr werdet mit ihm in Ewigkeit, in Ewigkeit im Paradies sein. Wenn ihr alles verlässt, nur in seinem Namen. Somit werdet ihr das ewige Leben und das Paradies erben. Amen. Amen, genau. Und eins will ich noch hinzufügen. Viele denken immer, Gott ist nur die Liebe. Natürlich ist Gott die Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Und es wäre nicht gerecht, wenn Gott jedem Menschen den Eintritt in den Himmel gewähren würde. Laut dem Gesetz sind wir alle Sünder. Wir leben in Sünde. Unsere Mutter hat uns leider Gottes in Sünde empfangen. Und wir leben und bleiben bei der Sünde. Dementsprechend hoffen wir auf die Hoffnung, die Verheißerung unseres Herrn, auf die Gnade, auf die Barmherzigkeit. Okay, Flex, darf ich jemand was fragen? Gerne. Gut, also, nehmen wir mal an. Ich bin jetzt ein Kind, ich wurde in Afghanistan geboren. Ich habe nur Gewalt erfahren und keine Liebe und nur Krieg. Wie soll ich es jemals zu Gott schaffen? Wie schaffen es Menschen, die damit nie in Berührung kommen? Und wir wissen ja nun mal, wie die kindliche Entwicklung ist und was sie nachahmen und was sie sich abschauen und wie sich das Ganze, was ist mit diesen Kindern, die nie diese Möglichkeit haben, irgendwie zu Gott zu finden, weil die Umstände einfach so sind? Wie soll so ein kleines Kind sich zu Gott, wie soll das gehen? Darf ich auch die Frage antworten? Ja, sag mal. Ich komme selber aus Afghanistan und ich habe selber auch erlebt, also die Situation, ich habe selber auch erlebt. Ich habe auch lange auch schon Atheist geworden, also ich habe auch bei der muslimischen Familie aufgewachsen und damals mein Vater auch, also hilfreich und so alles. Auch da, meinen Vater habe ich auch verloren und diese Situation bekommen, ich war, also ich habe auch an mich selbst geglaubt und so und da habe ich gesagt, jetzt auch nichts, ich habe selber alles geschafft. Ich muss auch nicht an Gott und sowas glauben. Bis auch bis in diese Situation bin ich auch gekommen, den Punkt gekommen, ob wirklich, ich habe mich mit Bibel, habe ich auch mich beschäftigt und ich habe auch da gesehen, dass es wirklich, es gibt auch einen lieber Gott ist, der kann mich auch lieben, auch meine Sünde, meine Sünde auch annehmen und mich auch so vergeben, dass ich auch Ewigkeit zu lieben kann. Auch klar, ich habe auch in meiner Kindheit, ich habe nichts bekommen, ich war in hart arbeiten, ich habe wirklich, ich habe auch beim Steine geschlafen, ich habe auch unter Brücken, habe ich geschlafen, ich habe so schlecht erlebt, also niemand, niemand auch in Deutschland kann auch nicht vorstellen, so bin ich auch verliebt, also gelebt. Und deswegen, Jesus kann auch uns lieben, Gott uns liebt und deswegen, der sieht uns und die sind alle unsere Situation, egal was kommt, aber trotzdem, der sagt auch, komm, mein Kind, du bist mein gelebtes, also mein Kind ist, also das kann ich auch dir so sagen, also es ist auch ganz einfach, musst du selber auch vertrauen, das ist deine Entscheidung, ob du wirklich dann annimmst und tu einfach Buße, wenn wir immer noch Buße tun, dann kann es alles gut, Jesus kommt in dein Leben und einfach dich so segnen zu geben. Was ich noch hinzufügen möchte, das Paradies gehört den Kindern. Ne, Lira, das Paradies gehört den Kindern. Der Herr ist derjenige, der diese Last quasi auf sich nimmt und vergelten tut. Deswegen, das überlassen wir den Herrn. Außerdem ruft der Herr zwei bis dreimal in jedes Leben rein. Das heißt, der Herr gibt jedem Menschen die Chance, ihn kennenzulernen. Und ich meine, wir haben ja auf der ganzen Welt auch Missionare, die in alle verschiedensten Länder reisen und die Botschaft verbreiten. Das heißt, es wird keiner am Ende vor Gott stehen, der sagt, ich habe noch nie was von dir gehört, ich kann ja nichts dafür. Amen, Lira. Deswegen, Lira, ich denke, dein Sohn, du rufst dich die ganze Zeit. Nein, nein, alles gut, der ist schon, habe ich gekümmert. Alles gut. Sehr gut. Alles gut, ja. Nein, ich finde es nur schade, weil ich denke, ich bin, also jetzt, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, ich glaube nicht an allen Sachen, die im Testament stehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott auch sagt, es ist okay, auch mal zu zweifeln. Es ist auch okay, mal Schwäche zu zeigen, weil gerade was auf der Welt passiert, ist es doch auch rein menschlich, weil Gott hat ja den Menschen erschaffen, dass man auch Fragen stellt. Warum ist das gerade? Warum ist das in der Ukraine, in Israel, wie auch immer? Kann ich nur sagen, weil der liebe Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Ja, also wir sind ja keine Roboter. Der Mensch ist schrecklich, nicht Gott. Gott hat den Menschen erschaffen, der Mensch hat den freien Willen. Ja, das ist mir schon klar, aber dass ich als Mensch vielleicht auch mal zweifle, oder wenn irgendwas passiert, ich sage mal jetzt, wenn Eltern irgendwie ihr Kind verlieren, oder die Eltern von dem kleinen Arian, oder wie auch immer, dass man da mal zweifelt, das ist doch auch menschlich. Und das muss man auch, ich denke, dass Gott das den Menschen auch zugesteht. Ich kriege ja auch tatsächlich in deinem Stream hier ziemlich viele böse Worte. Und ich bin eigentlich ein Mensch, wo ich denke, ich möchte, dass es jedem gut geht, dass Frieden auf Erde ist. Und ich glaube, das, was letzten Endes sowieso hat Jesus, ich glaube, dass das irgendwie auch zählt, was wichtig ist für diese Welt. Ob ich da jetzt jeden Tag bete oder nicht, ich glaube ganz ehrlich, das ist Gott egal. Ich liebe Gott, ich liebe Jesus und ich liebe diese wunderschöne Welt. Und ich finde es scheiße, dass hier ganz viel... Ja, okay, nee, das ist nicht egal. Du musst trotzdem am Ende des Tages, du musst trotzdem am Ende des Tages an seine Worte glauben. Dann bist du gerettet. Du musst an seine Worte glauben. Dann bist du gerettet. Und das ist ausschlaggebend. Du kannst ja nicht sündhaft leben, wie du willst und sagen, ich glaube an... Ich lebe nicht sündhaft. Ich glaube, ich lebe nicht sündhaft. Ich war... Ja, ich meine... Malin, du bist selber. Ja, also genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sind alle Sünder. Es gibt niemanden, der sagt... Also wenn jemand sagt, er lebt nicht den Sünden, also der lügt. Weil wir sündigen alle. Wir sündigen alle. Nein, das verstehe ich auch. Aber ich glaube einfach, dass vor Gott einfach der Mensch zählt. Das ist sein Kind. Und das kennen wir ja selber, alle, die die Eltern sind. Das eine Kind baut scheiße, das andere nicht so viel. Und ich liebe doch alle. Und das glaube ich auch für Gott einfach. Der liebt alle seine Kinder, ob sie jetzt scheiße bauen oder nicht. Und das ist ein Vater einfach für mich. Ja, natürlich. Deswegen ist Gott lieb jeden Menschen. Egal, ob er ist ein Muslimist, egal ob ein Buddhist oder sonstiges. Er liebt jeden. Aber trotzdem verachtet er das Böse, die Sünde. Ja, natürlich. Aber letzten Endes, wenn man stirbt, wenn meine Kinder abends irgendwie... Ich knuddel jeden und ich lasse jeden ins gemütliche Bett und kuschel sie und hab sie lieb. Und ich glaube tatsächlich, das ist bei Gott genauso. Leider ist... Nein, das ist bei euch nicht so. Ja, schade. Aber nicht der Gott, an den ich glaube. Tja. Ja, aber du meinst auch von Anfang an, du bist Christin. Eigentlich. Eigentlich. Das bin ich auch. Bin ich auch. Ja, aber... Ich glaube an Gott und an Jesus. Ja, du glaubst an Jesus. Das sind auch die Teufel. Und sogar der Teufel selber glaubt an Jesus Christus. Doch trotzdem kommt er nicht an. Und es ist auch... Glauben nicht an einen Teufel. Ja, wenn du an den Gott glaubst, also es gibt ein gutes, es gibt was Schlechtes, ne? Nein, warum? Wenn du an Gott glaubst. Nein, natürlich nicht. Es gibt nur den Gott. Ja, okay. Aber wenn du an Jesus glaubst, von wen wurde Jesus versucht? Keine Ahnung. Vom Teufel. Okay, dann müssen wir hier an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause machen. Lira, ich schicke dir einfach mal eine Hörbibel. Lies mal das Neue Testament, um Jesus besser kennenzulernen, weil wir müssen ganz kurz weitermachen. Alles klar. Und wir schwätzen mal ein andermal, Lira, okay? Machen wir. Ciao, ciao. Wenn irgendwas ist, du kannst jederzeit hochkommen und den können wir in Gespräch führen. Das ist kein Problem, ne? Ist gut. Okay. Ciao, der Herr Jesus segne dich. Du musst mich eben rausreißen, weil du weißt nicht, wie ich hier rausgehe. Ja, alles gut. Ich mache. Danke. Kein Problem. Ahmad, my brother. Wo ist dieser Marwan? Marwan, Marwan oder Hasuna, Hasuna, Ahmad ist ready. Marwan übrigens. Aber bevor wir das machen, Nina, Schwesterherz, was bringt dich denn heute her? Das ist ja unwahrscheinlich, dass du heute hier bist. Ich habe ein bisschen zugehört und wollte eigentlich nur was zur Lira sagen. Deswegen bin ich oben. Ja, okay, okay. Also guck mal, wir machen dich sogar groß. Teile mal ein bisschen das Evangelium mit, wenn du schon hier oben bist, komm. Okay. Ja, jetzt bist du hier oben. Jetzt musst du dich schon tauchen. Bei so vielen Leuten. Ja, das kriegst du hin. Ja, ich kann sagen, aus meiner eigenen Erfahrung auch, ich bin vor, ich kann schon nicht mehr rechnen, aber 2013 bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe schon immer an Gott geglaubt, hatte aber nie eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus gehabt und bin 2013 durch ein tiefes Tal gegangen und so ist mir Jesus Christus begegnet und ich habe ihn angenommen als meinen persönlichen Erretter. Und ich kann sagen, das war für mich das größte Geschenk in meinem ganzen Leben. Also mein Leben hat sich von heute auf morgen so verändert und wir Menschen reden ja immer von Veränderung, dass wir uns verändern wollen und alles und das können wir gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Vielleicht für eine gewisse Zeit können wir eine Maske aufsetzen und können uns von der besten Seite zeigen, aber irgendwann kommt es wieder raus und deswegen brauchen wir ganz dringend den Herrn Jesus Christus. Nur durch ihn können wir uns verändern lassen und keiner ist besser als der andere, auf gar keinen Fall. Aber durch den Herrn Jesus Christus, wenn wir ihn angezogen haben, wenn er in uns ist und wirkt, dann können wir ja Wunder vollbringen. durch ihn, ja, und an jeden, der jetzt hier drin ist, Muslime oder anderen glauben oder gar keinen Glauben haben. Es ist ein Geschenk, Jesus Christus anzunehmen und es geht um die Ewigkeit. Ohne den Herrn Jesus Christus geht man verloren. Es ist einfach so und es gibt viele Religionen, die meinen, dass sie die Wahrheit sind. Aber bitte geht mal, ohne dass ihr irgendwie verstockt seid, dass ihr in eurem Herzen glaubt, ihr habt schon die Wahrheit, sondern sucht wirklich mal aktiv nach der Wahrheit. Ich weiß, dass viele von euch in eine Religion geboren sind, aber eine geborene Religion, die rettet euch nicht, ja. Und deswegen macht euch bitte alle auf die Suche, macht euer Herz auf und verstockt euch nicht. Egal, was ihr von da hört oder da, ob ihr Druck von Eltern, von Familie, Freunde bekommt, das ist alles nicht wichtig. Weil letztendlich ist Gott euer Schöpfer. Er liebt euch von ganzem Herzen und er entscheidet am Ende, wo ihr eure Ewigkeit verbringt. Diese kurze Zeit, wo ihr auf der Erde seid, vielleicht 80 Jahre, ist es nicht wert, dass ihr eure Ewigkeit wegschmeißt. Bitte, ihr Lieben, nehmt den Herrn Jesus Christus an oder es sucht zumindest nach der Wahrheit. Und der Herr Jesus Christus sagt, wer anklopft, den wird er öffnen und ihr werdet die Wahrheit finden. Auf jeden Fall. Geht auf die Knie heute Abend und fragt Gott selbst, wer bist du Gott? Bitte offenbare du dich mir. Wer bist du? Bist du Buddha? Bist du Jesus? Bitte zeig es mir. Und er wird sich offenbar 100%. Und dann werdet ihr errettet werden und ihr werdet so einen Frieden bekommen, den ihr in eurem Leben doch nie gespürt habt. Also ich kann euch sagen, von meinem Leben her, ich bin durch viel Krankheit, Depression, alles Mögliche gegangen. Der Herr Jesus hat mich von Depressionen geheilt. Ich habe so einen Frieden. Und diesen Frieden, den kennt man nur, wenn man mit dem Herrn Jesus Christus geht. Und deswegen, ja, das waren meine Worte und der Herr Jesus Christus segne euch alle. Danke. Mama mia, das war ja ganz stark. Mann, die Schwester ist ja eine Maschine. Uiuiui. So, Mann, 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 Mann. Sogar besser im Flow wie ich. Guckt mal Leute, eigentlich, ihr braucht mich nicht mehr. Die Schwester kann meinen Account übernehmen. Ab heute. Nina, wir machen das jetzt so. Ich gebe dir mein Passwort, meinen Account, du kannst es übernehmen. Nein, nein. Wir Frauen sollen ja eher auch im Hintergrund sein. Die Brüder sollen ja die Lehrenden sein. Ich meine, wir können auch das Evangelium teilen und so weiter, das ist kein Problem. Aber wenn es dann schon um die Lehre geht, um die Bibel, sollen das schon die Brüder machen. Ja, okay, sehr gut. Ansonsten, ich gebe meinen Account Abu Belgrad oder so. Keine Ahnung, soll er machen. Ja, Leute, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und ja, Elia, Bruder Herz, bist du da? Ja, Bruder. Ist Ahmad live? Das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Kann vielleicht jemand gucken, ob Ahmad da ist? Weil, den hole ich den rein und der Hassuna, wo ist der Hassuna? Der Hassuna wollte mit dem Ahmad debattieren. Würde mich mal interessieren, wie Hassuna das verteidigen möchte. Schiitische Quellin. Mein Bruder, Ahmad, if you are there, you can send a request and we can ask this Ahmad, this Marwan, if he gonna bring his boy, his friend or whatsoever. Oh, genau. Okay, Ahmad ist nicht gleich von selber. Okay, okay, okay. Ja, gut, ansonsten verbreite ich jetzt weiterhin das Evangelium, Leute. Oder ich schreibe Ahmad dann einfach an. Die Nina hat wirklich schön gesprochen, wirklich sehr, sehr schön. Könnt ihr mit den Ahmad teilen? Könnt ihr in den Stream teilen? Wenn möglich, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier teilen kann, aber okay, ja. Gucken wir mal, wer das ist. Ja, war ready. Okay. Meine lieben Brüder und Geschwister, was ist los mit euch? Mal alle leiten, kommt schon, Leute. Ey, ihr seid so faul geworden, das ist nicht gut. Ihr bleibt immer bei 250 stehen, ist mir aufgefallen. Das ist nicht gut, ne? Leute, kommt schon, ey. Was ist eigentlich mit den Hassuna, der Hassuna, Hassuna heißt der. Da kann er auch reinkommen, ich weiß nicht, weil die wollten debattieren. Das war Marwan. Marwan wollte unbedingt mit seinen Kollegen. Ja, ja, aber der Marwan ist nicht da. Keine Ahnung, also ich sehe ihn hier nicht. Ich sehe ihn hier nicht. Ich sehe ihn hier nicht. Okay. Gut. So, also gut. Gehen wir mal. Was hat Jesus getan in der Bergpredigt, Leute? Er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr, Amen, denn das Reich Gottes ist euer. Ja. Glückselig seid ihr, die jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ja, egal wer weint, ihr werdet am Ende des Tages lachen. Warum? Der Herr wird euch eure Sorgen nehmen und wird es vergelten für euch. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen, um den Menschensohnes Willen. Freut euch an dem jenen Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Es ist egal, wer euch hassen tut, Leute. Ob die Muslime euch hassen, welcher Vers. Das ist Lukas Kapitel 6, 20, Vers 20 bis 23. Leute, es ist egal, wer euch verfolgt, es ist egal, wer euch hassen tut. Wisst ihr, der Einzige, der euch nicht hassen tut, dreimal dürft ihr raten, der Einzige, der euch liebt, der Einzige, der euch liebt, ist wer? Jesus Christus. Der Einzige, der euch liebt, wirklich von ganzem Herzen ist der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus hasst niemanden. Er liebt euch. Ganz einfach. Amen. Amen. So, ich denke mal, Ahmad, schreibe ich an. Leute, wir werden jetzt wahrscheinlich eine kleine Pause machen. Es tut mir mega, mega leid. Und Leute, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, wie gesagt, keiner will was. Wie gesagt, ich tue das einfach nur, weil es macht wirklich Spaß, über das Evangelium zu sprechen. Meine lieben Geschwister, ich werde Ahmad jetzt anschreiben. Dann werde ich den Mawarn anschreiben. Ja, und dann werde ich einfach mal schauen, ob es passt. Es kann sein, ich komme gleich wieder live. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Livestream behalten soll, oder nicht, Leute. Ist jetzt gerade ein bisschen fragwürdig, weil ich wollte die beiden eigentlich mit dazu holen, dass sie die Debatte machen. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde bleiben, aber ich weiß jetzt nicht, was Sache ist. Ansonsten werde ich später nochmal das Evangelium teilen, weil ich heute wirklich gar nichts zu tun, ich sage es euch. Ich habe so viel Zeit, das ist unglaublich, Leute. Und danke nochmal. Flex. Ja, sieh. Flex, sagst du mich. Soll ich dich auch unterbrechen? Ja, ich habe auch so, ich habe vorher auch das geschrieben, wegen dem Geburt und so, weil am 26. Juli, also ist meine Gericht, also gehe ich auch in den Gericht, und also da quasi beurteilen, dass ich auch in den Knast bin oder wie das zurückkommt, keine Ahnung. Aber erzähl mir das nicht, schreib lieber privat, lieber privat, es muss nicht die ganze Welt wissen, alles gut, schreib lieber privat. Ja, genau. Okay? Ja, also das wollte ich auch. Ja? Bist du noch da? Hallo? Weißt du mich? Jetzt, ich dachte, irgendjemand hat dich gepackt. Weißt du mich jetzt? Wir hören dich. Also das ist, keine Ahnung, und jemand hat mich auch so blockieren oder irgendwie rausschmeißen und ich komme rein und dann wieder raus und so, eben ist es auch ein bisschen schlimm, aber kein Problem. Ich schreibe dich auch privat, auch und dann könnt ihr auch telefonieren, wenn das auch für dich passt. Ja, okay, okay, das ist kein Problem. Super, vielen, vielen Dank, Flex. Also ich gehe dann raus und dann telefonieren, okay? Ist kein Problem. Oh, 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 Jibril hupt's. Jibril, Jibril. Okay, dann bist du dann. Ja, bis dann. Alles klar. Bis dann. Also, ciao. Ciao, ciao. Bartho, mein Lieber, du wolltest was sagen, Bruderherz. Bartho, Bartho, bist du da? Hallo, hallo, hallo. Natürlich, ja, das war, am Anfang bin ich ja erstmal hochgekommen bezüglich einem Tafsir, weil ein Moslem drin war. Und da wollte ich ihn dazu was fragen. Und jetzt haben wir leider niemanden, der hier Rederecht geben kann, beim Glauben des Islams. Deswegen würde ich mich auch von meiner Seite erstmal verabschieden. Okay, wenn jemand hochkommt, dann hole ich dich hoch, ist kein Problem. Ja, genau, genau, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, so, falls irgendwas sein wollte, dann ich bleibe im Streamen und so, sonst, ich frage da mal auf jeden Fall an. Kein Problem, okay. Alles klar, ich bin auf jeden Fall Gottes Segen, ich bin im Chat, wenn das ist. Alles klar. So, bin aber, Jesiden. So, eine Jesiden, okay. Hello, grüße euch, ich hoffe, euch geht's gut. Grüß dich, du hast in den Chat geschrieben, dass du eine Jesiden bist. Ja, genau, freut mich. Was bringt dich denn heute hierher, Schwester? Allgemein mag ich das Christentum sehr, ich habe auch so meine Erfahrungen mit dem Christentum gemacht. Ich bin jetzt nicht konvertiert oder so, aber bei uns erkennt man ja Jesus ja auch an. Und ist auch eine sehr wichtige Rolle bei uns in unserer Religion. Wir sind eher so eine, ja, hört sich jetzt so ein bisschen lustig an. Ich bin jetzt auch nicht so krass, also, dass ich alles weiß über meine Religion. Aber wir sind ja eher so, bei unserer Religion gibt es ja das Böse ja nicht. Und ihr habt auch vorhin das Thema angesprochen, weil die Lira ja gefragt hat, ja, warum machen denn die Menschen das und warum gibt es denn Krieg und so und so. Und bei uns wird ja auch gesagt, wie im Christentum, dass der Gott dem Menschen Wille und Verstand gegeben hat. Er entscheidet selber für seine Taten, ob es eine gute oder schlechte Tat ist. Und Gott ist das Gute. Ja, nee, wenn du an das Gute glaubst, dann glaubst du automatisch an Gott. Für mich gibt es da kein Ding so, weißt du, kein Unterschied. Ja, aber du darfst nicht vergessen, Jesus Christus liebt dich. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Also ich hatte meine Depression seit fünf Jahren und irgendwie kam ich nicht irgendwie eine Verbindung zu Gott. Ich habe alles gemacht, fünf Jahre, glaub mir, fünf Jahre in Depressionen. Und irgendwann mal habe ich so Freunde getroffen. Das waren Christe, Muslime. Wir haben uns immer nach der Arbeit so als Truppe getroffen und über das Leben und Religion und Gott gesprochen. Und jeder von uns hat einen Weg gefunden, eine Verbindung wieder zu Gott. Und ich habe das durch diese christlichen Freunde wieder geschafft und das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe Kreuz, als Jesedin habe ich Kreuz auf meiner Haut tätowiert. Bei uns sagt man ja auch, zwischen uns und den Christen ist nur ein Haarunterschied. Weil wir glauben ja direkt an Gott. Bei euch ist es ja so, dass man durch Jesus ja zu Gott erlangt. Weil Jesus Christus ja die Wahrheit ist. Er ist derjenige, der die Universum oder das Universum erschaffen hat. Himmel und Erde. Und nur durch Jesus Christus sind wir gerettet. Ja. Ich meine, er ist ja auch für die Sünden der Menschen gestorben. Das reicht ja so als Aussage aus. Also wer tut das schon? Das muss man ja... Nicht nur es reicht aus, nicht nur es reicht aus. Jesus ist Gott und wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Wir müssen mit unserer Zunge ihn bekennen als wahrhaftigen Gott. Wenn wir das ja natürlich nicht tun, dann ist es natürlich nicht so gut. Sagen wir es mal so. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch nicht verstanden dieses... Ja, aber was war die Aussage genau mit ihrem Bruder? Ja, wenn er ein guter Mensch ist, dann muss er doch daran glauben, dass Gott ihn ja als guten Menschen erschaffen hat, dass Gott ja das Gute ist. Also warum... Ich habe aber nicht diesen direkten Bezug zu Gott, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, ähm... Ich würde über dieses Thema später noch mal reden. Ich will noch ein bisschen was essen, noch ein bisschen was trinken auch, weil ich habe so Durst, habe mega Hunger auch. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir nachher noch mal sprechen könnten. Also falls du noch wach bist, ich weiß es nicht. Du kommst ja gerne. Wenn alles friedlich und liebevoll ist, dann... Ich mag es nur nicht, wenn man... Zum Beispiel wir... Ich weiß nicht, ob du den Jesidentum kennst oder dich mal damit befasst hast. Weißt du, wir sind ja auch... Ich habe mich tatsächlich nur nie damit befasst, aber... Wie gesagt, der Maßstab ist immer noch der Herr Jesus Christus. Ja, natürlich, ey, um Gottes Willen. Ich will dich gar nicht von deiner Religion irgendwie... Nein, alles gut. Ich meine nur, der Maßstab ist nur... Ja, ja, bei uns kann man eh... Also man wird eh in unsere Religion geboren. Man kann nicht konvertieren und so. Das ist jedermanns Sache so. Wir sind eine sehr, sehr, sehr alte Religion. Also wäre echt interessant, wenn du mal darüber liest, so einfach um Allgemeinwissen so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte irgendwas sagen, aber... Alles gut, wir reden nachher. Ist kein Problem. Genau, informier dich mal ein bisschen, weil dann kann ich dir auch so ein bisschen was erklären dazu. Aber bei uns geht es nicht darum, um sich als wahre Religion zu benennen. Mach dir keine Sorgen, der eine oder der andere Bruder hat mir schon erklärt, was das Jesidentum ist. Alles gut. Ja. Ja gut, dann... Aber wir reden später mal, ne? Genau, ich bin auf jeden Fall da. Ich freue mich, ich habe dir schon gefolgt. Sehr interessant, was du sagst und so. Finde ich sehr schön auch. Mhm. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Okay. Ansonsten positiv. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann reden wir später, ne? Lass dir schmecken, ne? Ja, danke. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Meine lieben Geschwister und Brüder, ähm, ich würde gerne weitermachen, aber ich muss was essen. Ich werde jetzt den Ahmed, dem Bruder, anschreiben. Äh, und dann werden wir den Termin jetzt machen. Wahrscheinlich, Leute, ähm, geht die Debatte, je nachdem, wann der Hasuna-Zeit hat, ich weiß es nicht, äh, starten wir so zwischen 23 Uhr so ungefähr, ne? Ja, und dann legen wir los. Äh, 23 Uhr. Ja, ja, Nina. Ja, Nina. Ja. Morgen, meinst du, oder? Ne, heute. Okay, weil immer, wenn du sagst, kommst du später noch mal, kommst du später nicht mehr. Deswegen, ich versuch, wach zu bleiben, also tatsächlich, ich trinke einen Kaffee, ich versuch, wach zu bleiben. Alles klar. Ja, ja, ja. Deswegen, Leute, vielen, vielen Dank. Ich wollte nur eine Sache sagen, Leute. Danke für den Support. Falls die Brüder reinkommen, der Ahmad, äh, und die anderen christlichen Brüder oder Geschwister, ähm, alle nochmal durchleiten, Leute. Äh, das wird eine geile Debatte sein, also, äh, wenn sie heute noch stattfindet. Ich würde mich selber freuen, weil ich bin echt gespannt, was für Quellen der Bruder Ahmad auspackt über die Schiiten. Äh, Denise, warte, Denise geschrieben, warum soll ich warten? Ach so, wegen die 300.000. Denise. Oh. Aha, ich soll warten. Aha. Ja, die 300.000 Likes, die sind doch schon, äh, die haben wir doch schon geknallt. Eiei. Ja, jetzt auf einmal sind alle am liken. Ihr seid auch komisch, ey. Mal liken, mal nicht liken, ne? Eiei. Also, Leute, ich gehe dann was essen. Ich liebe euch. Vielen, vielen Dank. Ähm, I love you guys. Und, ähm, haltet euch fern von Fitness-Streams, sage ich immer wieder. So tue ich das auch ebenfalls. Und, ähm, haltet euch einfach vom Problem entfernen. Das mache ich auch. Das heißt, wenn jemand mir irgendwas, keine Ahnung, sagt oder so, direkt auch blocken, weil ganz ehrlich, mit solchen Sachen will ich nichts zu tun haben. Oder sonstiges was. Einfach von Fitness-Streams sich fernhalten. Und, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und, Leute, bis nachher. Okay, Leute, Nina, vielen Dank, dass du da warst, ne? Ja, danke. Der Herr segne dich, Max. Der Herr segne dich auch, Schwester. Also, ciao, ciao. Peace out, guys.